Das Fass am Montillado von Edgar Allan Poe, übersetzt von Gisela Etzel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Fass am Montillado All die tausend kränkenden Reden Fortunatus ertrug ich, so gut ich konnte. Als er aber Beleidigungen und Beschimpfungen wagte, schwor ich ihm Rache. Ihr werdet doch nicht annehmen, ihr, die ihr so gut das Wesen meiner Seele kennt, dass ich eine Drohung laut werden ließ. Einmal würde ich gerecht sein. Aber die Bestimmtheit, mit der ich meinen Entschluß faßte, verbot mir alles, was mein Vorhaben gefährden konnte. Ein Unrecht ist nicht bestraft, wenn den Rächer Vergeltung trifft für seine Rache-Tat. Es ist auch nicht bestraft, wenn es dem Rächer nicht gelingt, sich als solcher seinem Opfer zu zeigen. Es muß vorausgeschickt werden, daß ich Fortunato weder mit Wort noch Tatgrund gab, meine gute Gesinnung anzuzweifeln. Ich fuhr fort, liebenswürdig zu ihm zu sein, und er gewahrte nicht, daß mein Lächeln jetzt dem Gedanken seiner Vernichtung galt. Er hatte eine Schwäche, dieser Fortunato, obschon er in anderer Hinsicht ein geachteter und sogar gefürchteter Mann war. Er brüstete sich damit, daß er ein Weinkenner sei. Nur wenige Italiener besitzen den wahren Kunstverstand. Sie begeistern sich meist nur für eine einzige Sache, für betrügerische Manipulationen gegenüber britischen und österreichischen Millionären. In der Beurteilung von Bildern und Edelsteinen war Fortunato, gleich seinen Landsleuten, ein unwissender Prahlhans. In Bezug auf alte Weine aber hatte er ein ehrliches und sicheres Urteil. Hierin stand ich selbst ihm kaum nach. Ich kannte den italienischen Wein gut und kaufte viel, so oft sich mir günstige Gelegenheit bot. Es war in der tollen Karnevalszeit, als ich an einem dämmerigen Abend meinem Freund begegnete. Er begrüßte mich mit übertriebener Wärme, denn er hatte viel getrunken. Der Mann war maskiert. Er trug ein eng anliegendes, zur Hälfte gestreiftes Gewand, und oben auf seinem Kopf erhob sich die konisch geformte Narrenkappe. Ich freute mich so sehr, ihn zu sehen, dass ich gar kein Ende finden konnte, ihm die Hand zu schütteln. Ich sagte zu ihm, »Mein lieber Fortunato, es freut mich, dich zu treffen. Wie prächtig du heute aussiehst, außerordentlich wohl. Doch höre, ich habe ein Faß Wein bekommen, das für Amontillado gilt, und ich habe meine Zweifel.« Wie, sagte er, Amontillado, ein Faß, unmöglich, und mitten im Karneval. »Ich habe meine Zweifel«, erwiderte ich, »und ich war töricht genug, den vollen Amontillado-Preis zu zahlen, ohne dich erst zu Rate zu ziehen.« »Du warst nicht zu finden, und ich fürchtete durch eine Verzögerung, den ganzen Handel zu verlieren.« »Amontillado«, »ich habe meine Zweifel.« »Amontillado«, »und ich muß sie zum Schweigen bringen.« »Amontillado«, »da du beschäftigt bist, werde ich Lucchesi aufsuchen. Wenn einer ein kritisches Urteil hat, ist er es. Er wird mir sagen, Lucchesi kann Amontillado nicht von Jerry unterscheiden.« »Und doch behaupten so ein paar Narren, dass sein Weinverstand dem Deinigen gleichkomme.« »Komm, lass uns gehen.« »Wohin?« »In deine Kellereien.« »Nein, mein Freund, ich will nicht deine Gutmütigkeit ausnützen. Ich sehe, du bist beschäftigt. Lucchesi, ich bin nicht beschäftigt, komm.« »Lieber Freund, nein, es ist ja nicht nur das, dass du etwas anderes vorhattest. Du bist ernstlich erkältet. Die Kellergewölbe sind unerträglich feucht, sie haben eine Salpeterkruste angesetzt. »Lass uns trotzdem gehen. Die Erkältung ist nicht der Rede wert. Amontillado, man hat dich betrogen. Und Lucchesi, der kann Jerry von Amontillado nicht unterscheiden.« Mit diesen Worten hing Fortunato sich an meinen Arm. Ich nahm eine große Seidenmaske vors Gesicht, hüllte mich dicht in meinen Mantel und ließ es geschehen, daß mein Freund mich eilends zu meinem Palazzo geleitete. Die Dienerschaft war nicht zu Hause. Der Karneval hatte sie hinausgelockt. Ich hatte den Leuten gesagt, daß ich nicht vor dem nächsten Morgen heimkommen würde und ihnen streng verboten, sich aus dem Hause zu rühren. Ich wußte, daß dies genügte, damit alle zusammen, sobald ich den Rückenwande davonliefen. Ich nahm zwei Fackeln aus den Ringen an der Wand, gab Fortunato eine davon und komplementierte ihn durch mehrere Zimmerreihen in den Bogengang, der zu den Gewölben führte. Ich schritt eine lange gewundene Treppe hinab und bat ihn, mir vorsichtig zu folgen. Endlich kamen wir unten an und standen zusammen in der feuchten Tiefe der Katakomben der Montresors. Der Gang meines Freundes war unsicher und die Schellen an seiner Kappe klingelten bei seinen Schritten. Das Fass, sagte er, und das ist weiter hinten, antwortete ich. Siehst du das weiße Gewebe, das da ringsum von den Kellermauern leuchtet? Er wandte sich mir zu und sah mir in die Augen. Seine Blicke waren feucht von Schnupfen und Trunkenheit. »Salpeter«, sagte er schließlich. »Salpeter«, erwiderte ich, »wie lange hast du schon diesen Husten?« Er hustete, hustete, hustete. Mein armer Freund konnte minutenlang keine Antwort geben. »Es ist nichts«, erwiderte er dann. »Komm«, sagte ich, »sehr bestimmt. Wir wollen umkehren. Deine Gesundheit ist kostbar. Du bist reich, geachtet, bewundert, geliebt. Du bist glücklich, wie ich einst war. Du würdest eine Lücke hinterlassen. Um mich ist das nicht schade. Wir wollen umkehren. Du wirst krank werden. Und ich kann das nicht verantworten. Übrigens kann ja Lucchesi genug. Der Husten ist ganz belanglos. Er wird mich nicht umbringen. Ich werde nicht an meinem Husten zugrunde gehen.« »Wahr«, »wahr«, erwiderte ich. »Wirklich, ich hatte nicht die Absicht, dich unnötig zu beunruhigen. Aber du solltest die Vorsicht nicht außer Acht lassen. Ein Schluck Medoc wird uns vor der Einwirkung der Dünste schützen.« Bei diesen Worten zog ich aus einer langen Flaschenreihe, die längs der Mauer auf der Erde lag, eine Flasche hervor und schlug ihr den Hals ab. »Trink«, sagte ich und bot ihm den Wein. Er setzte ihn an die Lippen. Er hielt inne, nickte mir vertraulich zu. Seine Glöckchen klingelten. »Ich trinke«, sagte er, »auf die Toten, die hier unten ruhen.« »Und ich auf dein langes Leben.« Er nahm von Neuem meinen Arm, und wir gingen weiter. »Diese Gewölbe«, sagte er, »sind weitläufig.« »Die Montresors«, erwiderte ich, »waren eine große und zahlreiche Familie.« »Ich vergaß dein Wappenzeichen.« »Ein riesiger goldener Fuß in blauem Feld.« »Der Fuß zertritt eine sich bäumende Schlange, deren Zähne ihm in der Ferse sitzen.« »Und das Motto?« »Nemo me impune lakessit.« »Gut«, sagte er. Der Wein flackerte aus seinen Augen, und die Glöckchen klingelten. Auch mir stieg der Medoc zu Kopfe. Wir waren an einer ganzen Reihe aufgestapelter Skelette und Fässer vorbei, bis in den entlegensten Teil der Katakomben gelangt. Ich blieb wieder stehen, und diesmal wagte ich es, Fortunato am Arm zu rütteln. »Der Salpeter«, sagte ich, »sieh, wie es immer mehr wird. Er hängt an den Wölbungen wie Moos. Wir sind unter dem Flußbett. Die Nässe tropft durch die Skelette. Komm, wir wollen umkehren, ehe es zu spät ist, dein Husten nicht der Rede wert«, sagte er. »Lass uns weitergehen. Vorher aber noch einen Schluck Medoc.« Ich schlug einer Flasche de Grave den Hals ab und reichte sie ihm. Er lehrte sie mit einem Zug. In seinen Augen flackerte ein wildes Licht. Er lachte und warf die Flasche mit einer seltsamen Bewegung zur Decke. Einer Geste, die ich nicht verstand. Ich sah ihn verwundert an. Er wiederholte die absonderliche Geste. »Du verstehst nicht«, sagte er. »Nicht im Geringsten«, antwortete ich. »Du gehörst nicht zur Bruderschaft.« »Wie?« »Du bist kein Maurer.« »Ja, ja«, sagte ich, »jawohl, ja.« »Du, unmöglich, ein Maurer.« »Ein Maurer«, antwortete ich. »Ein Zeichen«, sagte er. »Hier ist es«, erwiderte ich, aus den Falten meines Überwurfes eine Maurerkelle hervorziehend. »Du spaßest«, rief er aus und wich vor mir zurück. »Aber komm weiter zum Amontillado.« »Also gut«, sagte ich, nahm die Kelle wieder unter den Mantel und bot ihm den Arm. Er lehnte sich schwer darauf. Wir setzten unseren Weg fort. Wir gingen durch mehrere niedere Bogengänge, gingen hinab, hinauf und wieder hinab und betraten nun eine tiefe Gruft, wo die Luft so modrig war, dass unsere Fackeln nicht mehr flammten, sondern nur noch schwelten. Am entlegensten Ende der Gruft kam eine andere, kleinere zum Vorschein. An ihren Wänden waren bis zur Decke hinauf Menschenknochen aufgestapelt gewesen, ähnlich wie in den großen Katakomben von Paris. Drei Seiten dieser innersten Gruftkammer waren noch jetzt so geschmückt. Von der vierten waren die Knochen weggeräumt, sie lagen auf dem Boden herum und waren an einer Stelle zu einem Haufen aufgetürmt. Inmitten der so bloßgelegten Mauer bemerkten wir noch eine letzte Höhlung. Sie war etwa vier Fuß tief, drei Fuß breit und sechs bis sieben Fuß hoch. Sie schien nicht zu irgendeinem besonderen Zwecke gemacht worden zu sein, sondern bildete lediglich den Zwischenraum zwischen drei der mächtigen Stützpfeiler, die die Deckenwölbung der Katakomben trugen. Ihre Rückwand wurde von einer der massiven Granitmauern gebildet. Vergeblich hob Fortunato seine trübe Fackel, um in die Tiefe der Höhlung zu spähen. Das schwache Licht gestattete nicht, die Rückwand zu erblicken. »Geh weiter«, sagte ich, »hier drin ist der Amontillado. Übrigens könnte Lucchesi—'er ist ein Dummkopf«, fiel mir mein Freund ins Wort, während er unsicher vorwärts schritt. Ich folgte ihm auf den Fersen. Einen Augenblick später hatte er das Ende der Höhlung erreicht. Verdutzt stand er vor der Mauer, die ihm Halt gebot. Und noch einen Augenblick später hatte ich ihn an den Granit gefesselt. In der Mauer befanden sich auf gleicher Höhe und in zwei Fuß Entfernung voneinander zwei Schließhaken. An einem derselben hing eine kurze Kette, am anderen ein Vorlegeschloss. Ich warf die Kette um Fortunatos Leib und befestigte sie im Schloss. Das Ganze war nur das Werk weniger Sekunden. Er war zu verblüfft, um Widerstand entgegenzusetzen. Ich zog den Schlüssel ab und trat aus der Nische zurück. »Streich mit der Hand über die Mauer«, sagte ich, »du wirst den Salpeter fühlen. Wahrhaftig, es ist bedenklich feucht da drinnen. Noch einmal, laß dich beschwören, umzukehren. »Nein, dann muß ich dich wirklich verlassen. Aber zuerst muß ich dir noch all die kleinen Aufmerksamkeiten erweisen, die in meiner Macht stehen.« »Der Amontillado«, rief mein Freund, der sich von seinem Erstaunen noch nicht erholt hatte. »Gewiß«, erwiderte ich, »der Amontillado.« Bei diesen Worten machte ich mir an dem Knochenhaufen zu schaffen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich warf die Knochen beiseite und legte bald eine Anzahl Mauersteine und ein Häufchen Mörtel bloß. Mit diesen Materialien und mit Hilfe der Maurerkelle begann ich, eilig den Eingang der Nische zuzumauern. Ich hatte kaum die erste Reihe des Mauerwerks errichtet, als ich entdeckte, dass Fortunatos Betrunkenheit sehr nachgelassen hatte. Das erste Anzeichen dafür gab mir ein leiser, klagender Schrei, der aus der Tiefe der Hüllung kam. Es war nicht der Schrei eines Betrunkenen. Dann folgte ein langes, eigensinniges Schweigen. Ich mauerte eine zweite Reihe und eine dritte und vierte, und dann hörte ich das wütende Stoßen und Schwingen an der gespannten Kette. Das Geräusch dauerte mehrere Minuten, während welcher ich, um besser lauschen zu können, meine Arbeit einstellte und mich auf den Knochenhaufen setzte. Als das hastige Klirren endlich aufhörte, ergriff ich von neuem die Kelle und vollendete ohne Unterbrechung die fünfte, die sechste und die siebente Reihe. Der Wall war nun fast in gleicher Höhe mit meiner Brust. Ich hielt von neuem inne, hob die Fackel über das Mauerwerk und warf damit ein paar schwache Strahlen auf die Gestalt da drinnen. Da stieß der Gefesselte plötzlich wilde Schreie aus, viele laute, gellende Schreie, die mich zurücktaumeln machten. Einen Augenblick zögerte ich, zitterte ich. Ich zog den Degen und stach damit in das Dunkel der Nische hinein. Doch nach kurzer Überlegung beruhigte ich mich wieder. Ich legte die Hand auf das massive Gemäuer der Katakomben und war befriedigt. Ich trat wieder an meine Mauer. Ich antwortete auf das Geheul des Rufenden. Ich ahmte es nach, verstärkte es, übertönte es. Das tat ich eine Weile, und der Schreier wurde still. Es war jetzt Mitternacht, und meine Arbeit nahte ihrem Ende. Ich hatte die achte, die neunte und die zehnte Reihe vollendet. Ich hatte einen Teil der elften und letzten Reihe beendet. Es blieb nur noch, ein einziger Stein einzusetzen und festzumauern. Ich rang mit seinem Gewicht. Ich hob ihn an seinen Platz, konnte ihm jedoch nicht sogleich seine richtige Lage geben. Jetzt kam aus der Nische ein leises Lachen, das mir die Haare auf dem Kopf zu Berge stehen machte. Dann sprach eine traurige Stimme, die ich nur schwer als die Stimme des edlen Fortunato erkennen konnte. Die Stimme sagte, hafte ich ein guter Spaß. Wir werden im Palazzo noch oft darüber lachen, über unserem Wein. Den Amontillado, sagte ich. Aber ist es nicht schon spät? Werden Sie uns nicht im Palazzo erwarten? Die Lady Fortunato und die anderen. Laß uns gehen. Ja, sagte ich. Laß uns gehen. Bei der Liebe Gottes, Montresor. Ja, sagte ich. Bei der Liebe Gottes. Aber auf diese Worte erwartete ich vergeblich eine Antwort. Ich wurde ungeduldig. Ich rief laut, Fortunato. Keine Antwort. Ich rief wieder, Fortunato. Noch keine Antwort. Ich nahm seine Fackel, stieß sie durch die Öffnung und ließ sie drinnen zu Boden fallen. Als Antwort kam nur ein Klingeln der Schellen. Mein Herz wurde schwer. Infolge der Moderluft in den Katakomben. Ich beeilte mich, meine Arbeit zu beenden. Ich zwang den letzten Stein in seine richtige Lage. Ich mauerte ihn ein. Gegen das neue Mauerwerk türmte ich den alten Knochenwall auf. Seit einem halben Jahrhundert hat kein Sterblicher ihn angerührt. En pace requiescat. Ende von Das Fass am Montillado Gelesen von Hokuspokus Der Schatten von Hermann Stär Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Seit Johannes Täuber von seinem Lehramte pensioniert war, hatte man ihn vollends vergessen. Er bewohnte in einem abgelegenen Hause drei Zimmer, deren Fenster über das wellige Feld hin nach dem nahen Gebirge sahen. In seinen Stuben herrschte eine so vollkommene Stille, dass es niemand einfiel zu denken, es lebe da irgendwer. Gegen den halben Vormittag stieg er mit seinem geräuschlosen Schritte die Treppe herunter. Die Hände mit dem Stock auf dem Rücken, das Gesicht sinnend geneigt, eilte er auf das Feld, das er kreuz und quer durchmaß, vor Zeit zu Zeit stehenbleibend und mit dem Stock in den Boden stochernd, wie jemand tut, der mit sich nicht ins Reine kommen kann. Er durfte nicht fünfhundert Meter entfernt sein, so wirkte er im Felde nicht anders wie ein niedriger Pfahl, so dünn und zierlich war er. Redete ihn jemand an, so hob er das Gesicht und gab mit einer jungen hellen Stimme Bescheid über das Wetter, den Weg, die Ernte oder was der Neugierige immer für ein Gespräch anfing, und lächelte mit seinen übergroßen Augen so überlegen, dass niemand ein zweites Mal versuchte, mit ihm eine Unterhaltung anzuknüpfen. Immer wenn er so ziellos umherging, mit etwas Verborgenem in leidenschaftlichem Verkehr, trug er dieselben grauen Kleider, die er aus seiner Amtszeit herübergenommen hatte, Sonntag und Woche, als ob die Festtage der übrigen ohne Bedeutung für ihn seien. Er machte einen ganz unwirklichen Eindruck, und kaum dass seine Gestalt in Blicken entschwunden war, hielt es schwer, sie sich leibhaftig vorzustellen, so vollständig schien er fern von allem zu sein, was der anderen Menschen Leben bewegt. Niemand konnte auch genau angeben, wann er nach Weißenhagen gekommen war. Als man den kleinen Mann bemerkte, wie er eilig, fast schüchtern, durch die volkreiche Straße huschte, lebte er schon einige Jahre am Ort, und niemand war imstande, etwas anderes von ihm anzugeben, als daß er vorher als Substitut in Brechtelsdorf gewirkt habe und ganz ohne Anhang sei. Einstmals noch in seiner Amtszeit, vor vielen, vielen Jahren, nach den großen Ferien, erschien er mit einer stillen, zarten Frau am Arme. Über seinem Wesen lag Zuversicht, sein Gang wurde fester und steter, seine Augen sahen freier in die Welt, aber, nach wie viel Zeit konnte niemand sagen, ging er wieder allein, noch eiliger, leiser und schüchterner als vorher. Es hieß, die stille, zarte Frau liege zu Hause und sterbe. Lange Monde rang sie sich los, von niemand gesehen und bewacht als von ihrem leisen, wunderlichen Manne. Endlich schritt er hinter ihrem Sarge, einsam, blass und unbegreiflich. Trockenen Auges schüttelte er die drei Schäufelchen Erde auf ihren Sarg, ließ einen Deckstein auf dem Grabe errichten und entfernte sich, als er die Arbeit der Steinmetzen besichtigt hatte, um den Kirchhof nie wieder zu betreten. Das Grabmal, ein weißes Marmorkreuz, tug nichts als die Inschrift Marie Täuber. Die Frauen, die vorübergingen und die Worte lasen, erbitterten sich in ihrem Herzen, dass ein Weib von ihrem Manne so lieblos eingescharrt und so bald vergessen werden könne. So kam es, dass der Pfarrer von Weißenhagen auch ungehalten wurde über die Herzenshärte Johannes Täubers, der doch als Christ und Lehrer in jeder Hinsicht einem vorbildlichen Wandel ergeben sein müßte. Um ihn an seine Pflicht der Verstorbenen gegenüber zu mahnen, bestellte er ihn eines Tages zu einer Strafpredigt zu sich. Als er seine Ermahnungen beendet hatte, saß Täuber still, das Gesicht kalbweiß, verzweifelt, die Augen unverwandt auf die schmalen Hände gerichtet, die er verschlungen zwischen den Knien hielt. Plötzlich fuhr er in die Höhe und trat der erhobenen Ames an den Schreibtisch, vor welchem der Pfarrer saß, stotterte etwas und schrie endlich in großer Qual, »Sie wissen gar nichts!« Dann nahm er seinen Hut und ging leise zur Tür hinaus. Der Geistliche Gestandes habe ihn etwas wie Furcht gepackt, als dieser schwache Mann auf ihn zugesprungen sei, und noch Stunden nachher habe seine Seele eine Öde erfüllt, als beschwerte ihn die Verfehlung an einer reinen Macht. Er war nunmehr der Meinung, Täuber habe durch die Leiden und den Tod seines Weibes ein namenloses Unglück betroffen, daß er wie ein Held auf eine Weise trage, die nichts beweise, als daß ein hartes Schicksal wunderliche Menschen, noch wunderlicher mache. Bald aber sollte ein Ereignis dies milde Urteil erschüttern. Der Sohn eines Gutsbesitzers aus dem Nachbardorfe hatte zu der einzigen Tochter eines steinreichen Bürgers von Weißenhagen eine heftige Neigung gefaßt, die von dem Mädchen erwidert wurde, das ebenso durch Schönheit als durch anmutigen Geist ausgezeichnet war. Einige Zeit lang genossen die beiden das unruhige Glück einer geheimen Liebe. Endlich überwältigte den jungen Mann die Sehnsucht nach dem Besitz seiner Angebeteten, und er hielt alle Bedenken in den Wind schlagend um ihre Hand an. Er wurde als Nacktsack- und Missgiftspießer mit Spott überhäuft und verließ, in seiner Mannes Ehre tief gekränkt, das Haus des hartherzigen Reichen ohne die Treue seines Mädchens weiter zu erproben. Die Arme war todestraurig, sich so leicht verlassen zu sehen, konnte aber nicht anders, als ihm im Herzen ergeben zu bleiben und auf eine jener wunderbaren Fügungen zu vertrauen, die den unglücklich Liebenden so oft zu Hilfe kommen. Ihre Hoffnung war vergeblich. Die Sterne, die allen beladenen Trostspenden erblindeten für sie, und da sich niemand ihrer Not erbarmte, nahm sie die Zuflucht zum Tode, der so lange bei Tag und Nacht neben ihr gegangen war, bis sie sich eines Abends willig von ihm durch die Lindenallee führen und in den Teich stoßen ließ. Am anderen Tage zog man den entseelten Körper ans Land. Eine unabsehbare Menge begleitete das klagenswerte Opfer ihrer Liebe zu Grabe, und da der Vater, ein begoter Mann, als Wohltäter der Schule bekannt war, sangen die Lehrer in ihrem Grabe einen vierstimmigen Männerchor. Sie standen neben dem Geistlichen, der mit seinem tiefen Bast die ergreifenden Totenklagen psalmodierte. Johannes Täuber war unter ihnen. Die Worte des Pfarrers hatten aller Schmerz erlöst, und es war ein Schluchzen über den Kirchhof. Nun traten die Träger in das offene Grab. Die Stangen, auf denen der Sarg über der Grube gestanden hatte, wurden weggezogen, und die Männer faßten die Leichentücher. Der Gesang setzte ein, und schwankend versanken die sterblichen Überreste für immer in die Erde. In diesem beklemmendsten Augenblicke, da der Schmerz der Mutter zur erschütternden Klage sich steigerte, verfärbte sich Johannes Täuber in tödlicher Verzweiflung. Ein Augenblick versuchte er von seinem Nachbarn angestoßen, der Erregung Herr zu werden, und knüllte das Papier in seinen Händen zusammen. Der magere Körper schlotterte wie in großem Frost, und dann fiel er mit einem Wellenschrei zu Boden. Er stürzte mit dem Gesicht zur Erde, und als man ihn aufrichten wollte, griff er mit den Händen in den Acker und stöhnte nur immer, Martha, Martha, Martha! Ein Mann aus dem Volke war über diesen wilden Schmerzensausbruch erbost, fast ihm am Genick drückte seinen Kopf auf den Boden, und erstickte so seine verzweiflungsvollen Rufe. Seit dieser Zeit wurde Johannes Täuber noch scheuer. Wenn er früher bei außergewöhnlichen Anlässen noch unter den Menschen erschienen war, so wich er ihn jetzt aus, und gewöhnte sich seiner einsamen Streifereien in Feld und Wald an. Nicht anders benahm er sich, als habe er vor allen sein bestes Geheimnis bloßgestellt. Niemand aber verstand sein Betragen auf dem Gottesacker. Er konnte mit seinen Rufen weder seine Frau, noch auch die Tote gemeint haben, denn beide trugen andere Vornamen, und da es bekannt war, dass er seit je gegen Frauen die gleiche Verschlossenheit bewiesen hatte wie gegen Männer, so müßte man leider den Gedanken an eine geheime Liebschaft aufgeben. Nur das war denkbar, dass er in früher Jugend die tiefe Wunde einer unglücklichen Liebe erhalten, sie all die Jahre verschwiegen, in sich getragen habe, und nun am Grabe dieses jungen Opfers, der schönsten Menschenleidenschaft, von der Erinnerung bis zur Bewußtlosigkeit erschüttert worden sei. Einem Kollegen, der an derselben Schule wie Johannes Täuber wirkte, kam diese Erleuchtung zuerst. Er erfreute sich ihrer infolge eines angeborenen Instinktes, der überall da sein starkes Interesse am Leben der Nebenmenschen wachrief, wo sich brüchige Verhältnisse offenbarten, aber es waren keine tieferen Gründe, die ihn verleiteten, seine scharfen Augen forschend nach dem Leid der Menschen zu richten, sondern ihn stachelte die niedere Freude an der Aufdeckung eines Skandals allein. Dabei besaß er Energie und Geduld genug, seinen Verdacht durch ein Gewirr widersprechendster Erscheinungen unbeirrt zu verfolgen. Dieser Mann, den die stete Aufregung seiner hämischen Seele vorzeitig hatte ergrauen lassen, machte sich daran, Erkundigungen einzuziehen über die Familie Täubers, sein Leben während des Studiums und vor allem über den Bekanntenkreis während seiner Rechtelsdorfer Wirksamkeit. Er heimste eine recht karge Ausbeute ein, und es zeigte sich, dass der Lebensgang Johannes Täubers so gleichmäßig verlaufen war, wie er nur je einem Manne aus sehr engen Verhältnissen beschieden ist, der den Ehrgeiz nicht unterdrücken kann, einst den Katheder einer Volksschule zu besteigen. Außerdem maß dieser Kriminalist aus Neigung auch alles zu sehr nach dem äußeren Gewicht, infolgedessen fand nur die Tatsache als verdächtiges Vorkommnis vor seinem Spürsinn Beachtung, dass Johannes Täuber in Bechtelsdorf in ziemlich nahem Verkehr mit dem damaligen Oberamtmann Müller gestanden hatte, der als Wüstling und bösartiger Draufgänger gesellschaftlich fast ganz isoliert gewesen war. Knall und Fall ohne ersichtlichen Grund hatte sich Täuber von dem Gutseherrn zurückgezogen und seine Stelle als Amtsschreiber quittiert. Genau zu dieser Zeit war die einzige Tochter, die als eine schlanke melancholische Schönheit noch allen Bechtelsdorfern heute im Gedächtnis war, verschwunden, um nicht lange danach in einer entfernten Provinz dem Direktor einer Zuckerfabrik angetraut zu werden. Es war gewagt, an die Möglichkeit eines Liebesverhältnisses eines Lehrers zur Tochter eines Großagrariers zu denken, ja geradezu grotesk, wenn man sich dieses verschüchterte, magere Männchen vorstellte, dessen ganze Macht in den großen Augen lag. Allein die junge Dame hatte Martha Müller geheißen, und das war das einzige Moment, das den Späher nicht ganz verzweifeln ließ, hinter das Geheimnis des Kleinen zu kommen. Mit einer Zuversicht, die er sich gerade in Augenblicken zulegte, in denen seine Kombinationsgabe ins Arge geraten war, überraschte er Johannes Täuber auf seiner einsamen Streife und begann von einer fingierten Reise zu reden, auf der ihm allerhand Außergewöhnliches zugestoßen sein sollte. So wollte er auch auf der Station Thale im Harz mit einem Domänenbesitzer A.D. mit Namen Müller zusammengetroffen sein, der in selbstloser Weise als feiner, gütiger Kavalier sich seiner angenommen habe, da ihm, dem Reiseunkundigen, sein Gepäck abhandengekommen war. Nun pürschte er sich immer näher, erzählte auch von dessen Tochter und ihrem Manne, einem unnötig pompösen Menschen, und beobachtete, neben dem Kleinen hergehend, aufmerksam dessen Mienen und Gebärden. Täuber hörte gelassen zu, stach dann und wann den Stock tief in den Boden und hob bei einer Pause, die der Sprecher eintreten lassen müsste, weil ihm seine Fantasie ausgegangen war, das Gesicht, heftete seine Augen fest auf ihn und sagte mit sanfter Bestimmtheit, »Ja, da haben Sie allerdings recht erfahren. Zu meiner Zeit saß auf der Domäne in Bechtelsdorf ein Oberamtmann Müller. Seine Tochter trug auch den Namen Martha, genau denselben, den ich in meinem Nervenschock auf dem Kirchhofe genannt habe. Aber ich bitte Sie, ist das eine Schande?« Dann schüttelte er mit einem bösen Lächeln den Kopf, nahm den Stock auf den Rücken und verfiel in grüblerische Einsamkeit. Diese Versunkenheit legte sich wie ein Nebel um ihn, so daß der Ausfrager außer jeden inneren Kontakt mit ihm geriet, eine Flut von Entschuldigungen und Versicherungen herausstieß, sich in banale Wortmacherei verlor und endlich von ihm ging mit der Empfindung, sehr dumm gewesen zu sein. Aber auch in dem hartnäckigen Glauben zwischen Johannestäuber und Martha Müller müsse irgendwas vorgegangen sein. Und während er den steinigen Weg nach dem Dorfe zuhin schritt, sah er immer die schmerzlich großen Augen des kleinen Eremiten auf sich gerichtet und müßte dem Pfarrer recht geben, daß eine stille Dämonie in ihnen wohne. Gott, und wenn sie auf ihn Eindruck gemacht hatten, warum sollte es so gänzlich unmöglich sein, daß sie einem jungen, dummen Dinge gefährlich geworden waren, noch dazu in der Jugend, als ihre dringende Glut sicher stärker geleuchtet hat als heute? Solches sinnend geriet der verunglückte Inquisitor in immer eiligeres Stolpern. Er mochte sich mit dem Willen ärgerlich noch so sehr dagegen stemmen, ihm war, als fliehe er. Wäre er mit der feinen Empfindungsfähigkeit nervöser behaftet gewesen, er hätte wohl den bitter höhnischen Blick Johannes Täubers mit dem Rücken gefühlt. Denn der kleine Mann stand an der Lisiere des Waldes und verfolgte den Davonstolpernden mit den Augen. Er legte eine böse, verwundete Kraft in seine Augen, mit der er ihn zur Flucht trieb, und es war, als erschöpfe er sich mit diesem starrfeindseligen Blick, denn der Ausdruck seines Gesichtes wurde immer leerer. Es erblaßte und erstarrte endlich in jener verzweiflungsvollen Wehmut, die der Schatten von düsteren, schlaflosen Erinnerungen ist. Er war von der plumpen Neugier des Kollegen mitten in die heimlichen Strudel seines Lebens gestoßen worden, das Fieber aus den Schluchten seiner Vergangenheit überfiel ihn. Umsonst brach er in lautes Lachen aus, um es abzuschütteln, umsonst begann er eilig zu laufen, seine Not nach außen zu erlahmen. Es war wieder, als säße der glühende Alb auf ihm und wollte ihn zu Tode reiten. Am Abend kehrte er unter dem Schutze der Dämmerung blass und abgehetzt in seine Wohnung zurück, die Kleider beschmutzt mit dürren Nadeln und dem haardünnen Gras der Waldblößen übersät, als sei er von einem Widersacher im Kampf niedergerungen und über den Boden geschleift worden. Seine melancholisch fette Wirtin stieß einen Schreckensruf aus. Täuber, dessen Kopf wie der eines Trunkene nach hinten hing, lachte bei seinem Eintritt heiser laut gegen die Decke, über sich lallend. »Ich mag nichts essen, nichts, gar nichts«, schwenkte er schlotternd seinen Hut und verschwand in seiner Stube, deren Tür er fest hinter sich zuzog. Frau Niesig hörte seinen Stock über die Diele poltern und vernahm das Krachen des Lehnsessels. Er lauschte noch einige stöhnende Atemzüge und begab sich dann auf den Stuhl zwischen Küchenschrank und Anrichtetisch, um zu ergründen, welche Umstände den ehrenfesten Mann zu solch tiefen, sündigen Falle gebracht haben könnten, denn dass ihm der Haarbeutel vom Weindunst schwankte, war nicht zu verkennen. In ihrem Eifer unter der lockeren Männerwelt des Ortes den Schuldigen herauszufinden, der die Arglosigkeit dieser einsamen Kinderseele zu seinem Spaße mißbraucht haben könnte, geriet sie immer tiefer in das Gebiet weltlicher Schandhaftigkeit und hing mit Wolllust diesen betrübsamen Meditationen nach, bis sie, die gerungenen Hände sorgsam untergeschoben, ihre Stirn zu gesegnetem Schlaf neigte. Tief in der Nacht erwachte sie, und auffahrend grinste sie von der gegenüberliegenden Wand ein langes, linnenweißes Gesicht an, das in der Gebärde verzweifelten Schreiens ganz lang geworden war. Nach kurzem Schreck fand sie sich wieder, rückte den weißen Porzellanseier aus dem Mondlicht und strich mit benästem Finger die Haare hinter die Ohren. Aus Täubers Stube drang leises Räuspern. Frau Niesig schlich geräuschlos hinein, um sich zu vergewissern, ob ihre Hilfe vielleicht noch notwendig sei. Die Vorhänge waren nicht herabgelassen, das Bett unberührt, das Zimmer von dunstigem Vollmondlicht erfüllt, in dem eine Unruhe lag. Von schwachen Pulsen war hat die milchige Helle zitternd gegen die Wände getrieben, dass alle Gegenstände wie unter dem Fluten von Wasserwellen hin und her zu schwanken schienen. Endlich gewahrte sie Täuber, noch immer im Lehnsessel, den er offenbar die ganze Zeit über nicht verlassen hatte. Sein schmaler Körper hing aufgereckt an dem äußersten Saume des Sessels und sein Gesicht hielt er unbeweglich gegen die Eintretende gewendet, wie einer, der durch eine unvermutete Erscheinung zwischen Aufspringen und Bangen gebannt wird. Als Frau Niesig noch einen Schritt vorwärts tun wollte, streckte Täuber abwährend die Rechte gegen sie aus und sagte mit unendlich trauriger Stimme, »Marie, du weißt es doch, komm nicht näher. Sie blüht noch immer über mir, stärker und lebendiger als je.« Frau Niesig, die Alma hieß, er sah wohl, dass sie nicht gemeint sei und dachte, es handele sich hier um Halluzinationen, wie sie ein Übermaß von Alkohol gerade in völlig Abstinenten hervorbringt. Aber seine Stimme, seine Stimme war so seltsam klar und sicher. Darum ermannte sie sich und sagte, »Herr, es ist tiefe Nacht.« Aber sie mußte abbrechen, denn ihre Stimme erklang ihr dumm und unwirklich zugleich, von der Stimme eines Fremden mit heißem Munde ins Ohr gesprochen und Täuber hatte sich noch mehr gereckt. Alles an ihm, sein stillstehendes Gesicht, seine weit geöffneten Augen, sein Mund, war krankhaft gespanntes Horchen. »Sprich weiter«, sagte er und schlang hörbar in schmerzvoller Erwartung. Da sie vor Furcht seiner Aufforderung nicht nachkam, senkte er enttäuscht das Haupt und sah auf seine würkend gefalteten Hände zwischen den Knien. Frau Niesig benutzte diesen günstigen Moment und schlich aus dem vollen Mondstrahl in das Dunkel zurück, um in seinem Schutze zu entweichen. Sie erhob eben die Hände nach dem Türgriff, als die Stimme Täubers wieder laut wurde. Noch immer über seine Hände gebeugt, sagte er in bitterer Anklage, »Herr, immer der Herr!« Dann hob er sein Gesicht, bohrte die Blicke auf die Stelle, die sie eben verlassen hatte, und frug lauernd jenes Wesen, mit dem er seine Wirtin verwechselt hatte, seine verstorbene Frau, deren Geist er vor sich zu haben glaubte. »Ja, warum mag dich der Herr nicht, da du doch bei ihm bist?« »Oder warum bleibst du nicht bei ihm, sondern hetzest meine Tage, daß sie vor mir lauern wie Hunde mit glasigen Augen? »Und meine Nächte, meine Nächte, die doch nicht mein sind?« »Der Herr, hm, hm, geh und klage ihm, daß du ein zweites Mal neben mir sterben würdest, wenn du ein zweites Mal neben mir leben müßtest.« Plötzlich richtete er sich auf und redete scharf und überstürzte immer auf die alte Stelle ein. »Was bleibst du nicht in den Wohnungen hinter dem Grabe? Nein, beim Himmel, du warst nicht mein Weib. Ich habe dich nicht berührt, weder mit dem Körper noch mit der Seele. Und bist du daran gestorben, so war es deine Schuld, da du von mir erwartetest, was ich dir nicht geben durfte, solange ihr Bild, ihr schöner Schatten, schön, süß, wie ihr Leben Tag und Nacht über mir blühte.« Bei den letzten Worten hob er sein Gesicht langsam nach der Decke und verharrte so mit verklärter Miene, als sei es ihm gelungen, den feindseligen Schatten zu verscheuchen, und als schimmere die ersehnte Gestalt nun »Näher«. Während dieser Entrückung des Unglücklichen gelang es Frau Nie, sich unbemerkt aus dem Zimmer zu schlüpfen. Ehe sie aber in dem Dunkel auf dem Küchentisch zwischen dem Geschirr den Schlüssel zu ihrer Schlafstube finden konnte, ertönte die Stimme Taubers schon wieder aus dem Nebenraum. Sie schien bald aus der hinteren Ecke zu kommen, bald hörte sie ihn hart an der Tür sprechen. Er müsste also lautlos in dem Zimmer umherschweifen, oder auf derselben Stelle verharrend sich bald da, bald dorthin wenden. Auf jeden Fall hatte er sich beruhigt. Seine Worte flössen mit der gewohnten milden Stimme leicht hin. Nur dann und wann wurden sie von etwas wie einem unterdrückten Schluchzen unterbrochen, und da die weibliche Neugier immer stärker ist als die Furcht, zog gerade dieser laut noch einmal das Ohr an die Tür. Er müßte gerade in der Stube herumwandeln, denn sie hörte ganz deutlich die Worte »Alles würde aufspringen, was liegt und dörrt in mir. Oh, alles, alles würde vergessen sein!« Darauf war es steinstill. Sie hörte das Knirschen ihres Fußgelenkes, als sie von der Tür zurück trat, und dachte, nun habe er sich angekleidet aufs Bett geworfen und werde bald eingeschlafen sein. Wiedererwarten begann er Unverständliches zu stammeln, mit flackernder Inbrunst, in Qual, zerrüttet, jubelnd, wie die alternde Frau es nur einmal für sich in der Jugend genossen hatte, und immer drang aus dem wirren Strom in höchster Ekstase ein Ruf, den sie nicht verstehen konnte. Er klang wie »Warte!«, »Harre!« oder »Martha!«. Aber jedes Mal trat ihr das Bild eines Jünglings vor die Seele, der in glühendem Mittagslicht rasenden Laufes dahin eilt und verzückt einen blühenden Zweig über seinem Haupt schwenkt. Nun, er ist recht voll Angst, denn was konnte geschehen, wenn er herauskam und sie fand, flüchtete sie ihre Unschuld ins Bett. Am anderen Tag bat sie um die Entlassung, da ihre Mutter erkrankt sei und ihrer Pflege bedürfe. Täubers Gesicht war blaß und übernächtigt. Die Augen lagen wie zwei große blaue Wunden unter der Stirn. Er nickte zustimmend und lächelte unendlich traurig, als er zum Abschiede seine feine, immer leise bebende Hand in ihr gut gepolstertes Greifvorgang legte. »Ich wünsche ihrer Mutter herzlich baldige Genesung und danke Ihnen für die treuen Dienste,« sagte er und sah dabei mit einem so tief ernsten Blick auf, dass sie aus unerklärlicher Scheu nicht wagte, in Weißenhagen deutlich über den Grund ihres plötzlichen Abganges zu sprechen. Trotzdem tauchte nach einiger Zeit im Dorfe das Gerücht auf, Johannes Täuber habe, einer heimlichen Liebschaft halber, seine Frau, diesen Engel an Güte und Schönheit, ums Leben gebracht. Besonders jene, die sich einst über sein unbegreiflich rohes Betragen nach dem Tode der Seligen erbußt hatten, brachten die öffentliche Meinung eine Zeit lang in leidenschaftliche Entrüstung. Der, den es betraf, erfuhr von all der Aufregung wohl nichts, denn Johannes Täuber wohnte als Emeritus schon draußen in dem abseitigen Hause. Nach dem plötzlichen Weggange der braven Nussigin hat er ein rapider Verfall seiner Kräfte eingesetzt. Sein Schlaf wie hier einem Fieber an dem Halbschlummer, seine Ruhe sah wie Stumpfsinn, seine Heiterkeit wie Raserei aus. Sein Gedächtnis erlosch teilweise, und auf dem Heimwege von der Schule blieb er oft mitten im flutenden Verkehr stehen, sah sich ängstlich um und ging dann in ein fremdes Haus. In der Klasse gefährdete er mit plötzlich ausbrechender Heftigkeit die ihm anvertrauten Kinder. Der Zorn raste in ihm, bis er apathisch auf den Stuhl sank. So beschloß die Behörde seine Pensionierung. »Sie haben wohl viel nächtlich gearbeitet und Ihre Kräfte in der Schule nicht geschont?« fragte ihn der untersuchende Arzt und setzte als unverbesserlicher Philosoph hinzu. »Denn der rechte gesunde Fleiß erhält sich selbst.« Johannes Täuber hob den gesenkten Blick und antwortete mit schmerzvoll glücklichem Lächeln. »Ja, Herr Doktor, manche schöne Nacht. Oh, wie viele! Davon mag sein. Aber ich mache mir keine Vorwürfe, denn Erschöpfung bedeutet doch auch Ausschöpfen. »Ja, aber man hat doch nur ein Leben«, war die Entgegnung des Arztes, der sich zu einer Disputation in Positur setzte, aus der für ihn manches lehrreiche Faktum über Psychopathie zu gewinnen war. »Eben deswegen bin ich nicht traurig«, antwortete Täuber einfach und empfahl sich. So verhielt es sich auch. Der frühgealterte trug von nun an stets einen hellen Schimmer im Gesicht, als wandle er immer an einer weißen Wand hin, und immer lag in seinen großen Augen das tiefe Staunen über einen nicht zu enträtselnden Traum. In jenem ersten Jahr nach seiner Amtsentlassung bemühten sich auch seine Feinde durchaus den Grund zu finden, weshalb er, im Felde umherschweifend, mit sich selbst rede und in dieser Gebärde der Ratlosigkeit mit der Spitze des Stockes den Acker umwühle. Nach manchem Schwanken drang die Ansicht durch, zur Strafe für das Verbrechen an seiner Frau habe ihm Gott den Verstand genommen, und er müsse nun nach der Toten graben, wo er stehe und gehe. Kein Unbefangener glaubte aber diesen Böswilligen, auf dem das Wunder dieser schönen, greisen Augen geruht hatte. Nur ganz scharfe Beobachter bemerkten schon damals um seine Augensterne einen farblosen Ring, stumpf und leblos, der aussah wie Beginn des Erblinden. In der Reihe der Jahre fraß dieses Erblassen immer weiter, bis endlich anstelle des seelentiefen Blaus eine milchige, opalisierende Scheibe auf dem altersgelben Weiß des Augapfels schwamm. Zwanzig Jahre dauerte es, bis der Schimmer seiner Augen von innen versenkt war, die starr, scheinbar ohne Blick, wirklich denen, der Blinden glichen. Dennoch hatte er seine Siegkraft nicht eingebüßt, denn wie sonst sah man den winzigen Mann, nur etwas gebeugter und unsicherer, auf dem Felde. Nur grub er mit dem Stocke nicht mehr nach der Toten, sondern hielt in nie müder Erwartung seine erblaßten Augen unendlichen Fernen hin, indem er umherging. Redete ihn jemand an, so wehrte er mit einer leidenschaftlichen Handbewegung ab und wandelte lauschend davon. Von Gipfeln weit hinter allen Bergen mußten sich für ihn wohl Stimmen aufmachen, deren Nahen nur seine hingebundenen Augen vernahmen. In manchen Frühlingsnächten klangen sie ihm wohl stärker, dann antwortete er ihnen. Man hörte ihn mitten in der Nacht ein leises, süßes Lied singen. Die jungen Töchter des Wirtes, die unter seinem Zimmer schliefen, meinten, es klinge, so seltsam es auch sei, wie der Gesang eines Liebenden, und sie würden jedes Mal von einem solchen Bangen ergriffen, dass sie sich umarmen und unter Tränen küssen müssten. Im Winter seines 71. Jahres stellte Johannes Täuber seine gewohnten Spaziergänge ein und verbrachte die Tage an jenem Fenster, von dem aus man die vorüberfahrenden Eisenbahnzüge erblicken konnte. Er versäumte es, nicht jeden Zug, der aus der Grafschaft Glatz kam, mit einer Aufmerksamkeit zu mustern, als erwarte er die Ankunft eines geliebten Menschen. In der Zwischenzeit blätterte er eifrig in dem gelben Fahrplan umher, wie einer, der eine lange Reise plant, und breitete wohl auch seine alten Fahrkarten vor sich aus. Versunken darauf starrend reiste seine ungeduldig gewordene Seele in alle Welt. So ging der Winter vorüber. Eines Tages hörte seine neue Wirtin ihn früher als sonst das Bett verlassen. Mit einer Unruhe und einem Gepolter, wie sie es nie von ihm gewohnt war, kleidete er sich an, und erschien bald darauf in seinem veralteten, schwarzen Festtagsanzug auf der Schwelle, zum schreckhaften Staunen der Haushälterin mit bestimmter Stimme fragend, ob ein Brief angekommen sei. Trotz des verneinenden Bescheides verließ er gleichwohl, gebürstet, den hohen Hut auf dem weißen Haar, den nie gebrauchten Stock mit der Silberkrücke in der Hand, das Haus. Nachdem er in einer Blumenhandlung ein Zweig roter Rosen erstanden hatte, schlug er den Weg nach dem Bahnhofverein und schritt in Unruhe das Geleise hinaufspähend den Perronen hin und her. Donnernd brauste der Zuge unter das Dach der Rampe, die Türen wurden aufgerissen und die Reisenden strömten heraus. Täuber, in komischer Ängstlichkeit und der fortwährendem Bitte, die Blumen hochhaltend, drängte sich ungestüm durch den Schwarm. Erblickte eine greise Dame, so stutzte er einen Augenblick, nahm einen kleinen Anlauf, sie anzusprechen, und ließ traurig ab, wenn er bemerkte, daß die Erhoffte nicht sei. Vor der Weiterfahrt musterte er nochmals die Gesichter der herauslehnenden Passagiere und warf dann die Rosen auf die Schienen, wo sie bald von den Rädern vernichtet wurden. Zuletzt stand er noch lange und starrte den davoneilenden Wagen nach, bis er sich aus dem Hinsinnen aufraffte, verlegen um sich spähte und hüstelnd davonging. Das wiederholte sich zum Vergnügen der Bahnbeamten nun in gleicher Weise alle Tage. Manchmal erschien der komische Kreis am Vormittag, manchmal gegen Abend, aber immer spielte sich der Vorgang vor den Zügen der Gebirgsbahn ab. Nachdem er sich durch den Reisetruppel des Juli gekämpft hatte, war seine Erschöpfung unverkennbar. Von jetzt ab nahm er nach dem Betreten des Perrons auf der Bank neben dem Ausgange Platz und den unvermeidlichen Rosenzweig schonend auf den Knien, musterte er den Menschenstrom oft mit der Miene letzter Trostlosigkeit. Allein keine Vorstellung, keine Bitte brachte ihn zum Verzicht auf sein unbegreifliches Treiben. Auf alles hatte er als Antwort das Lächeln des Wissenden, der seines Erfolges sicher ist. Vielleicht war dann auch wirklich sein letztes Erlebnis die Erfüllung seiner letzten Hoffnung. Es war im August desselben Jahres, an einem Tage, an dem diesen blendenden Monat gleichsam eine Ahnung des nahen Herbstes überfällt. Das weiße Sonnenlicht lag wie fliehend in ganz weite Entfernungen gerückt, über alle Dinge floß schimmernder Dunst, so daß sie ohne Schatten dastanden. Seines gewohnten Wesens beraubt schien sich alles in wahrer Verwunderung zu recken. Gedämpft erklangen und verhalten die Rufe der Vögel. Das Bahnhofsgebäude lag riesig und versunken da, und die ein- und ausgehenden Leute schrien unnötig laut im Kampfe gegen den Druck, der auf allem lastete, und vermehrten damit nur die beklemmende Stille. Johannes Täuber, der heute auf dem gewohnten Wege öfter als sonst hatte müssen stehen bleiben, war gleich in teilnahmsloses Zusammenkauern verfallen, nachdem er den Platz auf seiner Bank eingenommen hatte. Der Rosenzweig lag neben ihm auf den Latten des Sitzes, und seine Hände hielt er unausgesetzt zwischen den Knien, ihre Flächen genauer aufeinander passend. In Zwischenräumen nur bewegte er die Zeigefinger gegeneinander und regte verneint sein weißes Haupt. Auch als der erwartete Zug zögernd einlief, veränderte er seine Haltung nicht, nur einige Thüren klappten, und die wenigen Reisenden eilten wie flüchtend über den vereinsamten Platz. Zuletzt trat eine alte Dame säumig aus einem Abteil zweiter Klasse. Während der Träger ihr Gepäck zu dem in fünfzehn Minuten abgehenden Fernzuge auf den anderen Perron schaffte, lenkte sie ihre Schritte nach dem unbedachten Teile der Rampe, um sich dort im milden Lichte zu ergehen. Es war eine schlanke Gestalt mit schönem, ruhigem Gesicht. Die aufgewählten Scheitel ihres reichen, blühweißen Haares im Verein mit den jungen Augen verliehen ihr einen fast mädchenhaften Zauber. Kaum hatte sie ihr harmonischer Gang zehn Schritte weit in der Richtung auf den alten Täuper zugetragen, so fuhr der dürftige Greis aus seiner Lethargie auf, hielt einen Moment kurzen Stutzens den Kopf visierend hin und stand bald darauf, feierlich, aufgeregt, den hohen Hut in der Hand, vor der Dame, die, sei es aus Überraschung über die Kühnheit eines Wildfremden, sei es im ersten Schreck der Erinnerung, leicht zusammenfuhr und vorsichtshalber nach dem Stationsgebäude hinsah, in dessen offener Tür ein Assistent lehnte. Der verstand ihren fragenden Blick und fuhr unter Lächeln mit der Hand über die Stirn, um anzudeuten, dass es sich um einen Mann mit einem gutmütigen Spahn im Kopf verhandle. Dann zog er sich durch das Telegrafenzimmer in die kleine Werterbude zurück, die, in den Platz hineingestellt, einen bequemen Räucherposten abgab. Kaum hatte er sich dort in die Ecke gedrückt, so schritten die beiden auf die Bank Täubers zu. Des kleinen Greises Gesicht war blass von tödlichem Glück. Die Damen im Platz und Täuber blieb durchaus neben ihr stehen, indem ein großer Erregung Gewirr durcheinander sprach. »Aber warum setzen Sie sich denn nicht lieber?« fragte die Fremde zum zweiten Male. »Martha, warum Sie zu mir, warum jetzt noch Sie?« fragte Täuber bestürzt wieder, hielt seinen Kopf eine Weile schief und setzte sich dann schnell neben sie. Nach kurzem Sinnen über seine Hände hinfuhr er fort. »Bist du glücklich gewesen, Martha?« »Nicht immer.« »Und jetzt? Ich bin eine Greisin. Und Sie?« Täuber sah sie voll gramvollen Vorwurfes andern, antwortete er zögernd. »Ich bin eine Flamme gewesen, die sich für diesen Augenblick aufgespart hat. Für nichts habe ich gelebt, als für diese Minute da meine Lippen vor dir zittern können. Ich wußte, oh, ich wußte ganz genau, dass ich nicht sterben werde, ehe ich dich nicht noch einmal gesehen habe.« Die Dame macht eine Bewegung, sich zu erheben. »Willst du auch jetzt so übereilt aufstehen, wie in der Laube zu Bechtelsdorf und zerreißen, was nun in alle Ewigkeit vorbei sein muß?« Die Fremde legte mahnend ihre Finger auf seine bebende Hand und mahnte liebreich, »nicht aufregen.« Vergeblich gegen den Schauer kämpfend, den diese Berührung über ihn brachte, stammelte er. »Ja, aber ich wäre nicht fünfzig Jahre der Stein gewesen, der immer geworfen wird und immer zerbierst und doch nie zerstört wird.« »Was sagst du?« »Johannes, sprich Johannes zu mir, Martha. Einmal noch um Gottes Willen, flehte er in höchster Aufregung.« »Was sagst du, Johannes?« fragte die Fremde in erbarmendem Gehorsam. Nach kurzem Zögern antwortete Täuber mühsam. »Weil mir dein Vater damals diesen Schimpf antat vor dir und mich ins Gesicht schlug.« Saß da und sprach mit verfärbten Lippen das Übrige stumm, bis seine Worte wieder laut wurden. »Aber meine Hand und meine Munde war die Rache verboten wegen dir und später auch wegen deiner Kinder. Dein Ruf war mehr heiliger als mein Leben.« »Bist du verheiratet, Johannes?« »Und freust dich deiner Kinder?« fragte die Fremde ihn gütig weiterlenkend. »Oh, ich war verbunden, aber nicht verheiratet. Sie ging neben mir und ward nicht mein Weib. Sie starb an dir, die alle Nacht mich besuchte.« Der Greis ergriff die Hände der Dame und bedeckte sie mit fiebernden Küssen. Mit einem Ruck riß sich die schöne Frau los und verschwand hochaufatmend im Bahnhofstor, aus dem die Glocke des Aufrufers gelte. Täuber machte einige vergebliche Versuche, sich auch zu erheben, bald aber saß er still, mit weit nach hinten hängendem Kopf, das Gesicht dem blassen, fliehenden Lichte des Himmels zugewendet. Als der Assistent nach Abfertigung des Zuges hinzutrat, fand er einen Toten mit dem Ausdruck höchsten Glückes im Gesicht und in den offenen Augen. Mit offenen Augen musste Johannes Täuber auch begraben werden, weil deren Lieder im Schauen erstarrt waren. Ende von Der Schatten Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel David und Goliath Aus dem Alten Testament nach Martin Luther Das erste Buch Samuel, Kapitel 17 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org David und Goliath Die Philister sammelten ihre Heere zum Streit und kamen zusammen zu Soho in Judah und lagerten sich zwischen Soho und Aseka bei Ephesdamim. Aber Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrunde und rüsteten sich zum Streit gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und Israeliten auf einem Berge diesseits, dass ein Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Lagern der Philister ein Riese mit Namen Goliath von Gath sechs Ellen und eine Hand breit hoch. Und er hatte einen eharnen Helm auf seinem Haupt und einen schuppendichten Panzer an und das Gewicht seines Panzers war fünftausend Lothärz und hatte er eine Beinharnische an seinen Schenkeln und einen eharnen Schild aus seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und das Eisen seines Spießes hatte sechshundert Loteisen und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stand und rief zu dem Herr Israels und sprach zu ihnen, Was seid ihr ausgezogen, euch zu rüsten in einen Streit? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er wieder mich zu streiten und schlägt mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber wieder ihn und schlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein, dass ihr uns dient. Und der Philister sprach, Ich habe heutiges Tages dem Herr Israels Hohn gesprochen, gebt mir einen und lasst uns miteinander streiten. Da Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. David aber war jenes ephratischen Mannes Sohn von Bethlehem-Juda, der hieß Isai, der hatte acht Söhne und war ein alter Mann zu Sauls Zeiten und war betagt unter den Männern. Und die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Streit gezogen und hießen mit Namen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Andere, und Samma, der Dritte. David aber war der Jüngste. Da aber die drei Ältesten mit Saul in den Krieg zogen, ging David ab und zu von Saul, dass er die Schafe seines Vaters hütete, zu Bethlehem. Aber der Philister trat herzu frühmorgens und abends und stellt sich dar, vierzig Tage. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, Nimm für deine Brüder dieses effa geröstete Körner und diese zehn Brote und lauf ins Heer zu deinen Brüdern und diese zehn frischen Käse und bringe sie dem Hauptmann und besuche deine Brüder. Ob's ihnen wohl gehe und nimm, was sie dir befehlen. Saul aber und sie und alle Männer Israels waren im Eichgrunde und stritten wieder die Philister. Da machte sich David des Morgens früh auf und ließ die Schafe dem Hüter und trug und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte und kam zur Wagenburg. Und das Heer war ausgezogen und hatte sich gerüstet und sie schrien im Streit. Denn Israel hatte sich gerüstet. So waren die Philister wieder ihr Heer auch gerüstet. Da ließ David das Gefäß, das er trug, unter dem Hüter des Gerätes und lief zum Heer und ging hinein und grüßte seine Brüder. Und da er noch mit ihnen redete, siehe, da trat er rauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gath, aus der Philister her und redete wie vorhin. Und David hörte es. Aber jedermann in Israel, wenn er den Mann sah, floh er vor ihm und fürchtete sich sehr. Und jedermann in Israel sprach, Habt ihr den Mann gesehen herauftreten? Denn er ist heraufgetreten, Israel hohen zu sprechen. Und wer ihn schlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus freimachen in Israel? Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, Was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, der das Heer des lebendigen Gottes höhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorhin, So wird man tun dem, der ihn schlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn reden mit den Männern und er grimmte mit Zorn wieder David und sprach, Warum bist du herabgekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Denn du bist herabgekommen, dass du den Streit sehest. David antwortete, Was habe ich dir nun getan? Ist mir's nicht befohlen? Und wandte sich von ihm gegen einen anderen und sprach, wie er vorhin gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie vorhin. Und da sie die Worte hörten, die David sagte, verkündigten sie es vor Saul und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, Es entfalle keinem Menschen das Herz um des Willen. Dein Knecht soll hingehen und mit dem Philister streiten. Saul aber sprach zu David, Du kannst nicht hingehen, wieder diesen Philister, mit ihm zu streiten. Denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. David aber sprach zu Saul, Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und es kam ein Löwe und ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. Und ich lief ihm nach und schlug ihn, und er rettete es aus seinem Maul. Und da er sich über mich machte, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Also hat dein Knecht geschlagen beide, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, der Unbeschnittene, sein gleich wie deren einer. Denn er hat geschändet das Herr des lebendigen Gottes. Und David sprach, Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, Gehe hin, der Herr sei mit dir. Und Saul zog David seine Kleider an und setzte ihm seinen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm seinen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und fing an zu gehen, denn er hatte es nie versucht. Da sprach David zu Saul, Ich kann nicht also gehen, denn ich bin's nicht gewohnt, und legte es von sich und nahm seinen Stab in seine Hand und er wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche, die er hatte, und in den Sack und nahm die Schleuder in seine Hand und machte sich zu dem Philister. Und der Philister ging auch einher und machte sich zu David und sein Schildträger vor ihm her. Da nun der Philister sah und schaute David an, verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, bräunlich und schön, und der Philister sprach zu David, Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David, Komm her zu mir, ich will dein Fleisch geben, den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du gehöhnt hast. Heutiges Tages wird dich der Herr in meine Hand überantworten, dass ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir und gebe die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf Erden, dass alles Land inne werde, dass Israel einen Gott hat und dass alle diese Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Streit ist des Herrn und er wird euch geben in unsere Hände. Da sich nun der Philister aufmachte und daher ging und nahte sich zu David, eilte David und lief auf das Heer zu, dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Also überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. Und da David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat zu dem Philister und nahm sein Schwert und zog's aus der Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Da aber die Philister sahen, dass ihr stärkster tot war, flohen sie. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf und riefen und jagten den Philistern nach, bis man kommt ins Tal und bis an die Tore Ekrons und die Philister fielen erschlagen auf dem Wege zu den Toren bis gen Gat und gen Ekron. Und die Kinder Israel kehrten um von dem Nachjagen der Philister und beraubten ihr Lager. David aber nahm des Philisters Haupt und brachte es gen Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Hütte. Da aber Saul David sah ausgehen wieder die Philister, sprach er zu Abner, seinem Feldhauptmann. Wes Sohn ist der Knabe? Abner aber sprach, so wahr deinen Seele lebt, König, ich weiß es nicht. Der König sprach, so frage danach, wes Sohn der Jüngling sei. Da nun David wiederkam von der Schlacht des Philisters, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul und er hatte des Philisters Haupt in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm, Wes Sohn bist du, Knabe? David sprach, ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai des Bethlehemiten. Ende von David und Goliath Mainzberger Sagen Die Weibertreu aus Württembergische Volksbücher Sagen und Geschichten 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Dom Bombadil Weinsberger Sagen Die Weibertreu Durch treue Weiber Wein und Sang hat Weinsberg einen guten Klang. An die malerische Burgruine auf dem rebenumgrenzten Berge bei Weinsberg knüpft sich eine liebliche Sage, die mit goldenen Lettern aus der Geschichte des dunklen Mittelalters hervorleuchtet und die Tugend der deutschen Frauen für alle Zeit im Ruhmesglänze zeigt. Zahllose Sänger und Dichter haben die alte Mähre schon verherrlicht und doch wird sie immer neu und schön bleiben. Heiß entbrannte im 12. Jahrhundert in Süddeutschland der Kampf zwischen den Herrscherhäusern der schwäbischen Hohen Staufen und der bayerischen Welfen. Damals für die Konrad der Dritte der erste Kaiser aus Hohenstaufischem Geschlecht das Zepter des Reiches. Der stolze Herzog Heinrich Welf von Bayern verweigerte ihm den Gehorsam. In der Nähe seiner getreuen Stadt Weinsberg hatte der Welfe seine Streitkräfte gesammelt. Konrad zog heran und schlug sie in hitzigem Gefechte. Die feindlichen Ritter zogen sich auf die Burg bei Weinsberg zurück, die auf steilem Hügel erbaut und von festen Mauern und Türmen umschirmt jedem Angriffe trotz Boden. Der Kaiser aber hielt die Feste mit seinem Heere eng umschlossen. Da alle Stürme abgeschlagen wurden, so beschloß Konrad, der feindlichen Burg die Zufuhr abzuschneiden. Und der Hunger bezwang gab bald die tapferen Feinde. Die Besatzung der Burg musste sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Aufs Äußerste erbittert über den trotzigen Widerstand, den er gefunden und doch ein Held von ritterlichem Sinn befahl der Kaiser, alle männlichen Verteidiger der Burg müssen sterben, die Frauen aber dürfen frei abziehen und jede hat dazu noch das Recht, was ihr das Liebste ist, mit sich aus der Burg zu nehmen. Die Stunde der Übergabe der Burg nahte heran. Weit öffneten sich die Tore der Feste und von der Höhe den steilen Burgweg herab zog langsam ein Zug edler Frauen und auf dem Rücken trug eine Jede das Liebste, was sie besaß, den Gemahl. So nahten sie sich keuchend unter der teuren Bürde dem Herrscher, der auf hohem Rosse am Fuße der Burg die Gefangenen erwartete. Verwundert blickte des Kaisers Gefolge auf den seltsamen Zug und manche spöttische Rede wurde aus den Reihen der eisengepanzerten Männer laut. Ernst aber blickte des Kaisers Kanzler und meinte streng, so war es nicht gemeint. Aber mild lächelnd sprach der Herrscher, lasst sie in Frieden ziehen, an einem Kaiserwort soll man nicht drehen und deuteln. So geschehen zu Weinsberg im Dezember des Jahres 1140 nach der Geburt unseres Herrn. Der Sänger der Weibertreu Justinus Kerner hat im Andenken an dieses Ereignis über den Eingang der Burgruine die Worte setzen lassen. Getragen hat mein Weid mich nicht, aber ertragen, das ist ein schwereres Gewicht, als ich mag sagen. Ende von Weinsberger Sagen Die Weibertreu Ritter Gluck von E.T.A. Hoffmann Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Ritter Gluck Eine Erinnerung aus dem Jahre 1809 Der Spätherbst in Berlin hat gewöhnlich noch einige schöne Tage. Die Sonne tritt freundlich aus dem Gewölk hervor und schnell verdampft die Nässe in der lauen Luft, welche durch die Straßen weht. Dann sieht man eine lange Reihe, bunt gemischt, Eleganz, Bürger mit der Hausfrau und den lieben Kleinen in Sonntagskleidern, Geistliche, Jüdinnen, Referendare, Freudenmädchen, Professoren, Putzmacherinnen, Tänzer, Offiziere und so weiter durch die Linden nach dem Tiergarten ziehen. Bald sind alle Plätze bei Klaus und Weber besetzt. Der Moorrübencafé dampft, die Eleganz zünden ihre Zigarrus an, man spricht, man streitet über Krieg und Frieden, über die Schuhe der Madame Bethmann, ob sie neulich Grau oder Grün waren, über den geschlossenen Handelsstaat und böse Groschen und so weiter, bis alles in eine Arie aus Fanchon zerfließt, womit eine verstimmte Harfe, ein paar nicht gestimmte Violinen, eine lungensüchtige Flöte und ein spasmatischer Fagott sich und die Zuhörer quälen. Dicht an dem Geländer, welches den Weberschen Bezirk von der Heerstraße getrennt, stehen mehrere kleine, runde Tische und Gartenstühle. Hier atmet man freie Luft, beobachtet die Kommenden und Gehenden, ist entfernt von dem kakophonischen Getöse jenes Vermalledeiten Orchesters. Da setze ich mich hin, dem leichten Spiel meiner Fantasie mich überlassend, die mir befreundete Gestalten zuführt, mit denen ich über Wissenschaft, über Kunst, über alles, was dem Menschen am teuersten sein soll, spreche. Immer bunter und bunter wogt die Masse der Spaziergänger bei mir vorüber, aber nichts stört mich, nichts kann meine fantastische Gesellschaft verscheuchen. Nur das verwünschte Trio eines höchst niederträchtigen Walzers reißt mich aus der Traumwelt. Die kreischende Oberstimme der Violine und Flöte und des Fagots schnarrenden Grundbass allein höre ich, sie gehen auf und ab, fest aneinander haltend in Oktaven, die das Ohr zerschneiden, und unwillkürlich, wie jemand, den ein brennender Schmerz ergreift, rufe ich aus, welch eine rasende Musik, diese abscheulichen Oktaven. Neben mir murmelt es, verwünschtes Schicksal, schon wieder ein Oktavenjäger. Ich sehe auf und werde nun erst gewahr, dass, von mir unbemerkt, an demselben Tisch ein Mann Platz genommen hat, der seinen Blick starr auf mich richtet und von dem nun mein Auge nicht wieder loskommen kann. Nie sah ich einen Kopf, nie eine Gestalt, die so schnell einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht hätte. Eine sanft gebogene Nase schloss sich an eine breite, offene Stirn, mit merklichen Erhöhungen über den buschigen, halbgrauen Augenbrauen, unter denen die Augen, mit beinahe wildem, jugendlichem Feuer, der Mann mochte über fünfzig sein, hervorblitzten. Das weichgeformte Kinn stand in seltsamem Kontrast mit dem geschlossenen Mund, und ein skurriles Lächeln, hervorgebracht durch das sonderbare Muskelspiel in den eingefallenen Wangen, schien sich aufzulehnen gegen den tiefen, melancholischen Ernst, der auf der Stirn ruhte. Nur wenige graue Löckchen lagen hinter den großen, vom Kopf verabstehenden Ohren. Ein sehr weiter, moderner Überrock hüllte die große, hagere Gestalt ein. So wie mein Blick auf den Mann traf, schlug er die Augen nieder und setzte das Geschäft fort, worin ihn mein Ausruf wahrscheinlich unterbrochen hatte. Er schüttete nämlich aus verschiedenen kleinen Tüten mit sichtbarem Wohlgefallen Tabak in eine vor ihm stehende große Dose und feuchtete ihn mit rotem Wein aus einer Viertelsflasche an. Die Musik hatte aufgehört. Ich fühlte die Notwendigkeit, ihn anzureden. Es ist gut, daß die Musik schweigt, sagte ich. Das war ja nicht zum Aushalten. Der Alte warf mir einen flüchtigen Blick zu und schüttete die letzte Tüte aus. Es wäre besser, daß man gar nicht spielte, nahm ich nochmals das Wort. Sind Sie nicht meiner Meinung? Ich bin gar keiner Meinung, sagte er. Sie sind Musiker und Kenner von Profession? Sie irren. Ich bin beides nicht. Ich lernte ehemals Klavierspielen und Generalbass, wie eine Sache, die zur guten Erziehung gehört. Und da sagte man mir unter anderem, nichts mache einen widrigeren Effekt, als wenn der Bass mit der Oberstimme in Oktaven fortschreite. Ich nahm das damals auf Autorität an und habe es nachher immer bewährt gefunden. Wirklich, fiel er mir ein, stand auf und schritt langsam und bedächtig nach den Musikanten hin, indem er öfters, den Blick in die Höhe gerichtet, mit flacher Hand an die Stirn klopfte, wie jemand, der irgendeine Erinnerung wecken will. Ich sah ihn mit den Musikanten sprechen, die er mit gebietender Würde behandelte. Er kehrte zurück, und kaum hatte er sich gesetzt, als man die Overtüre zu Iphigenia in Aulis zu spielen begann. Mit halbgeschlossenen Augen, die verschränkten Arme auf den Tisch gestützt, hörte er das Andante. Den linken Fuß leise bewegend, bezeichnete er das Eintreten der Stimmen. Jetzt erhob er den Kopf. Schnell warf er den Blick umher. Die linke Hand mit auseinandergespreizten Fingern ruhte auf dem Tische, als greife er einen Akkord auf dem Flügel. Die rechte Hand hob er in die Höhe. Es war ein Kapellmeister, der dem Orchester das Eintreten des anderen Tempos angibt. Die rechte Hand fällt, und das Allegro beginnt. Eine brennende Röte fliegt über die blassen Wangen. Die Augenbrauen fahren zusammen auf der gerunzelten Stirn. Eine innere Wut entflammt den wilden Blick mit einem Feuer, das mehr und mehr das Lächeln wegzehrt, das noch um den halb geöffneten Mund schwebt. Nun lehnt er sich zurück. Hinauf ziehen sich die Augenbrauen. Das Muskelspiel auf den Wangen kehrt wieder. Die Augen erglänzen. Ein tiefer innerer Schmerz löst sich auf in Wollust, die alle Fiebern ergreift und krampfhaft erschüttert. Tief aus der Brust zieht er den Atem. Tropfen stehen auf der Stirn. Er deutet das Eintreten des Tutti und anderer Hauptstellen an. Seine rechte Hand verlässt den Takt nicht. Mit der linken holt er sein Tuch hervor und fährt damit über das Gesicht. So belebte er das Skelett, welches jene Paar Violinen von der Overtüre gaben, mit Fleisch und Farben. Ich hörte die sanft schmelzende Klage, womit die Flöte emporsteigt, wenn der Sturm der Violinen und Bässe ausgetobt hat und der Donner der Pauken schweigt. Ich hörte die leise anschlagenden Töne des Violoncelles, des Vagots, die das Herz mit unnennbarer Wehmut erfüllen. Das Tutti kehrt wieder. Wie ein Riese, Heer und Groß schreitet das Unisono fort, die dumpfe Klage erstirbt unter seinem zermalmenden Tritt. Die Overtüre war geendigt. Der Mann ließ beide Arme herabsinken und saß mit geschlossenen Augen da, wie jemand, den eine übergroße Anstrengung entkräftet hat. Seine Flasche war leer. Ich füllte sein Glas mit Burgunder, den ich unterdessen hatte geben lassen. Er seufzte tief auf. Er schien aus einem Traume zu erwachen. Ich nötigte ihn zum Trinken. Er tat es ohne Umstände. Und indem er das volle Glas mit einem Zuge hinunterstürzte, rief er aus, Ich bin mit der Aufführung zufrieden. Das Orchester hielt sich brav. Und doch, nahm ich das Wort, doch wurden nur schwache Umrisse eines mit lebendigen Farben ausgeführten Meisterwerks gegeben. Urteile ich richtig. Sie sind kein Berliner. Ganz richtig. Nur abwechselnd halte ich mich hier auf. Der Burgunder ist gut, aber es wird kalt. Lassen Sie uns ins Zimmer gehen und dort die Flasche leeren. Ein guter Vorschlag. Ich kenne Sie nicht. Dafür kennen Sie mich aber auch nicht. Wir wollen uns unsere Namen nicht abfragen. Namen sind zuweilen lästig. Ich trinke Burgunder. Er kostet mich nichts. Wir befinden uns wohl beieinander und damit gut. Er sagte dies alles mit gutmütiger Herzlichkeit. Wir waren ins Zimmer getreten. Als er sich setzte, schlug er den Überrock auseinander, und ich bemerkte mit Verwunderung, dass er unter demselben eine gestickte Weste mit langen Schößen, schwarzsamtene Beinkleider und einen ganz kleinen silbernen Degen trug. Er knöpfte den Rock sorgfältig wieder zu. Warum fragten Sie mich, ob ich ein Berliner sei, begann ich. Weil ich in diesem Falle genötigt gewesen wäre, sie zu verlassen. Das klingt rätselhaft. Nicht im Mindesten, sobald ich Ihnen sage, dass ich, nun, dass ich Komponist bin. Noch immer errate ich Sie nicht. So verzeihen Sie meinen Ausruf vorhin, denn ich sehe, Sie verstehen sich ganz und gar nicht auf Berlin und auf Berliner. Er stand auf und ging einige Male heftig auf und ab. Dann trat er ans Fenster und sang kaum vernehmlich den Chor der Priesterinnen aus der Iphigenia in Tauris, indem er dann und wann mit dem Eintreten der Tutti an die Fensterscheiben klopfte. Mit Verwunderung bemerkte ich, dass er gewisser andere Wendungen der Melodien nahm, die durch Kraft und Neuheit frappierten. Ich ließ ihn gewähren. Er hatte geendigt und kehrte zurück zu seinem Sitz. Ganz ergriffen von des Mannes sonderbarem Benehmen und den phantastischen Äußerungen eines seltenen musikalischen Talents, schwieg ich. Nach einer Weile fing er an. Haben Sie nie komponiert? Ja, ich habe mich in der Kunst versucht, nur fand ich alles, was ich, wie mich dünkt, in Augenblicken der Begeisterung geschrieben hatte, nachher matt und langweilig. Da ließ sich's denn bleiben. Sie haben Unrecht getan, denn schon, dass sie eigene Versuche verwarfen, ist kein übles Zeichen ihres Talents. Man lernt Musik als Knabe, weil's Papa und Mama so haben wollen. Nun wird drauf losgeklimpert und gegeigt. Aber unvermerkt wird der Sinn empfänglicher für Melodie. Vielleicht war das halbvergessene Thema eines Liedchens, welches man nun anders sang, der erste eigene Gedanke und dieser Embryo, mühsam genährt von fremden Kräften, genas zum Riesen, der alles um sich hier aufzehrte und in sein Mark und Blut verwandelte. Ha! Wie ist es möglich, die tausenderlei Arten, wie man zum Komponieren kommt, auch nur anzudeuten? Es ist eine breite Heerstraße. Da tummeln sich alle herum und jauchzen und schreien, wir sind Geweihte, wir sind am Ziel. Durch's Elfenbeinerne Tor kommt man ins Reich der Träume. Wenige sehen das Tor einmal, noch wenigere gehen durch. Abenteuerlich sieht es hier aus. Tolle Gestalten schweben hin und her, aber sie haben Charakter, eine mehr wie die andere. Sie lassen sich auf der Heerstraße nicht sehen, nur hinter dem Elfenbeinernen Tor sind sie zu finden. Es ist schwer, aus diesem Reiche zu kommen. Wie vor Alzinensburg versperren die Ungeheuer den Weg. Es wirbelt, es dreht sich. Viele verträumen den Traum im Reich der Träume. Sie zerfließen im Traum. Sie werfen keinen Schatten mehr, sonst würden sie am Schatten gewahr werden, den Strahl, der durch dies Reich fährt. Aber nur wenige, erweckt aus dem Traume, steigen empor und schreiten durch das Reich der Träume. Sie kommen zur Wahrheit. Der höchste Moment ist da, die Berührung mit dem Ewigen, Unaussprechlichen. Schaut die Sonne an, sie ist der Dreiklang, aus dem die Akkorde Sternengleich herabschießen und euch mit Feuerfaden umspinnen. Verpuppt im Feuer liegt ihr da, bis sich Psyche emporschwingt in die Sonne. Bei den letzten Worten war er aufgesprungen, warf den Blick, warf die Hand in die Höhe. Dann setzte er sich wieder und lehrte schnell das ihm eingeschenkte Glas. Es entstand eine Stille, die ich nicht unterbrechen mochte, um den außerordentlichen Mann nicht aus dem Geleise zu bringen. Endlich fuhr er beruhigter fort. Als ich im Reich der Träume war, folterten mich tausend Schmerzen und Ängste. Nacht war's, und mich schreckten die grinsenden Larven der Ungeheuer, welche auf mich einstürmten und mich bald in den Abgrund des Meeres versenkten, bald hoch in die Lüfte emporhoben. Da fuhren Lichtstrahlen durch die Nacht, und die Lichtstrahlen waren Töne, welche mich umfingen mit lieblicher Klarheit. Ich erwachte von meinen Schmerzen und sah ein großes, helles Auge. Das blickte in eine Orgel, und wie es blickte, gingen Töne hervor und schimmerten und umschlangen sich in herrlichen Akkorden, wie ich sie nie gedacht hatte. Melodien strömten auf und nieder, und ich schwamm in diesem Strom und wollte untergehen. Da blickte das Auge mich an und hielt mich empor über den brausenden Wellen. Nacht wurde es wieder. Da traten zwei Kolosse in glänzenden Harnischen auf mich zu, Grundton und Quinte. Sie rissen mich empor, aber das Auge lächelte. Ich weiß, was deine Brust mit Sehnsucht erfüllt. Der sanfte, weiche Jüngling Terz wird unter die Kolosse treten. Du wirst seine süße Stimme hören, mich wiedersehen und meine Melodien werden dein sein. Er hielt inne. Und sahen Sie das Auge wieder? Ja, ich sah es wieder. Jahrelang seufzte ich im Reich der Träume. Da, ja, da. Ich saß an einem herrlichen Tal und hörte zu, wie die Blumen miteinander sangen. Nur eine Sonnenblume schwieg und neigte traurig den geschlossenen Kelch zur Erde. Unsichtbare Bande zogen mich hin zu ihr. Sie hob ihr Haupt, der Kelch schloß sich auf und aus ihm strahlte mir das Auge entgegen. Nun zogen die Töne wie Lichtstrahlen aus meinem Haupte zu den Blumen, die begierig sie einsogen. Größer und größer wurde der Sonnenblume Blätter. Gluten strömten aus ihnen hervor. Sie umflossen mich. Das Auge war verschwunden und ich im Kelche. Bei den letzten Worten sprang er auf und eilte mit raschen jugendlichen Schritten zum Zimmer hinaus. Vergebens wartete ich auf seine Rückkunft. Ich beschloss daher, nach der Stadt zu gehen. Schon war ich in der Nähe des Brandenburger Tores, als ich in der Dunkelheit eine lange Figur hinschreiten sah und alsbald meinen Sonderling wiedererkannte. Ich redete ihn an, warum haben sie mich so schnell verlassen? Es wurde zu heiß und der Euphon fing an zu klingen. Ich verstehe sie nicht. Desto besser, desto schlimmer, denn ich möchte sie gern ganz verstehen. Hören sie denn nichts? Nein. Es ist vorüber. Lassen sie uns gehen. Ich liebe sonst nicht eben die Gesellschaft, aber sie komponieren nicht. Sie sind kein Berliner. Ich kann nicht ergründen, was sie so gegen die Berliner einnimmt. Hier, wo die Kunst geachtet und in hoher Maße ausgeübt wird, sollte ich meinen, müsste einem Manne von ihrem künstlerischen Geister wohl sein. Sie irren. Zu meiner Qual bin ich verdammt, hier wie ein abgeschiedener Geist im öden Raume umher zu irren. Im öden Raume? Hier? In Berlin? Ja, öde ist zu mich her, denn kein verwandter Geist tritt auf mich zu. Ich stehe allein. Aber die Künstler, die Komponisten, weg damit! Sie kritteln und kritteln, verfeinern alles bis zur feinsten Mäßlichkeit, wühlen alles durch, um nur einen armseligen Gedanken zu finden. Über dem Schwatzen von Kunst, von Kunstsinn und was weiß ich, können Sie nicht zum Schaffen kommen und wird Ihnen einmal so zumute, als wenn Sie ein paar Gedanken ans Tageslicht befördern müssten, so zeigt die furchtbare Kälte Ihre weite Entfernung von der Sonne. Es ist lapländische Arbeit. Ihr Urteil scheint mir viel zu hart. Wenigstens müssen Sie die herrlichen Aufführungen im Theater befriedigen. Ich hatte es über mich gewonnen, einmal wieder ins Theater zu gehen, um meines jungen Freundes Oper zu hören. Wie heißt sie gleich? Ah, die ganze Welt ist in dieser Oper. Durch das bunte Gewühl geputzter Menschen ziehen die Geister des Orkus. Alles hat hier Stimme und allmächtigen Klang. Teufel! Ich meine ja Don Juan, aber nicht die Overtüre, welche Prestissimo ohne Sinn und Verstand abgesprudelt wird. Das konnte ich überstehen, und ich hatte mich bereitet dazu durch Fasten und Gebet, weil ich weiß, dass der Euphon von diesen Massen viel zu sehr bewegt wird und unrein anspricht. Wenn ich auch eingestehen muß, dass Mozarts Meisterwerke größtenteils auf eine kaum erklärliche Weise hier vernachlässigt werden, so erfreuen sich doch Gluckswerke gewiss einer würdigen Darstellung. Meinen Sie, ich wollte einmal Iphigenia in Tauris hören. Als ich ins Theater trete, höre ich, dass man die Overtüre der Iphigenia in Aulis spielt. Hm, denke ich, ein Irrtum. Man gibt diese Iphigenia. Ich erstaune, als nun das Andante eintritt, womit die Iphigenia in Tauris anfängt und der Sturm folgt. Zwanzig Jahre liegen dazwischen. Die ganze Wirkung, die ganze wohlberechnete Exposition des Trauerspiels geht verloren. Ein stilles Meer, ein Sturm, die Griechen werden ans Land geworfen, die Oper ist da. Wie, hat der Komponist die Overtüre ins Gelag hineingeschrieben, dass man sie wie ein Trompetenstückchen abblasen kann, wie und wo man will? Ich gestehe den Missgriff ein, indessen man tut doch alles, um Gluckswerke zu heben. »Ei, ja!« sagte er kurz und lächelte dann bitter und immer bitterer. Plötzlich fuhr er auf und nichts vermochte ihn aufzuhalten. Er war im Augenblick wie verschwunden und mehrere Tage hintereinander suchte ich ihn im Tiergarten vergebens. Einige Monate waren vergangen, als ich an einem kalten, regnerichten Abend mich in einem entfernten Teil der Stadt verspätet hatte und nun nach meiner Wohnung in der Friedrichstraße eilte. Ich musste bei dem Theater vorbei. Die rauschende Musik, Trompeten und Pauken erinnerten mich, dass gerade Glucks Armida gegeben wurde, und ich war im Begriff hinein zu gehen, als ein sonderbares Selbstgespräch, dicht an den Fenstern, wo man fast jeden Ton des Orchesters hört, meine Aufmerksamkeit erregte. Jetzt kommt der König. Sie spielen den Marsch. Oh, paukt, paukt nur zu! Es ist recht munter. Ja, ja. Sie müssen ihn heute eilfmal machen. Das Zeug hat sonst nicht Zug genug. Ha, ha, majestoso, schleppt euch, Kinderchen! Sieh, da bleibt ein Figurant an der Schuhschleife hängen. Richtig zum zwölften Mal und immer auf die Dominante hinausgeschlagen. Oh, ihr ewigen Mächte, das endet nimmer! Jetzt macht er sein Kompliment. Armida dankt ergebenst. Noch einmal. Richtig, es fehlen noch zwei Soldaten. Jetzt wird ins Rezitativ hineingepoltert. Welch böser Geist hat mich hier festgebannt! Der Bann ist gelöst, rief ich. Kommen Sie! Ich faßte meinen Sonderling aus dem Tiergarten, denn niemand anders war der Selbstredner, rasch beim Arm und zog ihn mit mir fort. Er schien überrascht und folgte mir schweigend. Schon waren wir in der Friedrichstraße, als er plötzlich stillstand. Ich kenne Sie, sagte er. Sie waren im Tiergarten. Wir sprachen viel. Ich habe Wein getrunken, habe mich erhitzt. Nachher klang der Euphon zwei Tage hindurch. Ich habe viel ausgestanden. Es ist vorüber. Ich freue mich, dass der Zufall Sie mir wieder zugeführt hat. Lassen Sie uns näher miteinander bekannt werden. Nicht weit von hier wohne ich. Wie wäre es? Ich kann und darf zu niemandem gehen. Nein, Sie entkommen mir nicht. Ich gehe mit Ihnen. So werden Sie noch ein paar hundert Schritte mit mir laufen müssen. Aber wollten Sie nicht ins Theater? Ich wollte Amida hören, aber nun... Sie sollen jetzt Amida hören. Kommen Sie. Schweigend gingen wir die Friedrichstraße hinauf. Rasch spug er in eine Querstraße ein, und kaum vermochte ich ihm zu folgen, so schnell lief er die Straße hinab, bis er endlich vor einem unansehnlichen Hause stillstand. Ziemlich lange hatte er gepocht, als man endlich öffnete. Im Finstern tappend erreichten wir die Treppe und ein Zimmer im oberen Stock, dessen Türe mein Führer sorgfältig verschloß. Ich hörte noch eine Tür öffnen, bald darauf trat er mit einem angezündeten Lichte hinein, und der Anblick des sonderbar ausstaffierten Zimmers überraschte mich nicht wenig. Altmodisch reich verzierte Stühle, eine Wanduhr mit vergoldetem Gehäuse und ein breiter, schwerfälliger Spiegel gaben dem Ganzen das düstere Ansehen verjährter Pracht. In der Mitte stand ein kleines Klavier, auf demselben ein großes Tintenfaß von Porzellan und daneben lagen einige Bogen rastriertes Papier. Ein schärferer Blick auf diese Vorrichtungen zum Komponieren überzeugte mich jedoch, dass seit langer Zeit nichts geschrieben sein musste, denn fast vergelbt war das Papier und dickes Spinnengeweb überzog das Tintenfaß. Der Mann trat vor einen Schrank in der Ecke des Zimmers, den ich noch nicht bemerkt hatte, und als er den Vorhang wegzog, wurde ich eine Reihe schön gebundener Bücher gewahr, mit goldenen Aufschriften, Orfeo, Amida, Alceste, Iphigenia und so weiter. Kurz, Glucks Meisterwaage sah ich beisammen stehen. »Sie besitzen Glucks sämtliche Werke«, rief ich. Er antwortete nicht, aber zum krampfhaften Lächeln verzog sich der Mund und das Muskelspiel in den eingefallenen Backen verzerrte im Augenblick das Gesicht zur schauerlichen Maske. Starr den düsteren Blick auf mich gerichtet, ergriff er eins der Bücher. Es war Amida und schritt feierlich zum Klavier hin. Ich öffnete es schnell und stellte den zusammengelegten Pult auf. Er schien das gern zu sehen. Er schlug das Buch auf und, Er schildert mein Erstaunen. Ich erblickte rastrierte Blätter, aber mit keiner Note geschrieben. Er begann. »Jetzt werde ich die Overtüre spielen. Wenden Sie die Blätter um und zur rechten Zeit.« Ich versprach das. Und nun spielte er herrlich und meisterhaft, mit vollgriffigen Akkorden das majestätische Tempo di Marcia, womit die Overtüre anhebt, fast ganz dem Original getreu. Aber das Allegro war nur mit Glucks Hauptgedanken durchflochten. Er brachte so viele neue, geniale Wendungen hinein, dass mein Erstaunen immer wuchs. Vorzüglich waren seine Modulationen frappant, ohne grell zu werden, und er wußte den einfachen Hauptgedanken so viele melodiöse Melismen anzureihen, dass jene immer in neuer, verjüngter Gestalt wiederzukehren schienen. Sein Gesicht glühte, bald zogen sich die Augenbrauen zusammen, und ein lang verhaltener Zorn wollte gewaltsam losbrechen. Bald schwamm das Auge in Tränen tiefer Wehmut. Zuweilen sang er, wenn beide Hände in künstlichen Melismen arbeiteten, das Thema mit einer angenehmen Tenorstimme. Dann wußte er auf ganz besondere Weise mit der Stimme den dumpfen Ton der anschlagenden Pauke nachzuahmen. Ich wandte die Blätter fleißig um, indem ich seine Blicke verfolgte. Die Overtüre war geendet, und er fiel erschöpft mit geschlossenen Augen in den Lehnstuhl zurück. Bald raffte er sich wieder auf, und indem er hastig mehrere leere Blätter des Buches umschlug, sagte er mit dumpfer Stimme, »Alles dies, mein Herr, habe ich geschrieben, als ich aus dem Reich der Träume kam. Aber ich verriet Unheiligen das Heilige, und eine eiskalte Hand faßte an dies glühende Herz. Es brach nicht. Da wurde ich verdammt zu wandeln unter den Unheiligen wie ein abgeschiedener Geist, gestalltlos, damit mich niemand kenne, bis mich die Sonnenblume wieder emporhebt zu den Ewigen. Ha, jetzt lassen sie uns Armidenszene singen.« Nun sang er die Schlußszene der Armida mit einem Ausdruck, der mein Innerstes durchdrang. Auch hier wich er merklich von dem eigentlichen Originale ab, aber seine veränderte Musik war die gluckste Szene gleichsam in höherer Potenz. Alles, was Haß, Liebe, Verzweiflung, Raserei in den stärksten Zügen ausdrücken kann, faßte er gewaltig in Töne zusammen. Seine Stimme schien die eines Jünglings, denn von tiefer Dummheit scholl sie empor zu durchdringender Stärke. Alle meine Fiebern zitterten. Ich war außer mir. Als er geendet hatte, warf ich mich ihm in die Arme und rief mit gepreßter Stimme, »Was ist das? Wer sind Sie?« Er stand auf und maß mich mit ernstem, durchdringendem Blick. Doch als ich weiter fragen wollte, war er mit dem Lichte durch die Türe entwichen und hatte mich im Finstern gelassen. Es hatte beinahe eine Viertelstunde gedauert. Ich verzweifelte, ihn wiederzusehen und suchte durch den Stand des Klavieres orientiert, die Türe zu öffnen, als er plötzlich in einem gestickten Gala-Kleide, reicher Weste, den Degen an der Seite mit dem Lichte in der Hand hineintrat. Ich erstarrte. Feierlich kam er auf mich zu, faßte mich sanft bei der Hand und sagte, sonderbar lächelnd, »Ich bin der Ritter Gluck.« Ende von Ritter Gluck von E.T.A. Hoffmann Gelesen von Hokus Pokus Postuma von Deodor Sturm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Zyarmis Ein Grabgeleiter betrat den Kirchhof. Ein schmaler Sarg, ein Blumenkranz drauf. Sechs Träger und zwei Folger. Es war stille Sommerfrühe. Der größte Teil des Kirchhofs lag noch in feuchtem Schatten. Nur an dem Rande einer frischen Grube war die aufgeworfene Erde schon von der Sonne angeschieben. Die Männer nahmen die Hüte herunter, neigten einige Augenblicke den Kopf hinein und gingen dann plaudernd ihren Weg zurück, den Totengräbern den Rest überlassend. Bald war die Erde aufgeschüttet und es wurde wieder Stille. Einsamer Sonnenschein. Nur die Schatten der Kreuze und Gedenktafeln, der Urnen und Obelisken rückten unmerklich über den Rasen. Das Grab war an dem Viertel der Armen, wo keine Steine auf den Gräbern liegen. Erst ein niedriger Erdhügel, dann kam der Wind und wehte den losen Staub in den Weg, dann fiel der Regen vom Himmel und verwuscht die Ecken. An Sommerabenden liefen die Kinder darüber hinweg. Endlich wurde es Winter und nun fiel der Schnee darauf, dichter und dichter, bis es ganz verschwunden war. Aber der Winter blieb nicht, es wurde wieder Frühling, es wurde Sommer. Auf den anderen Gräbern brachen die Schneeglöckchen aus der Erde, das immergrün blühte, die Rosen trieben große Knospen. Nun hatte auch hier das Grab sich überwachsen. Erst feines Grün, Gras und Marienblatt, dann schossen rote Nesseln auf, Disteln und anderes Gewächs, was die Menschen Unkraut nennen, und an warmen Sommermittagen war es voll von Grillengesang. Dann wieder eines Morgens waren alle Disteln und alles Unkraut verschwunden und nur das schöne Gras war noch da. Wieder einige Tage später stand an dem einen Ende ein schlichtes, schwarzes Kreuz. Endlich war auf der Rückseite des Kreuzes vom Wege abgekehrt ein Mädchenname eingeschnitten, mit kleinen Buchstaben ohne Färbung, nur in der Nähe erkennbar. Es war Nacht geworden, in der Stadt waren die Fenster dunkel. Es schlief schon alles, nur oben in den hohen Zimmern eines großen Hauses wachte noch ein junger Mann. Er hatte die Kerzen ausgetan und saß mit geschlossenen Augen in einem Lehnsessel, horchend, ob unten alles zur Ruhe gegangen sei. In der Hand hielt er einen Kranz von weißen Moosrosen. So saß er lange. Draußen ward eine andere Welt lebendig. Das Getier der Nacht strich umher. Es wimmerte etwas in der Ferne. Als er die Augen aufschlug, war das Zimmer hell. Er konnte die Bilder an den Wänden erkennen. Durchs Fenster sah er die gegenüberstehende Wand des Seitenflügels in herber Mondscheinbeleuchtung. Seine Gedanken gingen den Weg zum Kirchhof. Das Grab liegt im Schatten, sagte er. Der Mond scheint nicht darauf. Dann stand er auf, öffnete vorsichtig und stieg mit seinem Kranz die Treppen hinab. Auf dem Hausflur horchte er noch einmal und nachdem er geräuschlos die Tür aufgeschlossen, ging er auf die Straße und im Schatten der Häuser zur Stadt hinaus. Eine Strecke fort im Mondschein, bis er den Kirchhof erreicht hatte. Es war, wie er gesagt hatte. Das Grab lag im tiefen Schatten der Kirchhofsmauer. Er hing den Rosenkranz über das schwarze Kreuz. Dann lehnte er den Kopf daran. Der Wächter ging draußen vorüber, aber er bemerkte ihn nicht. Die Stimmen der Mondnacht erwachten, das Säuseln der Gräser, das Springen der Nachtblüten, das feine Singen in den Lüften. Er hörte es nicht. Er lebte in einer Stunde, die nicht mehr war, umfangen von zwei Mädchenarmen, die sich längst über einem stillen Herzen geschlossen hatten. Ein blasses Gesichtchen drängte sich an seins. Zwei kinderblaue Augen sahen in die Seinen. Sie trug den Tod schon in sich. Noch aber war sie jung und schön. Noch reizte sie und wurde begehrt. Sie liebte ihn. Sie tat ihm alles. Oft war sie seinetwegen gescholten worden. Dann hatte sie mit ihren stillen Augen drein gesehen. Es war aber deshalb nicht anders geworden. Nachts, im kalten Vorfrühling, in ihrem vertragenen Kleidchen, kam sie zu ihm in den Garten. Er konnte sie nicht anders sehen. Er liebte sie nicht. Er begehrte sie nur und nahm achtlos das ängstliche Feuer von ihren Lippen. Wenn ich geschwätzig wäre, sagte er, so könnte ich morgen erzählen, dass mich das schönste Mädchen in der Stadt geküsst hat. Sie glaubte nicht, dass er sie für die schönste halte. Sie glaubte auch nicht, dass er schweigen werde. Ein niedriger Zaun trennte den Fleck, worauf sie standen, von der Straße. Nun hörten sie Schritte in ihre Nähe kommen. Er wollte sie mit sich fortziehen, aber sie hielt ihn zurück. Es ist einerlei, sagte sie. Er machte sich von ihren Armen los und trat allein zurück. Sie blieb stehen, regungslos, nur dass sie ihre beiden Hände an die Augen drückte. So stand sie noch, als draußen die Menschen vorübergegangen waren und als sich das Geräusch der Schritte unten zwischen den Häusern verloren hatte. Sie sah es nicht, dass er wieder zu ihr getreten war und seinen Arm um ihren Nacken legte. Aber als sie es fühlte, neigte sie den Kopf noch tiefer. Du schämst dich, sagte sie leise. Ich weiß es wohl. Er antwortete nicht. Er hatte sich auf die Bank gesetzt und zog sie schweigend zu sich nieder. Sie ließ es geschehen. Sie legte ihre Lippen auf seine schönen, vornehmen Hände. Sie fürchtete, ihn betrübt zu haben. Er hob sie lächelnd auf seinen Schoß und wunderte sich, dass er keine Last fühle, nur die Form ihres zarten, elfenhaften Körpers. Er sagte ihr neckend, sie sei eine Hexe, sie wiege keine 30 Lot. Der Wind kam durch die nackten Zweige. Er schlug seinen Mantel um ihre Füße. Sie sah mit glücklichen Augen zu ihm auf. Mich friert nicht, sagte sie und presste ihre Stirn fest an seine Brust. Sie war in seiner Gewalt, sie wollte nichts mehr für sich allein. Er schonte ihrer. Nicht, weil es ihn ihrer erbarmte oder weil er es als Sünde empfunden hätte, sie ohne Liebe sein zu nennen, aber es war, als wäre ihm jemand, sie ganz zu besitzen. Er wusste nicht, dass das der Tod sei. Er war aufgestanden, er wollte gehen. Du wirst zu kalt, sagte er. Aber sie drückte seine Hand an ihre Wange. Sie legte ihre Stirn an seine. Ich bin heiß, fühl nur, brennend heiß, sagte sie. Sie schlug ihre Arme um seinen Nacken. Sie ließ sich wie ein Kind an seinem Halse hängen und sah ihn stumm und selbstvergessen an. Acht Tage nach dieser kalten Nacht vermochte sie das Bett nicht zu verlassen. Zwei Monate später war sie gestorben. Er hatte sie nicht wiedergesehen, aber seit ihrem Tode ist seine Begierde erlaschen. Er trägt jetzt schon jahrelang ihr frisches Bild mit sich herum und ist gezwungen, eine Tote zu lieben. Ende von PostHuma Aus der Herr Pfarrer und andere Geschichten von Oktav Mirbo. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer Vor der Gala-Vorstellung Ich habe Kaiser Alexander den Dritten sehr gut gekannt. Er war ein vortrefflicher Mensch, wenn man von einem Kaiser sagen darf, dass er ein Mensch, ein einfacher Mensch sei wie Sie, wie ich, wie wir alle. Bei Gott, ich habe diese Kühnheit nicht, so wenig wie Herr Bourdain, der biedere Volksmann und getreue Sozialist. Also, er war ein ausgezeichneter Kaiser, der wahre Vater seines Volkes, und es freut mich, dass Ihre Republik einer französischen Brücke seinen Namen gegeben hat. Das ist einmal eine Brücke, die recht seltsame und geheimnisvolle Dinge verbindet. Es wäre zu viel gesagt, wollte ich behaupten, dass Kaiser Alexander III. mein Freund war. Immerhin beehrte er mich mit seinem Wohlwollen, das ist die Wahrheit, und er zeigte sich bei mancherlei Gelegenheiten mir gegenüber sehr freigebig. Ich habe eine silberne Zigarettendose von ihm, mit meinen Initialen, mit seltsamen Steinen ausgelegt, wie man sie nur in den Bergwerken nahe dem Nordpol findet. Das Stück ist nicht sehr wertvoll und nicht besonders schön. Ich besitze auch eine Zündholzbüchse aus einem unbekannten Metall, das nach Erdöl riecht und es anderen unmöglich macht, Feuer zu machen. Aber die Schönheit dieser kaiserlichen Andenken beruht nicht in ihrem größeren oder minderen Reichtum, nicht in ihrem größeren oder geringeren Handelswert. Sie liegt allein in dem Andenken an den Spender. Habe ich nicht recht? Ich spielte damals in Russland, es war vor sechs Jahren, eine ähnliche, wenn auch selbstredend, geringere Rolle als euer ruhmreicher Friedrich Fèvre unter dem Kaiserreich Napoleon III. Ich will mich mit ihm nicht vergleichen, denn es gibt nur einen Fèvre auf der Welt. Sie verstehen, ich war Schauspieler. Kaiser Alexander schätzte meine Fähigkeiten hoch. Selbst in der Erregung war mein Auftreten von vornehmer Eleganz und meine Haltung eine würdige. Ich war so ungefähr ein russischer Lafant, wenn Sie erlauben. Er kam oft, um mich in meinen besten Rollen zu sehen, und wenn er auch in seinem Beifall nie überschwänglich war, geruhte er mir gelegentlich, seine Anerkennung zu bekunden. Er besaß einen scharfen Geist, und ich sage es ohne jede Speichelleckerei, er erkannte in allen dramatischen Werken, die ich spielte, die wertvollen Stellen, ohne darauf aufmerksam gemacht worden zu sein. Wie oft ließ mich seine Majestät zu sich rufen und beglückwünschte mich mit jener besonderen und kühlen Begeisterung, die sich ein unbeschränkter Herrscher gestatten darf, der in vielerlei Dingen die größte Zurückhaltung bekunden muss. In Russland hat man, wie Sie wissen, kein südliches Blut, und die Sonne lacht dort ebenso wenig in die Seelen wie auf die schneebedeckten Fichtenwälder, in denen die Wölfe hausen. Wie immer es auch sei, der Kaiser hatte mich so sehr lieb gewonnen, dass es ihm nicht genügte, mir öffentlich Beifall zu zollen, sondern mich auch bei besonderen Anlässen, selbstverständlich nur in Dingen, die meine Kunst betrafen, einlud und zu Rate zog. Denn, wie ich bereits gesagt habe, es gibt nur einen Févre auf der Welt. Ich wurde beauftragt, die Vorstellungen im Winterpalast zu leiten und ähnliche Aufführungen in den anderen kaiserlichen Residenzen zu arrangieren, so oft der Kaiser dort Festlichkeiten veranstaltete. Mein Einfluß stieg derart, dass Herr Raul Gunzburg mich mit schälen Augen zu betrachten anfing und mich bei eurem Sassé in der gemeinsten Weise anschwärzte, was mich auf den Gedanken brachte, eines Tages eine französisch-russische Gastspielreise nach Frankreich zu versuchen. Ich war also glücklich, reich und berühmt, hatte einflussreiche Bekanntschaften oder solche, die als einflussreich galten, was noch wertvoller ist, als wenn sie es wirklich sind, und ich flehte jeden Abend zu den Heiligen, dass mein Leben so weiter verlaufe, dass ich gern mein Streben beschränken und keine anderen Güter mehr wünschen wolle als die, welche ich schon besaß. Hier wurde die Stimme des Erzählers ernst, seine Augen wurden traurig, und nachdem er eine kleine Weile geschwiegen hatte, setzte er fort, »Als weise und junge Geselle lebte ich gemeinsam mit meiner Schwester, einem lieblichen Backfisch von siebzehn Jahren, die die Freude meines Herzens, die Sonne meines Hauses war. Ich liebte sie über alles. Und wie hätte ich dieses reizende junge Geschöpf nicht lieben sollen, sie war lebhaft und lustig, geistvoll und sanft, schwärmerisch und freigebig, unausgesetzt klang helles Lachen von ihren Lippen, und ihre Seele begeisterte sich für alles, was schön und groß war. Unter dieser zarten Hülle eines lachenden jungen Mädchens fühlte man eine feurige Seele, die gerecht und frei war. Nicht selten entpuppt sich nationaler Heldenmut derart bei uns. In der erstickenden Ruhe, die auf unser Vaterland drückt, in dem ungeheuren Polizeiverdacht, der es umklammert, wählt das Genie, um seinen Weg zu verbergen, oftmals das Herz eines Kindes zu seinem Schützer, eines kleinen Mädchens, als ein unverletzbares Obdach. Meine Schwester war eine dieser Erwählten. Eine einzige Sache bekümmerte mich bei ihr, die übertriebene Freimütigkeit ihrer Worte und die maßlose Unabhängigkeit ihres Geistes, die sie vor niemand zum Schweigen bringen wollte, auch nicht vor jenen, in deren Gegenwart der Mund ganz stumm und die Seele gut verschlossen bleiben muss. Aber ich beruhigte mich und sagte mir, dass solche kleine Verirrungen in ihrem Alter wohl keine üblen Folgen nach sich ziehen, obgleich bei uns die Justiz und das Unglück kein Alter kennen. Als ich eines Tages von Moskau heimkam, wo ich einige Vorstellungen gegeben hatte, fand ich das Haus leer. Meine beiden alten Diener saßen auf einer Bank im Vorzimmer und jammerten. Wo ist meine Schwester? fragte ich. O herr! sagte der eine von ihnen, denn der andere sprach niemals. Sie sind da gewesen und haben sie weggeführt mitsamt der Amme. Gott sei ihr gnädig! Du bist wohl verrückt? schrie ich ihn an. Oder du bist betrunken? Was ist also mit dir? Weißt du überhaupt, was du sprichst? He! Sage mir, wo meine Schwester ist! Der Alte starrte mit seinem bärtigen Gesicht auf die Decke des Zimmers. Ich habe dir schon gesagt, murmelte er, sie sind gekommen und haben sie fortgeführt. Der Teufel weiß wohin. Ich glaubte vor Schmerz ohnmächtig zu werden. Doch fand ich die Kraft, mich an einem Vorhang festzuklammern und rasend stieß ich hervor. Aber warum? Warum? Sie müssen doch etwas gesagt haben. Sie können sie doch nicht so fortgeführt haben, ohne Ursache. Haben sie nicht gesagt warum? Der Alte schüttelte den Kopf und entgegnete. Nichts haben sie gesagt. Sie sagen nie etwas. Sie kommen wie die Höllenhunde. Man weiß nicht woher und wenn sie wieder fort sind, bleibt nichts übrig als zu weinen. Aber sie rief ich verzweifelt sie sie wird doch etwas gesagt haben. Sag sie hat sich zur Wehre gesetzt. Hat sie ihnen nicht gedroht dass ich dass der Kaiser der mein Freund ist sie strafen werde? Sie sie muss doch etwas gesagt haben. Was hätte sie denn sagen sollen die teure Seele und was hätte sie auch sagen können? Sie hat beide Hände gefaltet wie vor dem heiligen Mutter Gottes Bild und was willst du jetzt bleibt dir und uns beiden die sie wie das Leben lieb gehabt haben nichts übrig als zu weinen solange wir leben denn sie ist dahin gegangen wo man nimmer wieder kommt Gott und unser Väterchen der Zar seien gesegnet Ich begriff dass ich von diesen treuen und ergebenen Hunden Erkundigungen einzuziehen Ich wurde von Amt zu Amt von Kanzlei zu Kanzlei von Schalter zu Schalter geschickt und überall stieß ich an verschlossene Gesichter an verriegelte Seelen an versperrte Augen wie an Gefängnistüren Man wusste nicht man wusste nichts man konnte mir nichts sagen einige rieten mir nicht so laut zu reden oder lieber gar nichts zu sagen und zufrieden nach Hause zu gehen In meiner Verzweiflung dachte ich daran den Kaiser um Audienz zu bitten Er war gut Er liebte mich Ich würde mich ihm zu Füßen werfen ihn um Gnade anflehen Denn wer weiß Erkannte sie vielleicht gar nicht diese finstere Justiz die in seinem Namen ausgeübt wird Er wusste sicher nichts davon Einige Offiziere mit denen ich befreundet war brachten mich von dieser Absicht rasch ab Davon darf man nicht reden Man darf davon nicht reden Das trifft jeden Wir alle haben Freunde und Schwestern die dort unten sind Davon darf man nicht reden Und um meinen Schmerz zu lindern luden sie mich ein den Abend mit ihnen zu verbringen Man wird sich mit Champagner betrinken bei den Fenstern des Restaurants Kellner hinauswerfen man man wird sich mit Weibern unterhalten Kommen Sie doch mein Lieber kommen Sie wackere Freunde Erst am dritten Tage konnte ich den Polizeipräsidenten sprechen Er war ein guter Bekannter Er hat mich im Theater oft in meiner Garderobe besucht Er war ein liebenswürdiger Mann dessen leutselige Manieren und dessen geistvolles Geplauder ich bewunderte Bei den ersten Worten die ich aussprach unterbrach er mich Psst machte er stirnrunzelnd Denken Sie darüber nicht weiter nach Es gibt Dinge über die man nicht nachdenken soll nicht nachdenken darf Und plötzlich fragte er mich um vertrauliche Einzelheiten über eine französische Sängerin die tags zuvor in der Oper bejubelt worden und von deren Schönheit er entzückt war Endlich acht Tage nach diesem furchtbaren Ereignis Ich versichere Ihnen es schien mir wie ein Jahrhundert Ein glücklicher Qualen gab man im Schauspielhaus eine Galavorstellung Der Kaiser ließ mich durch einen Gardeoffizier rufen Wie gewöhnlich wie immer war er ernst und traurig von einer müden Rohheit und einem eisigen Wohlwollen Ich weiß nicht recht warum als ich diesen Größten der Großen vor mir sah sei es Respekt oder Furcht sei es das Bewusstsein seiner mächtigen Allgewalt es war mir unmöglich ein Wort hervorzubringen das einfache Wort Gnade auszusprechen dieses Wort das meine Brust die ganze Zeit hindurch mit Hoffnung erfüllt hatte in meiner Kehle zitterte und auf meinen Lippen brannte ich war vollkommen gelähmt starr wie tot Meine Glückwünsche Herr sagte er mir Sie haben heute Abend gespielt wie Güdry und nachdem er mir seine Hand zum Kuss gereicht hatte war ich gnädig entlassen der fragte kam 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 nichts über dessen Lippen als dieses wahrhaft entsetzten erregende Psst mit dem ich gleich nach dem Geschehnis trotz meines Flehens und Bittens überall empfangen worden Alle Einflüsse die ich in Bewegung zu setzen versuchte dienten nur dazu meine Befürchtungen noch schmerzlicher und das Dunkel noch undurchdringlicher zu machen indem das Leben des armen vergötterten Kindes das ich beweinte verschwunden war Sie können sich vorstellen ob ich mit meinem Herzen beim Theater bei meinen Rollen war ob ich das aufregende Dasein noch fühlte für das ich sonst leidenschaftlich entflammt war so furchtbar peinlich es auch war dachte ich keinen Augenblick daran meinen Beruf aufzugeben denn gerade durch ihn war ich in täglichem Verkehr mit den höchsten Persönlichkeiten des Reiches die ich vielleicht eines Tages mit Erfolg für mein schreckliches Unglück zu interessieren hoffte und ich überließ mich im Gedanken eine entfernte Hoffnung zu sehen deren wirren und unsichtbaren Lichtschimmer ich zu durchblicken glaubte der Kaiser brachte mir immer das gleiche kühle Wohlwollen entgegen man sah ihm an dass auch er an einem unbekannten Schmerz mit bewunderungswürdigem schweigsamen Mute litt ach ich fühlte brüderlich dass er nichts wusste nicht das geringste wusste und dass er die unendliche Traurigkeit seines Volkes teilte dass der Tod an ihm nagte und seine mächtige hoheitsvolle Heldengestalt zur Erde niederzog und ein ungeheures Mitleid stieg in meinem Herzen für ihn auf ach warum wagte ich nicht den Schrei auszustoßen der meine Schwester vielleicht gerettet hätte warum für ich weiß es nicht nach einigen tagen und nächten voll unsagbarer pein vermochte ich nicht länger so zu leben und war entschlossen alles aufs spiel zu setzen ich begab mich zum polizeipräsidenten hören sie mich an erklärte ich entschieden ich komme nicht zu ihnen um leere worte zu dreschen ich verlange nicht die begnadigung meiner schwester ich frage sie nicht einmal wo sie ist ich will nur das eine wissen ob sie lebt oder ob sie tot ist der polizeipräsident machte eine ärgerliche bewegung schon wieder rief er warum denken sie immer an das mein teurer sie sind wahrhaftig nicht klug und sie machen sich ganz überflüssigen kummer sehen sie das alles ist längst vorbei nehmen sie an sie sei tot das ist es eben was ich wissen will sagte ich beharrlich der zweifel tötet mich ist sie tot oder lebt sie noch sagen sie mir nur das eine sie sind wunderlich mein lieber aber das weiß ich doch nicht wie sollte ich davon wissen forschen sie nach übrigens ist es ja mein recht sie wünschen es ja 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 ich wünsche es rief ich nun gut es sei ich werde mich erkundigen ich verspreche es ihnen und während er mit seinem goldenen federhalter spielte fügte er nachlässig hinzu nur möchte ich sie für die zukunft ersuchen mein lieber einen etwas weniger freien begriff von ihren rechten zu haben sechs monate nach diesem gespräch trat eines abends als ich mich in meinem kabinett für die bühne ankleidete ein polizist auf mich zu der mir einen erregt brach ich ihn auf er enthielt ein blatt ohne datum und unterschrift das folgende worte enthielt ihre schwester lebt aber sie hat schneeweißes haar ich sah die mauern des kabinetts die lichter die spiegel um mich kreisen kreisen dann verschwand alles und ich stürzte wie eine leblose masse auf den teppich der erzähler erhob sich er war blass und gekrümmt wie ein kranker er trat durch den saal auf den spiegel zu ordnete seine halsbinde und seine frisur und während von der straße herauf das jauchzen der menge bis zu uns drang die den zar begrüßte der sich zur galavorstellung in die komedie frau säs begab sagte er seither sind wieder drei jahre vorbei und gerade heute ist die arme kleine drei und zwanzig jahre alt und ging Ende von vor der galavorstellung im jahre 1984 von Heinrich Seidel dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox der Hauptkummer des Herrn Gottlieb Notnagel war daß er zu früh auf die Welt gekommen sei wir stehen sagte er sich erst am Anfang der großen technischen Vervollkommnungen die Luftschifffahrt liegt noch in den Windeln und keine Ahnung haben wir welche Schätze uns noch eine geniale Anwendung der Elektrizität in den Schoß werfen wird keine Vorstellung welche Wunder der Fortschritt unserer chemischen Kenntnisse noch einmal zu Alltäglichkeiten macht wir ahnen zwar daß es nur einen Urstoff gibt dessen verschiedene Zustände wir Elemente benennen aber noch niemand ist es gelungen diesen Urstoff aufzufinden und aus ihm Gold Eisen Brom Kalium Schwefel Sauerstoff oder sonst ein beliebiges Element her zu stellen oh wie viel weiter werden wir in hundert Jahren sein wer das alles miterleben könnte als Herr Gottlieb Notnagel eines Abends im Lehnstuhl saß seine Pfeife rauchte und solchen Gedanken nachhing klopfte es plötzlich leise an seine Tür und als eröffnete stand ein junges zierliches Mädchen mit einem leuchtenden Antlitz draußen und reichte ihm etwas in Papier gewickeltes hin ich bringe die galoschen sagte sie welche galoschen fragte Notnagel verwundert ich habe keine bestellt sind sie herr gottlieb Notnagel fragte sie jawohl war die antwort nun dann sind auch die galoschen für sie rief sie aus drehte sich auf dem absatz um und lief mit einem silbernen gelächter die treppe hinab verrückte geschichte dachte Notnagel und wie wunderliche augentäuschungen es gibt war mir doch gerade als wenn das frauenzimmer unten über den flur auf einer glaskugel zum hause hinaus schwebte wie man die fortuna auf bildern abmalt er ahnte aber nicht dass er ganz recht gesehen hatte und daß er die galoschen des glücks in den händen hielt von denen uns andersen erzählt jene zauberkräftigen überschuhe die dem der sie an den füßen trägt jeden wunsch erfüllen und ihn augenblicklich dorthin versetzen wo er zu sein wünscht er wickelte die galoschen aus und betrachtete sie konnte aber nichts besonderes an ihnen bemerken dann zog er sie an sie passten wie angegossen er ging einige male im zimmer auf und ab und dachte ja in hundert jahren wird man so schwerfällige dinge auch nicht mehr kennen da wird das schuhzeug von einer vollendung sein daß man der gleichen notbehelfe entbehren kann wer das doch erlebte ich wünsche mir nur einmal in dem berlin von 1984 einige stunden umher zu wandern ja was war das er befand sich plötzlich in einer unendlich langen mit glas gedeckten halle und ein sonderbares schnurren und rollen war um ihn herum beinahe wie in einem stark besuchten skating ring nur viel lauter als sich notnagel aus der verwirrung und betäubung dieser plötzlichen verwandlung einigermaßen erholt hatte vermochte er genauer zu erkennen was ihn umgab auf dem glatten pflaster dieser halle schnurrten eine menge niedriger kleiner wagen mit drei rädern einher die meisten nur mit einer manche jedoch mit zwei personen besetzt ohne daß man erkennen konnte wie diese gefährte in bewegung gesetzt wurden man bemerkte nur unter dem sitze einen blech kasten der gleichzeitig die achse der beiden haupträder umschloss fußgänger sah er gar nicht sondern alles fuhr und zwar in einer wunderbaren schnelligkeit und geschicklichkeit im ausweichen dabei wollte es ihm fast sonderbar bedünken daß bei diesen fahrenden leuten die trachten aller jahrhunderte und aller völker vertreten waren in allen kostümen seit anbeginn der welt mit einziger ausnahme des adamitischen sauste und schnurrte es an ihm vorüber als er nun so stand und ziemlich verblüfft diese wunderlichen Tatsachen anstarrte hielt plötzlich neben ihm eines der zweisitzigen gefährte und ein mann an dessen mütze die goldschrift stand konzessionierter fremdenführer bot ihm seine dienste an notnagel stieg zu diesem manne in den wagen und fort ging es zuweilen ward die lange halle in der sie fuhren von anderen querhallen gekreuzt und unser reisender bemerkte bald daß er sich in einem großen System von glas gedeckten straßen befand denn die wände dieser hallen waren aus lauter häusern in den buntesten und verschiedensten stil arten gebildet um gottes willen rief er endlich sagen sie mir doch mein herr wo befinde ich mich in der friedrichstraße auf dem wege nach den linden sagte der mann unterdessen bogen sie auch schon um die ecke und befanden sich in der zuletzt genannten straße einer ungeheuren glasgedeckten halle deren wände durch schimmernde paläste gebildet wurden dort wo sonst verkümmerte lindenbäume mit dem stau bekämpfend langsam dahin siechten war ein prächtiger wintergarten wo über breitblättrigen bananen und anderen topischen pflanzen mächtige palmen ihre wipfel erhoben der fremden führer hielt jetzt seinen wagen an vor einem palastartigen gebäude mit der inschrift internationale elektrische gesellschaft vormals siemens und halske depot nummer 175 er nahm aus dem kasten seines wagens einen viereckigen gegenstand eilte damit in das haus und kam sogleich darauf mit einem ganz gleichen körper zurück den er in den wagenkasten einschloß so nun läuft die karre wieder auf vierundzwanzig stunden sagte er befriedigt notnagel hatte sich unterdes umgeschaut und sich über diese glasgedeckten straßen allerlei gedanken gemacht sagen sie mal sprach er als sie nun langsam weiterfuhren was wird aus diesen glasdächern wenn ein starker hagelschauer eintritt das tut ihnen gar nichts sagte der mann sie sind aus hämmerbarem glas hergestellt deutsches reichspatent nummer 76 334591 dieses glas lässt sich biegen rollen und in jede form hämmern sie wissen doch daß sämtliche elektrische schiffe die den verkehr mit unseren afrikanischen kolonien vermitteln aus glas hergestellt werden ich weiß nur daß mir der kopf brummt sagte notnagel aber fuhr er fort was bedeuten nur die leute die uns so häufig begegnen und wie lackierte schornsteinfeger aussehen der fremdenführer unterdrückte ein verächtliches lächeln über die bodenlose unwissenheit seines klienten und antwortete haben sie noch nichts von dem lederregime des professor forster in kannstadt gehört seine anhänger kleiden sich einzig von kopf bis zu fuß in gewichstes leder sehen sie wir fahren gerade an der hauptniederlage vorbei damit zeigte er auf ein haus an dem zu lesen stand bazar augsburg hauptniederlage der professor forsterschen lederwaren und darunter löbliche leute lieben leder man sah auch an der nächsten straßenecke eine wichsmaschine aufgestellt in die die bedürftigen hinein spazierten um an der anderen seite nach einer halben minute glänzend blank gewichst wieder zum vorschein zu kommen notnagel erfuhr auch daß die echten forsterianer nur mit ledernen löffeln essen und ausschließlich auf pergament schrieben die allerechtesten sich sogar einer ledernen gesinnung befleißigen was sagen denn die anhänger des professors jäger dazu fragte notnagel wer ist jäger fragte der fremden führer notnagel zog es vor zu schweigen dann erfuhr er auf seine weiteren fragen daß es eine mode und einen allgemeinen baustil nicht mehr gab ein jeglicher kleidete sich in die tracht irgendeines jahrhunderts oder volksstammes die ihm am besten gefiel und baute sein haus nach gleichen prinzipien da kam es denn vor daß ein japanisch gekleideter mann mit einer frau aus dem rokoko zeitalter in einem griechischen tempel wohnte und ihnen von dienstboten in der tracht der alten ägypter aufgewartet wurde während der älteste sohn in bluderhosen aus der landknechtszeit auf die universität fuhr und das töchterlein als junge römerin das konservatorium besuchte endlich meldete sich der hunger und notnagel fuhr mit seinem begleiter in eine restauration diese bot einen merkwürdigen anblick dar denn es befanden sich einzig darin lauter runde tische zu vier personen die platte eines solchen tisches ruhte auf einer starken runden säule die aus dem fußboden hervorkam und stühle waren nicht vorhanden da jeder auf seinem kleinen wagen sitzen blieb auch bedienung gab es nicht in diesem raume dafür war bei jedem platz ein eßknopf und ein trinkknopf vorhanden durch die man in die unteren räume telegrafierte bei jedem gericht auf der speisekarte stand ein zeichen ähnlich wie sie bei dem morsischen telegraphen angewendet werden zum beispiel antilopenrücken strich punkt krokodil in sauer strich punkt strich gebackene heuschrecken punkt punkt palmkohl strich strich punkt et cetera et cetera es muß dazu bemerkt werden daß durch die außerordentlich schnellen verkehrsgelegenheiten dergleichen exotische nahrungsmittel täglich frisch in berlin zu haben waren daraus erklärte sich auch der große anschlag an der wand heute ausschang von exportbier aus der kaiserlich chinesischen staatsbrauerei in tongking dieses bier ward stilgemäß aus großen porzellantassen getrunken hatte man nun sein bier und seine nahrungsmittel durch angemessenes drücken auf die knöpfe bestellt so erschienen speisen und getränke mitten auf dem tisch durch einen aufzug in der hohlen tragesäule ebenso empfing man die rechnung die am ausgang an der kasse bezahlt werden mußte es saßen zwei herren an demselben tisch die folgendes gespräch miteinander führten a haben uns lange nicht gesehen b reiste die letzten drei wochen fortwährend fürs geschäft war in amerika fünf tage drei in australien und sieben in asien fuhr gestern von archangel ab und will morgen früh in dublin sein brauche erst um mitternacht zu fahren weil ich über den kanal die bombenpost benutze man spart dadurch zehn minuten an der tour was ist die bombenpost fragte notnagel seinen begleiter sie wissen ja sagte dieser daß die luftschifffahrt noch immer nicht erfunden ist aber die bombenpost ist eine art surrogat dafür auf kurzen strecken wie zum beispiel zwischen dover und calais der passagier legt sich in eine art großer ausgepolsterter granate und wird dann aus einem ungeheuren langen kanonenrohr vermittelst einer langsam wirkenden sorte von pulver damit zu anfang kein stoßeintritt und die nötige geschwindigkeit erst allmählich erreicht wird über den kanal geschossen und auf der anderen seite durch einen höchst sinnreichen mechanismus sehr sanft aufgefangen auf größere strecken bewährt die sache sich nicht weil wegen der geringen rasanz der flugbahn das geschoss auf der mitte des weges in eine zu große höhe gelangen würde wo selbst wegen der starken kälte und der dünnigkeit der luft die passagiere zugrunde gehen am abend fuhr notnagel mit seinem begleiter ins theater allein das stück das sehr bejauchzt wurde gefiel ihm nicht weil er gar nichts davon verstand besonders dann nicht wenn am brüllendsten gelacht wurde die einrichtung der bühne war ihm neu denn diese stand auf einer ungeheuren drehscheibe auf der vier verschiedene bühnenräume vorhanden waren sollte eine verwandlung geschehen so war die neue dekoration bereits auf dem nebenliegenden raum fertiggestellt und wurde durch eine vierteldrehung der scheibe ohne großen zeitverlust vorgeschoben notnagel ging bald fort und besuchte ein anderes theater das ungefähr den heutigen reichshallen entsprechen würde dort sah er zum tanzen abgerichtete nilpferde und ein kamel das durch reifen sprang eine pfeife rauchte und nach der scheibe schoß die hauptanziehung des abends war jedoch ein zum klavierspiel abgerichteter schimpanse der vierhändige sachen von list auswendig spielte er erfuhr daß durch die entdeckung der befähigung anthropomorpher affen für das klavierspiel alle menschlichen virtuosen für dieses instrument brotlos geworden waren in dem selbstverständlich vier hände doch mehr leisten können als zwei der größte künstler dieser art war augenblicklich ein gorilla der zur zeit in amerika gastierte und fünftausend dollar für den abend erhielt nach dem theater brachte ihn der fremden führer nach dem naheliegenden pustbahnhof von wo aus er in ein sehr gutes hotel der vorstadt potsdam befördert werden sollte denn so weit hatte berlin sich ausgedehnt die hafel floß jetzt mitten durch die stadt und der grunewald war längst an die stelle des tiergartens getreten während dieser monumentenhain hieß weil dort die bildsäulen aller berühmten berliner aufgestellt waren von dem ausgezeichneten volksdichter kewa bis auf die neueste zeit das system der pneumatischen beförderung das man früher nur für briefschaften kannte war sehr ausgebildet worden und ganz berlin war von einem engmaschigen netz von meterweiten röhren zur personenbeförderung durchsponnen notnagel nahm liegend in einem inwendig gepolsterten und elektrisch erleuchteten wagen platz dieser rollte in das rohr hinein und nach einer schnellen und geräuschlosen fahrt stieg er seinem hotel gegenüber in potsdam aus sofort hydraulisch in sein zimmer befördert empfand er das bedürfnis eines bades und suchte nach der glocke für den kellner allein er fand an der hauptwand in einer reihe eine unzahl von knöpfen und eine menge von hähnen deren bezeichnung mit buchstaben ihm nicht augenblicklich klar ward zur probe drückte er einen mit b w bezeichneten knopf und sofort öffnete sich die wand und eine badewanne schob sich geräuschlos ins zimmer froh dass er es gleich so richtig getroffen hatte untersuchte er eine reihe von hähnen die jetzt gerade über der badewanne lagen und fand zwei die mit w w und mit k w bezeichnet waren haha warmes wasser und kaltes wasser sagte er sich das ist einfach kaum aber hatte er beide hähne geöffnet als draußen eine laute musik losging und zugleich ein heller schein ins zimmer fiel neugierig lief er hin öffnete das fenster und sah nun daß draußen eine große prozession wahrscheinlich ein elektrischer fackelzug vorüber zog voran auf einem wagen jedenfalls auch elektrisch betrieben den pferdewaren nicht vorgespannt fuhr ein großes orchestrion das eine musik voll führte gegen die die schlimmsten stellen aus wagnerischen opern wie sanftes gesäusel erschienen so wenig hat dieser große mann noch von wirklicher zukunftsmusik geahnt hinterher fuhren auf den bekannten kleinen wägelchen einige hundert leute mit elektrischen lichtern dieses nie gesehene schauspiel zog notnagel so an daß er ganz seine badewanne vergaß und als er zu ihr zurückkehrte war sie bereits bis zum rande gefüllt er stellte die hähne ab und prüfte mit der hand das wasser und fand es recht kalt zugleich aber bemerkte er auch daß das ganze zimmer mit einem stärken weindunst erfüllt war er leckte prüfend seine finger ab und siehe es war lauter wein in der wanne denn die buchstaben der hähne bedeuteten weißwein und kappwein er hätte entweder wb oder kb öffnen müssen warmes bad oder kaltes bad was sollte er nun mit dieser ungeheuren bowle anfangen er probierte die mischung und fand sie nicht übel bezahlen mußte er diesen unendlichen wein nun doch auf jeden fall denn er bemerkte daß hinter jedem hane in der wand ein mit starker glasplatte bedecktes messinstrument angebracht war der zeiger dieses zeigte für weißwein 648 liter und für kappwein 493 liter rechnete man nun das liter auch nur zu zwei mark so ergab dies 648 plus 493 mal zwei gleich 2282 mark ihn schauderte er holte schnell ein liter glas herbei daß er auf dem tische fand denn er wollte wenigstens etwas von dieser sache haben aber schon bei dem dritten liter fand er daß er es mit einem kräftigen gegner zu tun hatte er fühlte das feuer des südens und die kraft des nordens in seinen adern und aus beidem erwuchs der drang zu ungewöhnlichen taten um diesen zunächst in etwas zu befriedigen drückte er an alle knöpfe die so reichlich in dem zimmer vorhanden waren dies hatte aber ungeahnte folgen denn die hotels des jahres 1984 waren so eingerichtet daß man von jedem zimmer aus die feuerwehr die polizei den arzt den barbier und wer weiß was sonst noch durch einen einfachen fingerdruck herbeizurufen vermochte so geschah es denn daß in kurzer zeit ein furchtbarer aufruhr in und vor dem hotel entstand denn er hatte ohne es zu wissen der feuerwehr das signal großes feuer der polizei die nachricht überfall durch räuber dem arzte akute vergiftung der hebamme zwillinge in sicht und dergleichen mehr gegeben so daß in kurzer zeit sein zimmer von leuten wimmelte die weiter nichts fanden als einen betrunkenen herrn mit einem liter glas in der hand der sie aufforderte mit ihm eine badewanne voll bohle auf das wohl des zwanzigsten jahrhunderts zu lehren da der arzt in diesem benehmen die kennzeichen geistiger störung fand so suchte man sich seiner zu versichern und ihn zu ergreifen dies wollte aber notnagel durchaus nicht haben sondern wehrte sich so energisch daß ihm in der hitze des gefechtes die galoschen von den füßen gestreift wurden herr gottlieb notnagel saß plötzlich wieder in seinem zimmer potsdamer straße 61 a auf dem lehnstuhl und rieb sich die augen denn ihm war ganz schwindelig zumute als er den blick erhob war ihm gerade so als schlüpfe jemand aus seiner zimmertür schnell eilte er hin und schaute hinaus sah aber nur noch eine leichte weibliche gestalt die ein in papier gewickeltes paket unter dem arme trug eilfertig die treppe hinabeilen ende von im jahre 1984 gelesen von hokus pokus aus der mars spion und andere novellen von karl grunert dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org gelesen von bernd ungerer ein verirrter telefondraht es war um die achte abendstunde eines spätsommertages als ein junger mann im reiseanzuge der eben den gepäckschalter des bahnhofs friedrichstraße in berlin verlassen hatte aus der geräumigen vorhalle ins freie trat das lebendige straßenbild das einen jeden neu ankommenden besucher berlins gefangen nimmt fesselte auch ihn der früher jahrelang in der reichshauptstadt gelebt hatte von neuem die riesigen effektbogenlampen warfen schon ihren blendenden gelblich-roten schein auf die passantenflut die auf den breiten trottoaren sich hin und her bewegte eine wolke aufdringlichen parfüms erfüllte die luft ein eigentümlicher lärm der gleichsam körperlich geworden war beschäftigte unaufhörlich sein ohr das endlose geräusch der unzähligen menschlichen füße auf den steinfliesen der straße das summen so vieler stimmen das ausrufen der zeitungshändler und blumenverkäufer dazwischen das donnern der stadtbahnzüge das zischen und schnauben der lokomotiven das rollen der droschken das fast unaufhörliche tuten der autos ab und zu aus den nachbarstraßen das klingeln der elektrischen wie ein an und abflutendes meer nahm es den einsam dahinschreitenden gefangen dessen tief von der afrikanischen sonne gebräuntes ernstes antlitz scharf von den fahlen weißen gesichtern ringsum seltsam abstach o mein stilles mang war seufzte er unwillkürlich und so laut daß die vorübergehenden ihn spöttisch und verwundert ansahen ärgerlich über die dreisten blicke mit denen man ihn musterte bog er an der weidendammerbrücke in eine querstraße ein er sah nach dem straßenschild und überlegte einen augenblick dann zog er die uhr zehn minuten nach acht sagte er dann treffe ich ihn wohl noch zu hause und mit raschem schritt eilte er die straße entlang an einem der häuser blieb er stehen und warf einen blick nach den fenstern des zweiten stockwerks er hat licht hoffentlich keine größere gesellschaft damit zog er den knopf am portal stieg die mit roten läufern belegte treppe hinauf und klingelte eine würdige ältere dame mit einem mütterlich freundlichen gesicht eröffnete guten abend frau wenk sagte der späte besucher mit wem habe ich die ehre fragte frau wenk verwundert mit etwas förmlichkeit und befremden im ton kennen sie mich nicht mehr allerdings fünf jahre in afrika können mich wohl fremd gemacht ah herr ingenieur ott sie sind's ja jetzt erkenne ich sie und so gebräunt ja die liebe sonne meint's dort recht gut verehrte frau wenk aber ist mein freund der herr amtsrichter zu sprechen er ist doch zu hause und allein gewiß das wird eine freude für ihn sein melden sie mich nicht bitte ich möchte ihn überraschen frau wenk und damit schritt er zum arbeitszimmer des amtsrichters und klopfte herein rief es von drinnen ingenieur ott trat ein frau wenk vernahm noch den freudenschrei mit welchem amtsrichter riesental seinen so plötzlich heimgekehrten freund bewillkommete sie wußte was nun folgen würde und eilte in die küche um auch ihrerseits für ein freundliches willkommen zu sorgen bei einer flasche rüdesheimer und einer zigarre saßen die beiden alten freunde im gespräch das wie immer bei einem wiedersehen nach langer trennung sprungweise hin und her ging und im bunten wechsel die verschiedensten themata berührte also die überlandbahn über den schwarzen erdteil ist fertig sagst du betriebsfertig und wenn du lust haben solltest amice deine hochzeitsreise nach afrika zu machen kann ich sie dir aus eigenster anschauung nur empfehlen es ist eine herrliche fahrt von den blauen fluten des mittelmeeres vorbei an den löwengelben sandtünen der libyschen wüste durch die düsteren urwälder äquatorias über donnernde riesenströme mit wildschäumenden katarakten aber auch durch freundliche täler bebaut mit den kegelförmigen hütten friedlich arbeitender negerstämme durch unsere blühenden kolonien ja amice endlich sind wir so weit uns unserer kolonien erfreuen zu können lange genug hat es ja freilich gedauert vorbei am schneegipfel des ruvensori am steppenrande der karo entlang vorbei an den diamantgruben des alten transvaal bis zur kapstadt eine köstliche fahrt amice und wie gesagt wenn du deine hochzeitsreise lieber alfred du weißt zur hochzeitsreise pflegen immer zwei zu gehören da es mir nun leider noch immer nicht gelungen ist das zweite individuum zu ermitteln ja du warst immer ein weiberfeind das möchte ich doch noch nicht so definitiv hinstellen indessen dass ich einmal den spieß umkehre du warst nie ein weiberfeind und wo hast du deine bessere hälfte ach ich da draußen hat man gar keine zeit ernstlich an so etwas zu denken und außerdem nun du weißt ja amice heute vor fünf jahren mir fällt eben ein dass es auf den tag gerade ein volles lustrum her ist saß ich auch hier bei dir auf dem sofa und teilte dir meinen festen entschluss mit nach afrika zu gehen um dort den bau einer teilstrecke der bahn am victoria nianza zu leiten ich erinnere mich mein alter sagte amtsrichter riesental die hand des freundes drückend du gingest eines mädchens wegen aus dem vaterlande ja wegen roswitha fontinius sie lebt soviel ich weiß noch immer hier in berlin aus der zeitung ersah ich vor einiger zeit dass ihre alte schwer leidende tante endlich darf man hier wohl sagen das zeitliche gesegnet hat eine erlösung für beide teile ja sicherlich aber wenn es nicht alte wunden aufreißt sag einmal mein alter warum bist du eigentlich damals so knall und fall auf und davon gegangen weil ich hier nicht länger leben konnte amice weil ich keine aussicht sah roswitha mir zu gewinnen du weißt daß sie und ich immer ein wenig auf dem kriegsfuße standen wie beatrice und benedikt in shakespears viel lärm um nichts aber im innersten meines herzens hatte ich sie doch lieb wie keine auf der welt und darum ertrug ich's nicht als sie plötzlich gegen mich völlig gleichgültig tat in einer gewissen höflichen art weißt du die dem anderen zu verstehen gibt sie sei fertig mit ihm und das ertrug ich nicht das nicht ihren spott habe ich lachenden mundes ertragen aber ihre höfliche gleichgültigkeit nicht darum ging ich wahrlich nicht mit leichtem herzen aber noch heute weiß ich nicht was sie eigentlich gegen mich hatte du warst ein wilder gesell mein alter immer verliebt heute in braun morgen in blond und schon durch deinen beruf wenig zur sesshaftigkeit geneigt auch pekuniär waren deine damaligen aussichten ich weiß ich weiß aber das weiß ich auch dass mich nichts in der welt veranlassen könnte von ihr zu lassen und ich weiß auch oder glaubte es wenigstens damals aus mehr als einem beweise zu wissen dass sie mich geliebt hat es war einen augenblick still zwischen den beiden freunden dann sagte der amtsrichter leise du liebst sie noch ingenieur ott sprang auf frage den verschwiegenen urwald da unten am viktoria wie oft ich ihren lieben namen wie eine beschwörungsformel gerufen habe wie oft ich nach ihr gesäufzt um sie gebankt mit dem nagenden schmerze des verbannten oft mitten in der nacht wenn ich schlaflos in meinem zelte lag daß mein braver daud ein kleiner kruneger ins zelt gestürzt kam o herr guter herr soll ich den großen weißen zauberer rufen daß er dir das goldene kreuz auf die brust lege und die bösen geister banne gelächelt habe ich und gesagt da hilft kein zauber mein braver daud leg dich wieder aufs andere ohr er ging aber ich wußte daß er noch lange hinter meinem zeltvorhange mit bekümmertem herzen lauschte ja ich liebe sie noch und ein denkmal habe ich meiner liebe gesetzt da unten im urwald dickigt am mitsche ein denkmal ere perennius in einen der mächtigsten baobabstämme habe ich ihren und meinen namen mit der axt eingegraben da sollen sie stehen und dauern hoffe ich manches jahrhundert lang er hob sein glas und ließ es an das des freundes anklingen sie leerten die gläser der amtsrichter füllte sie wieder und sagte dann lass mich noch einmal rosvitas partei nehmen mein alter du weißt sie war eine fast unvermögende weise hatte nur ihre reichen stolzen sehr exklusiven verwandten und war ganz auf sie angewiesen sie war damals minoren wer weiß welche kette von standesvorurteilen ein so erzogenes mädchen immer hinter sich herschleppt wer weiß aus wieviel feinen fäden das netz gesponnen war mit dem man ihr freies rein menschliches empfinden dir gegenüber gefest hat doch unterbrach er sich selbst als er sah wie düster das gesicht seines heimgekehrten studienfreundes geworden war tempi passati mein alter sonst ist dir alles dort unten nach wunsch gegangen ich weiß du hattest immer ein faebel für afrika inkognita immer so besondere ideen als ob dieser schwarze erdteil einmal in zukunft berufen sei der nordischen menschheit als zufluchtsort zu dienen einst wenn klimatische und geologische umwälzungen unsere jetzige heimat unbewohnbar gemacht haben ja das ist auch heute noch meine feste überzeugung rief der junge ingenieur mit wärme wir alle die da unten gearbeitet haben und noch arbeiten an der kultur des erdteils am fortschritt der zivilisation an der spitze all die unsterblichen forscher die der wissenschaft zuerst sichere kunde von den geheimnissen innerafrikas gebracht haben wir alle sind nur pioniere pioniere der kommenden jahrtausende die zeit wird sicher kommen wo die völker der jetzigen gemäßigten zonen sich leben und wärme heischend um die linie des äquators zusammendrängen werden der amtsrichter wollte etwas erwidern aber da klingelte es am telefon erlaube amice das wird mein bürovorsteher sein der amtsrichter trat an den apparat ernannte seinen namen und lauschte ein weilchen dann sprach er schnell ein paar worte noch dienstliches fragte der ingenieur wir sind im büro einer sehr unangenehmen geschichte auf der spur verschwundene akten und so weiter und so weiter erwiderte ihm der amtsrichter aufs neue in das telefon lauschend eben trat frau wenk in die tür und meldete daß das souper angerichtet sei ah schön teuerste schaffnerin wir kommen sofort hoffentlich haben sie auch heute wie sonst nach ihrem famosen grundsatze gehandelt je besser desto mehr dann sich zu seinem freunde wendend sei so gut mein alter und horche hier ein bisschen am telefon mein bürovorsteher wird sich gleich wieder melden damit das amt nicht erst wieder abklingelt ich will schnell in den keller laufen um eine der feier und würde dieses moments entsprechende marke herauf zu holen herr amtsrichter kann ich ihnen nicht oder das mädchen den weg abnehmen nein teuerste eure klea die marke finden sie nicht heraus damit eilte riesental aus dem zimmer frau wenk kehrte nach dem esszimmer zurück und ingenieur ott trat ans telefon allerlei geräusche vernahm der lauschende das ticken der uhr auf dem vermittlungsamt das sausende geräusch welches die vorbeifahrenden straßenbahnen infolge der induktion ihrer mächtigen betriebsströme in den telefondrähten hervorriefen abgerissene worte von gesprächen noch immer meldete sich der bürovorsteher nicht aber jetzt eine stimme eine weibliche stimme eine melodische altstimme der ingenieur presste die hörmuschel fest ans ohr um keinen laut zu verlieren war das nicht dieselbe stimme die ihn einst frau oberin hörte er sie sprechen ich bin am telefon roswitha frontinius ingenieur ott hat sich nicht getäuscht die stimme kennt er unter tausenden heraus getreu hat seine seele ihren klang bewahrt nun eine antwortende stimme ja liebes kind es ist recht daß ich sie noch sprechen kann ich höre soeben daß sie heute zweimal nach mir gefragt haben ja frau oberin ich kam um ihnen die bitte auszusprechen mich als schwester in ihre anstalt aufzunehmen das ist sehr lieb und brav von ihnen mein kind haben sie sich aber auch reiflich geprüft ob sie zu unserem schweren berufe taugen wir haben viel selbstaufopferung viel geduld nötig ich habe meine seit jahren schwer leidende tante gepflegt bis zu ihrem kürzlich erfolgten tode dann wissen sie ja ein wenig was ihr erwartet also hören sie liebes kind weshalb ich sie heute abend noch anrufe eine unserer schwestern ist plötzlich schwer erkrankt ingenieur ott steht am telefon wie ein träumender wie ist denn das alles möglich wie kann er dies gespräch der beiden in seiner leitung hören er faßt sich an die stirn aber er will jetzt nicht grübeln später wird er auch dies rätsel lösen nur hören will er hören daß ihm kein laut der geliebten stimme entgeht und eben sagt roswitha gern bin ich bereit frau oberin schon heute abend einzutreten brav mein liebes kind sie helfen uns aus einer verlegenheit und in welcher zeit können wir sie erwarten in etwa zwei stunden etwa oder früher wenn frau oberin also in zwei stunden auf wiedersehen liebes kind ingenieur ott steht noch immer mit dem fernhörer am ohr blass vor innerer bewegung die augen starr ins weite gerichtet und eben meldet sich der bürovorsteher herr amtsrichter die nummer des fraglichen aktenstückes der ingenieur hört nichts mehr er stürzt aus dem zimmer reißt hut und überzieher vom garderobenhalter und eilt die treppe hinab seinen mit einem arm voll weinflaschen beladenen freund fast hinabstürzend wohin denn wohin wie siehst du denn aus was ist dir laß mich fort zu ihr zu ihr auf der straße angekommen sprang der ingenieur in eine gerade vorüberfahrende automobildroschke kesselstraße fünfkutscher aber schnell schnell vierte geschwindigkeit sagte der fahrer trocken den einschalthebel herumlegend wenige minuten später hält das gefährt schon an dem bezeichneten hause alfred ott eilt die altmodische treppe mit den vielen absätzen hinauf sein herz schlägt ihm bis zum halse als er nun vor rosvitas türe steht einen augenblick muss er nach fassung ringen dann zieht er die klingel ein weilchen bleibt es still dann ein rascher schritt ihr schritt oh wie gut er ihn noch kennt wie sein ohr diesen rhythmus bewahrt hat all die jahre hindurch die korridortür öffnet sich hell beleuchtet vom licht der lampe steht sie vor ihm er sieht ihre augen wieder die ihm geleuchtet durch afrikas nächte ihre hohe gestalt erscheint noch schlanker in dem tiefen schwarz ihrer kleidung ihr liebes antlitz ist blässer als sonst schwer liegen die reichen dunklen flechten auf ihrer schönen stirn sie erkennt ihn sogleich alfred herr ingenieur ott sie ja ich liebe einzige roswitha verzeihen sie daß ich so spät noch sie überfalle ich bin vor wenigen stunden erst aus afrika heimgekehrt und nun erzählt er ihr noch auf dem korridor stehend wie er vorhin seinen freund aufgesucht wie er bei ihm durch einen wundersamen zufall ihr gespräch mit der frau oberin am telefon belauscht wie er darauf hierher geeilt sei um sie zu fragen in letzter stunde ob sie die seine werden wolle er hat es alles hervorgestürzt in atemloser hast tief erregt in banger erwartung und nun hängt sein blick an ihren lippen sie aber legt ruhig und fest ihre hand in die seine und sagt leise ich habe sie immer geliebt alfred mit einem jubelschrei presst er sie an sich und schließt ihr den mund mit einem kuss lang und innig dann nach einem weilchen macht sie sich sanft aus seiner umarmung frei und tritt an den spiegel um sich den hut aufzusetzen du willst ausgehen herzliebste wohin doch nicht zur oberen sie lächelte über sein bestürztes gesicht nein nein sie wird mir verzeihen und der himmel auch dass ich dich lieber habe als ihre patienten bescheid will ich ihr nachher noch telegrafisch geben nein ich will zu deinem freunde dem dem herrn amtsrichter riesental bravo schatz das ist lieb und nett von dir der wird sich schon gewundert haben als ich so plötzlich verschwand eben darum ich muss doch dich und mich bei ihm entschuldigen liebster vor dem hause kesselstraße nummer fünf schritt um dieselbe zeit ein herr unruhig auf und ab immer wieder den blick nach den fenstern der dritten etage werfend endlich öffnete sich die haustür zwei personen traten heraus ein herr und eine dame gott sei dank rief amtsrichter riesental denn er war es erleichtert aus sie kommen beide arm in arm guten abend meine hochverehrten herrschaften rief er den beiden entgegentretend du bist's amitsche rief der ingenieur fast gleichzeitig o das ist schön siehst du ich bin noch zu rechter zeit aus moangwa heimgekommen roswitha zu gewinnen sie ist meine braut der amtsrichter gratulierte beiden dann sagte er sich zu roswitha wendend darf ich fragen wohin die herrschaften jetzt ihre schritte lenken wollten zu ihnen herr amtsrichter zu ihnen entgegnete sie errötend um uns bei ihnen über das unterbrochene wiedersehen zu entschuldigen oh das ist ja ein äußerst liebenswürdiger entschluß der wie ich annehmen muss von ihnen ausgegangen ist gnädiges fräulein denn alfred wird in seinem glücke kaum an mich gedacht haben du hast es getroffen amitsche nun denn so lassen sie uns ihren guten einfall zu dreien ausführen sagte der amtsrichter kutscher einer der an der ecke haltenden droschken kam herangefahren alfred bettete seine spätgefundene braut sorglich im fond des wagens wie das laub schon fällt sagte der amtsrichter einsteigend und den wagen schlag schließend es wird herbst nein amitsche rief ott mit strahlendem lächeln nun soll es erst noch einmal frühling werden nicht wahr mein lieb und wieder fuhr er in raschem tempo durch die straßen wie vorhin aber jetzt saß das glück neben ihm und lächelte ihn an frau wenk wird augen machen wenn wir kommen sagte der amtsrichter launig als sie an seiner tür angelangt waren frau wenk machte allerdings augen als sie die drei erblickte aber als sie alles erfahren zog sie das junge mädchen in mütterlichem empfinden an sich und gratulierte ihr unter lachen und weinen und dann ging's zu tisch es wird nichts mehr schmecken klagte frau wenk es ist alles schon einmal aufgewärmt aber es mundete allen vortrefflich und sie erntete lauter lobsprüche und wie schön kühl der rheinwein unterdes geworden ist sagte der amtsrichter sein glas erhebend prosit mein gnädiges fräulein prosit mein alter und nochmals meine allerherzlichste gratulation und nun kam man auf den sonderbaren zufall zu sprechen der eigentlich das glück des heutigen abends geschaffen hatte du bist ja fachmann lieber alfred sagte der amtsrichter du müsstest doch eigentlich auch dafür eine zureichende erklärung finden eine erklärung wohl entgegnete der angeredete aber ob sie zureicht das will ich doch lieber nicht behaupten also höre ich nehme an dass die telefonleitung nach deiner wohnung an irgendeiner stelle mit der nach dem sprechzimmer der frau oberen die roswitha noch heute abend als novize aufnehmen wollte er unterbrach sich und wandte sich an frau wenk apropos liebe frau wenk das telegramm an die frau oberen ist richtig besorgt herr ingenieur antwortete die hausdame lächelnd und der amtsrichter setzte schmunzelnd hinzu fürchtest du noch immer daß sie dir dein glück streitig macht amice ingenieur ott zog roswitha mit glücklichem lachen an sich und fuhr dann fort also daß deine leitung mit jener an irgendeiner stelle in nahe berührung geraten ist vielleicht durch die lockerung eines drahtes bei dem jetzigen stürmischen wetter und und nun wirkte diese benachbarte leitung induzierend auf die deine du kennst ja doch die gesetze der faradeischen induktion nicht wahr amice wir haben sie ja der einst als penähler bei professor köster zusammen gelernt forsche nicht weiter sterblicher rief der amtsrichter mit komischem pathos jeder elektrische strom dessen richtung oder intensität wechselt erzeugt in einem benachbarten leiter einen sogenannten induktionsstrom der abhängig ist von der stärke und frequenz des induzierenden stromes oder in formel hör auf hör auf rief der amtsrichter sich die ohren zuhaltend wenn du nicht willst daß ich dir als gegengabe ein halb dutzend paragrafen mit allem drum und dran zitiere aus denen du wegen unerlaubter ausnutzung einer diskreten mitteilung dritter zu verurteilen bist der junge ingenieur lachte laut auf ich schweige ja schon sagte er aber nur durch eine solche induktionswirkung zufällig sich fast berührender telephondrähte oder richtiger durch einen verirrten draht der dicht in die nähe eines andern geraten ist vermag ich das erlebnis an deinem fernsprecher zu erklären er zog roswitha von neuem an sich sie aber sagte sich aus seiner umarmung freimachend indes ein plötzlicher ernst auf ihre schöne stirne trat vermagst du aber auch zu erklären mein kluge alfred wie es kam daß du gerade heute aus afrika heimkommen mußtest heute wo ich im begriffe stand mich auf immer zu binden vermagst du zu erklären wie es kam daß du in der nämlichen minute am telefon des herrn amtsrichters standest als ich mit der frau oberen sprach vermagst du zu erklären warum gerade dieser eine draht der dir meinen entschluss durch induktion verriet sich in die nähe des andern verirrt hat nein mein liebling sagte der ingenieur nun auch ernster werdend das alles vermag ich nicht zu erklären das ist das geheimnisvolle schloss amtsrichter riesental fast feierlich das rätselhafte welches uns allenthalben umgibt das wunderbare das bei allem irdischen geschehen als ein unerklärlicher rest übrig bleibt seien sie diesem wunderbaren dankbar daß es ihnen beiden das schönste und schwerste rätsel des menschenlebens lösen half die liebe hell klangen die drei gläser aneinander und eben trat frau wenk wieder in die tür und hinter ihr erschien auguste das mädchen für alles mit dem silbernen kübel aus dem einige goldköpfige flaschen verheißungsvoll hervorlugten ende von ein verirrter telefondraht der schmugglersteig von oscar adolf hermann schmitz dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org bernd ungerer der schmugglersteig eine vormärzliche begebenheit aus den privaten aufzeichnungen eines journalisten ein halbes jahrhundert habe ich über mich selbst geschwiegen ich war ein sprachrohr der anderen heute bin ich 75 jahre alt es ist daher höchste zeit ein erlebnis zu berichten wenn es überhaupt noch berichtet werden soll zweimal bin ich um die welt gereist dreimal habe ich die mitternachtssonne gesehen in amerika war ich viermal auf segelschiffen sechzehnmal auf dampfern die eisenbahnen haben mich umsonst vom kap finistär bis zum gelben meere gebracht mit zwei kaisern elf königen vier häuptlingen einem hetman einem beglerbeck einem großkahn und zweihundertvierzehn ministern habe ich gespeist der b von tunis hat mir seinen sonnenorden verliehen aber mein souverän erlaubte mir nicht ihn zu tragen mit seinen sternen und bändern bedeckt er mehr als drei viertel einer mittelgroßen personage bezaubert daher unwissende stärker als der schwarze adlerorden und das ist nicht gut heinrich heine hat mir persönlich göttliche grobheiten gesagt fanny elsler hätte mich fast geliebt napoleon der dritte hörte mit gnädigem lächeln meine finanzpläne zur rettung frankreichs an bei 113 hinrichtungen war ich zeuge die letzte war eine elektrische mehr als 200 erwerbsbedürftigen müttern habe ich die doppelköpfigkeit unmäßige beharrung oder die wissenschaftliche bedeutung ihrer missgeburten öffentlich bezeugt habe betrunkene könige ehrliche dirnen und bescheidene tenöre gekannt in louisiana sollte ich skalpiert in tibet geschunden werden aber mein gewandtes auftreten rettete mich ich kann keine sprache ganz 36 dreiviertel oder halb in allen habe ich eine vortreffliche aussprache mit einem satz ich gleiche dem nordischen gotte heimdal der von neun müttern geboren war also neunfachen mutterwitz haben mußte weniger schlaf brauchte als ein vogel bei nacht hundert meilen weit sah wie bei tag und das gras auf der erde die wolle auf den scharfen wachsen hörte aber von alledem will ich heute nichts erzählen ihr damen der provinz die ihr mich für einen interessanten mann haltet ich will vielmehr berichten was mir in der letzten nacht begegnete ehe dieses bewegte halbe jahrhundert begann und schlage darum die holzpapierenden blätter meines lebensbuches zurück ich besaß die kümmerliche monatsrente von fünfzig gulden später gab es monate in denen ich bei gott fünftausend anzubringen verstand dies und ein unheilvolles rumoren in meinem kopf bestimmten mich zum dichter wie es sich für diesen beruf geziemt bewohnte ich eine dachkammer mit aussicht auf einen altertümlichen hof und zahllose giebeldächer auf denen im mondschein katzen und kater tanzten während in den dunklen ecken des morschen baus die mädchen des hauses verfängliche gespräche mit ihren liebsten hielten die mondstrahlen aber waren wie seiten in den rahmen meines fensters gespannt und mein überquellendes herz harfte seine sehnsucht gen himmel bisweilen besuchte mich ein mädchen es war nicht schön die geliebten der dichter sind nie schön denn wessen einbildungskraft aus blondem haar goldene kronen schmiedet muss so viel wirklichkeit übersehen dass es auf ein paar extra hässlichkeiten wie etwa struppigkeit nicht ankommt und wer den sprung von augen zu sternen macht braucht nicht viel weiter zu springen ob die augen schielen oder nicht ach manolita die marie hieß hatte etwas struppiges haar ohne daß ich es merkte und ihre augen schielten ein wenig aber auch sie war ein weib ihre körperlichen merkmale waren feminigeneres wie bei venus und maria meine fantasie besaß an ihr ein sprungbrett in das mysterium der stets streitenden und stets sich ergänzenden hälften der welt des ewig männlichen und des ewig weiblichen dazu genügte manolita wie meine dachkammer für meine poesie das arme kind wußte nicht wie ihm geschah sie mußte wohl meinen so sind die männer die stadt in der ich wohnte lag unweit der grenze die über einem see aufsteigende felsenstraße im letzten haus diente manolita führte in das nachbarland in einer mondnacht mir ist als wären in jener zeit alle nächte mondnächte gewesen hatte ich manolita an ihre türe gebracht ich stand allein hoch über dem see fern glitzerten die lichter der stadt längs der straße zog sich die felswand hin zerklüftet und oft von lärmenden gießbächen zerrissen auf dem fast taghell beschienenen see irrten formlose dunkle wolkenschatten hie und da schwamm ein fischerboot auf der fläche dessen insasse bei einer laterne sein schweigsames gewerbe betrieb auf meinen lippen brannten noch die küsse der geliebten die mir jetzt in der erinnerung wirklich ein wenig zu dürftig vorkommen bei heimdall dem journalisten gott später habe ich wahrhaftig andere frauen geliebt ich eilte vorwärts auf der felsenstraße vorwärts in die ferne nach süden in dumpfem drang aus den silbernen armen dieser jugendnacht den gedanken das wort zu empfangen das mich unsterblich machen sollte halbtrunken wanderte ich immer weiter nach kurzer zeit bog die felsenstraße rechtsab in das geklüft nur ein kaum fußbreiter weg war in die wand gehauen die über dem see emporragte der schmugglersteig mir war als stünde ich vor einer wichtigen entscheidung meines lebens rechts ging es in die felsumschlossene fichtennacht der geheimnisvollen wasserfälle links führte der halsbrecherische steig im mondlicht hoch über der unten ausgedehnten flut ihn beschloss ich zu gehen und wie auf dünnem seil glaubte ich frei ins licht zu wandeln während ich der gefahr spottend über dem abgrund mühselig einher kroch der gedanke belustigte mich es könnte mir ein hoch bepackter schmuggler auf dem engen pfad entgegen kommen und ich war neugierig was sich dann ereignen würde einer hätte umkehren oder in die tiefe stürzen müssen es kam mir vor als ziehe sich der pfad unendlich in die länge da ich infolge der krümmungen den ausgangspunkt längst nicht mehr sah und hinter jeder felsennase die sich vor mir breit machte irgendein ziel erhoffte ging ich weiter mit jener fast unheimlichen pedanterie die uns oft vorwärts zwingt damit wir nur nicht auf denselben weg zurück müssen und ginge es in den tod körperlicher anstrengungen ungewohnt fühlte ich bald eine kaum noch erträgliche müdigkeit die hände schmerzten bei jeder berührung mit dem felsen ich fühlte meine selbstbeherrschung nachlassen ein zittern in den unterschenkeln kündete einen nahenden schwindelanfall an fast weiß lag der see unter mir ein unwahrscheinliches künstliches licht durchzitterte die luft des folgenden zeitabschnitts vermag ich mich durchaus nicht mehr zu entsinnen bin ich in die tiefe gestürzt und unter der flut in ein feenreich geraten wo man als maskerade zum spaß unsere welt nachahmt und befinde ich mich heute noch bei diesem mummenschanz oder bin ich mit übernatürlicher anspannung meiner kräfte weitergegangen so dass für die tätigkeit des bewusstseins nichts mehr übrig blieb kurz ich fühle meine erinnerungen an dieser stelle wie in zwei leben zerbrochen eine leere ein loch trennt diesseits und jenseits ich stelle mir vor daß viele menschen so eine lücke in ihrem dasein haben die sie vergeblich auszufüllen suchen entweder nehmen sie diesen mangel ernst lassen in gedanken nicht davon ab und werden verrückt oder sie betäuben sich wie ich mit arbeit vergnügen und ähnlichen narkotischen mitteln das heißt sie machen einen umweg um ihr eigenes leben meine erinnerung beginnt wieder bei folgender situation ich sitze in einem allseitig geschlossenen raum am boden mit fällen und tüchern bedeckt vor mir brennt ein reisig feuer das seinen schein auf einen kreis wildbärtiger männer wirft an ihren gürteln sehe ich reich besetzte dolche funkeln ihre rauen ungepflegten glieder sind halb in lumpen halb in köstliche orientalische decken gehüllt offenbar sind es schmuggler als ich den blick aufwärts wendete sah ich den gestirnten himmel über mir wir befanden uns in einer dachlosen stube deren wände felsen bildeten in den ecken schienen dunkle stollen in den viereckigen raum zu münden vor jedem auch vor mir waren kostbare aber teils zerbrochene teller und gläser aufgestellt mit speisen und getränken die appetitlicher aussahen als der ort erhoffen ließ man hatte offenbar auf mein erwachen gewartet um mit der mahlzeit zu beginnen ich war sehr hungrig und griff zu man ermunterte mich besonders zum trinken war überhaupt sehr höflich und zuvorkommend ein altes weib das nicht anders als skelett angeredet wurde bediente uns mit dem was es wohl selbst gekocht hatte ich hätte allzu gerne gewusst wie ich hergekommen und wer diese menschen waren aber ich fürchtete mir eine blöße zu geben wenn ich fragte um keinen unberechtigten hoffnungen des lesers raum zu geben bemerke ich gleich daß ich es niemals erfahren habe ich suchte meine lange geistesabwesenheit nach kräften zu verheimlichen nachdem mir gespeist und ich mich ohne betrunken zu sein in jener gehobenen nachtischstimmung befand schlugen meine wirte vor mir ihre wohnung zu zeigen in der wie sie sagten von den schätzen der erde das beste und kurioseste aufgestapelt sei wir traten mit fackeln in einen der stollen dessen beide wände von eisernen türen durchbrochen waren wir können ihnen unmöglich alles zeigen sagte einer aber sie werden sich immerhin einen begriff von unseren sammlungen machen können man öffnete die erste pforte ich will nicht mit der beschreibung der kostbaren und seltsamen dinge in den felsenkammern ermüden die aufsätze die ich in den folgenden fünfzig jahren aus allen teilen der welt an die zeitung schickte geben deutliches zeugnis davon nur kurz einiges allgemeine ich sah die abendliche pracht der wüste das starre tran dasein der eskimos ich sah bayreuth mit den wieder lebendig gewordenen nordischen göttern um die sich der reichtum beider welten schart ich muss bemerken dass dies in den vierziger jahren geschah als noch kein mensch an bayreuth dachte ich sah die schlachtfelder des deutsch französischen kriegs aber ich entdeckte noch mehr leibhaftige gedanken die in zeitweiligen oder lebenslänglichen ruhestand versetzt auf köstlichen polstern lagen menschheitbeglückende und weltzerstörende ideen kommunistische systeme saßen liebenswert um teetische revolutionen wälzten sich knurrend an der kette dichter träume gingen in fabelhafter nacktheit ich muss gestehen etwas dreist zwischen anständig wenn auch bedürftig gekleideten bürokratischen schrullen umher hoffnungen die stets in der hoffnung waren schrien nach wöchnerinnen die man ihnen versagte einige neue laster machten sich von weitem angenehm bemerkbar rochen aber in der nähe schlecht weshalb ich nicht dazu kam mir ihre gestalt ordentlich einzuprägen lüs eine schöne grämte sich weil man sie nicht zu den asyrischen lasterkönigen ließ aber das schicksal vor dem die schmuggler wahrscheinlich ungeheuren respekt hatten wollte es nicht so wie man mir versicherte auch fixe ideen drängten unverschämt heran nur diesen gegenüber musste ich mich unhöflicher worte einer die einen lorbeerkranz trug sogar meiner fäuste bedienen sonst benahmen sich selbst die leidenschaften und die todsünden recht gut wenn auch etwas verlegen wie derbe leute die sich einmal in den zwang eines salons fügen um sich später anderwärts schadlos zu halten man kann sich denken mit welchem staunen ich zwischen all diesen kuriositäten umher ging aber meine verwunderung wuchs als mich einer meiner begleiter geschmeichelt durch das gefallen das ich an den sammlungen fand höflich aufforderte ich solle mir von dem gesehenen einiges aussuchen was mir besonders gefiele da ließ ich die blicke unentschlossen umherschweifen wieder drängten sich die fixen ideen ungezogen heran aber ich brach mir bahn nach einem halb offen stehenden rot schimmernden gemach in dem obwohl es gar nicht groß war fünfhundert so sagte man mir wundervolle nackte frauen lagerten die still vor sich hin lächelten als wollten sie sagen wir brauchen uns nicht vorzudrängen man kommt zu uns ich war von dem weißen schimmer der leiber geblendet solche formen hatte ich bisher nur in gips gesehen ich meinte die wirklichen frauen seien nun einmal immer hässlich aber wer ein rechter dichter sei der setzte sich darüber hinweg die schmuggler freuten sich offenbar an meiner verwirrung indem ich besonders die zunächst liegende durch ihre brennenden blicke versetzte die will ich haben alle fünfhundert rief ich gierig und wurde gleich sehr verlegen nichts sei leichter als das antwortete man mir vergnügt ich solle noch einmal wählen man öffnete vor mir eine andere tür durch die ein heftiges gelbes licht fiel das mir in den augen weh tat als ich mich daran gewöhnt hatte sah ich daß wände boden und decke des geöffneten gemaches mit geprägten goldstücken gepflastert waren ich wollte weitergehen es ist rund eine million sagte man mir so erwiderte ich gleichgültig und blickte bald lüstern zurück in das gemach zu den fünfhundert frauen bald schweifte mein blick suchend über die anderen kostbarkeiten es ist eine million wiederholte der schmuggler erstaunt wollen sie die nicht ach nein geben sie mir lieber die wüste mit den kamelen und oasen oder sonst etwas romantisches sie sind ein narr mein herr erst lassen sie sich fünfhundert weiber schenken und nun verschmähen sie das lumpige millionchen was wollen sie ohne geld mit ihren weibern anfangen glauben sie die werden ihnen ruhe lassen dieses volk will beschenkt sein mit schmuck und kleidern aber nackt gefallen sie mir viel besser das ist den weibern gleich wenn sie ihnen nichts geben werden sie sich von anderen etwas schenken lassen ich erschrak sehr bei diesen worten und ließ mir nun ruhig die million versprechen die schmuggler waren sehr zufrieden und sagten nun dürfe ich noch ein letztes mal wählen dieses mal wolle man mich nicht beeinflussen aber sie müßten mir doch vorher noch etwas zeigen was mir gewiß besonders gefallen würde sie schoben eine tapetentür auf die sich ohne schlüssel öffnen ließ während alle anderen pforten von eisen waren und schwere schlösser hatten dafür war diese tür so kunstvoll verborgen dass sie nur ein eingeweihter finden konnte wir traten in ein zimmer in dem offenbar niemals aufgeräumt wurde ein haufen metaphern annafern symbole allegorien geprägte redensarten zitate sprichwörter in vollnis übergegangene witze lagen wie kraut und rüben durcheinander an den mauern hingen ohne ordnung poetische bilder und vergleiche in festen rahmen tropen und metonymien blickten verwirrend dazwischen hervor um die vier wände des zimmers ging nahe der decke ein wandbrett auf dem zwischen windöfchen kolben retorten und anderen apparaten der schwarz kunst hohe gläser voll flüssigkeit standen darin lagen wie tiere in spiritus gedanken gute gedanken die sich im zustand langsamer auflösung befanden manche waren noch deutlich erkennbar und hatten die umgebende flüssigkeit nur leise gefärbt andere waren bereits formlos gallertartig geworden während die flüssigkeit immer trüber schien in einzelnen gläsern befand sich nichts als ein formloser missfarbiger brei auf meine frage was diese gedankenverdünnung bedeute wollten mir die schmuggler keine rechte auskunft geben ich würde das eines tages begreifen wenn nicht so wäre mir nur umso wohler ich muß gestehen daß mir das verdächtig vorkam ich wurde unwillkürlich an die wirtshausküche erinnert wo aus ein paar pfund fleisch so viel brühe gewonnen werden kann als wasser da ist es wurden hier offenbar fälschungen vorgenommen und woher bezogen die leute die zur verdünnung benutzten gedanken ich schwur ihnen beileibe keine von meinen versen vorzulegen was mir sonst gar leicht passieren konnte vielleicht würden sie daraus eine wassersuppe kochen indessen schweiften meine blicke wieder über die merkwürdigkeiten am boden und an den wänden mein herz ging auf als ich darunter zwischen vielem unrat reine dichterworte tiefsinnige symbole erhabene weisheitssprüche hervorschimmern sah wer da hinein ordnung brächte rief ich begeistert aus würde das zeug zu der wundervollsten dichtung finden schenken sie mir das gerümpel mich soll die mühe nicht verdrießen die schmuggler erklärten sich gerne bereit derweil waren wir wieder hungrig geworden wir speisten zusammen in dem felsenviereck bei tisch erfuhr ich bemerkenswerte einzelheiten über das dasein dieser menschen sie lebten vom tauschhandel klein hatten sie angefangen einige ihrer kostbarkeiten wollten sie am weg gefunden haben sie vermehrten ihren besitz durch vorteilhafte tauschgeschäfte ich gewann immer mehr den eindruck als ob das alles nicht immer redlich zuginge sie werden uns doch auch etwas als entgelt für unsere gaben zurücklassen fragte man mich ich erschrak denn ich hatte nichts bei mir als eine recht miserable deutsche dichterzigarre beunruhigen sie sich nicht sie lassen uns drei ihrer träume und wir sind zufrieden träume rief ich aufatmend davon habe ich genug wenn sie ein mittel wissen mich schmerzlos von einigen zu befreien wir kamen dann auf andere gesprächsthemen auf politik auf die damals herrschende unzufriedenheit der völker mit ihren regenten die schmuggler taten so als hätten sie dabei irgendwie die hand im spiel nein nein rief einer aus die echte revolution geben wir sobald nicht wieder her wir haben sie nur mühsam zurückbekommen gegen die heuchelei die doch sonst so hoch im preise stand aus frankreich erhalten wir fast täglich briefe wir möchten sie wieder hergeben sie wollen uns dafür die glorie bonapartes ungeschmälert ausliefern aber wir tun es nicht sie bekommen höchstens ein paar barrikadenkämpfe ich bemerke daß das jahr 48 vor der tür stand ein über allemaßen widerliches trockenes lachen tönte aus der ecke es war ein heiterkeitsausbruch des skeletts großmäuler ihr rief die alte ihr müsst sie ja doch hergeben wenn die dame schicksal kommt und es verlangt gut daß ihr euch ein wenig überwacht sonst würdet ihr die ganze welt auf den kopf stellen der schmuggler der vorher gesprochen hatte faßte schweigend die alte an einem strick den sie stets um den linken knöchel trug und hängte sie damit den kopf nach unten an einen nagel der hoch aus der felswand ragte sie wimmerte ein wenig war aber anscheinend an diese wohlverdiente züchtigungsart gewohnt die fünfhundert frauen zu denen die pforte noch offen stand jauchzten die zunächst liegende sagte mit etwas fremdländischem akzent sie würde sich so etwas nicht bieten lassen mit ihr hätte es aber wohl kaum einer versucht sie besaß königliche formen meine üble meinung von diesen leuten bestätigte sich immer mehr sie waren gewiß kenner der echtheit in deren besitz sie sich zu setzen wußten um sie zu entwürdigen natürlich machten sie glänzende geschäfte wenn sie die große revolution in zahllose barrikadenkämpfe verzettelten die sie einzeln feilboten ich konnte mir vorstellen wieviel besonnene gedanken und ehrwürdige empfindungen sie sich für solche nichtigkeiten bezahlen ließen und es dämmerte mir auf welchen unlauteren kniffen das geschäft dieser menschen beruhte ein unheimlicher gedanke stieg in mir auf wenn sie noch eine zeitlang so weiter wirtschafteten würden sie schließlich alles wertvolle aus der welt herausgezogen und ihre scheinwerte und verdünnungen hineingeschmuggelt haben mir graute vor der feigheit heuchelei unwahrheit bedrückung die dann zur herrschaft kämen während die freiheit die schönheit die erkenntnis in felsenkammern als kuriositäten moderten oder alchemistisch entstellt würden es war nur gut daß sie wenigstens vor dem schicksal angst hatten vielleicht weil es das einzige auf der welt ist womit man nicht handel treiben kann man muss mir etwas einschläferndes in das getränk gegossen haben nur mit mühe bemerkte ich noch wie das skelett wieder abgehängt wurde einen überkochenden kessel aus einem stollen holen und in die mitte rücken musste und unter höllenlärm der schmugglerbande darin herumquirlte man warf mir unerkennbare gegenstände hinein flaschen wurden darüber ausgegossen wenn der kessel zu voll war stellte man ihn einfach schräg bis ein teil der flüssigkeit überlief die sich wie kriechendes gewürm lautlos und dick in die stollen verteilte dann wurde weiter gepanscht zuletzt klebte die alte auf einer etikette das datum des folgenden tages an den kessel den mehrere schmuggler verschlossen man schob ihn bis vor eine eiserne tür durch den geöffneten flügel sah ich nichts als den gestirnten himmel ich merkte daß wir uns sehr hoch befinden mussten der kessel wurde bis auf die schwelle geschoben das skelett gab ihm einen tritt und nun rollte er auf einer art rutschbahn ins tal die schmugglerbande heulte ihm die gröbsten ausdrücke nach spie hinunter und verunreinigte überhaupt die rutschbahn aufs unflätigste er ist geplatzt rief einer entzückt und ich stellte mir lebhaft vor wie dieses elende gebräu die welt am folgenden morgen überschwemmen würde offenbar gab es jeden tag solch eine portion nun schien der zweck erreicht zu sein man schloß die tür ich aber tat als ob ich schliefe denn ich verhehlte mir nicht daß ich in einen ungewöhnlichen kreis geraten war dessen tun und treiben ich weiter beobachten wollte bald aber geriet ich wie sehr ich auch dagegen ankämpfte in halbschlummer ich träumte lebhaft doch ich wußte daß es träume waren zuerst sah ich manolita göttlich schön wie sie in meiner fantasie lebte mit ihrer krone goldener haare und den sternen im antlitz ich wußte daß es ein traumbild war aber ich erfreute mich daran doch da kam einer der schmuggler suchte mit den händen etwas über dem haupte manolitas rollte behutsam das vollständige bild zusammen und reichte es der alten die es in einen der stollen trug anstelle des bildes sah ich eine merkwürdige haustür mit grünen jalousien darüber hing eine transparent erleuchtete hausnummer in der größe einer fensterscheibe daneben stand zwischen zwei ordinären amouretten auf einem schild nachtschelle für mademoiselle rose mod ich war so keck auf die klingel zu drücken und sah hinter den jalousien zwei spähende augen ein spalt der tür wurde geöffnet und ein recht anständig gekleidetes mädchen mit etwas bockennarbigem gesicht flüsterte sie sind doch empfohlen durch dr m nicht sie wissen nur auf empfehlung lassen wir ich nickte bloß und trat ein am ende des korridors sah ich wieder in das halboffene rote gemach in dem die fünfhundert nackten frauen lagerten die nun mir gehörten aber die tür flog gleich zu das anständige mädchen schob mich auf eine breite verschnörkelte holztreppe wie sie in alten bürgerhäusern sind ich ging hinauf es roch nach samstäglicher putzerei im vierten stock war eine glastür vor der auf einem schildchen mein name stand ich öffnete mit meinem hausschlüssel der in im zimmer war ein kaffeetisch gedeckt beim schein einer geblümten petroleumlampe strickte manolita socken hinter dem tisch stand ein ledersofa mit einem gehäkelten kranzförmigen pfühl darüber hingen familienporträts in ovalen rahmen manolita stand auf sie nahm sich als hausfrau recht gut aus alter sagte sie es ist gut dass du kommst bereits dreimal war der metzger mit der rechnung ich wollte auf sie zugehen und ihr schlicht gescheiteltes haar küssen aber da kam wieder der schmuggler machte sich über manolitas kopf zu schaffen und rollte das traumbild auf das die alte wieder in den stollen trug statt in dem altmodischen zimmer mit dem kaffeegeruch befand ich mich in einem kleinen gemach voll orientalischer teppiche am boden und an den wänden ein diener erwartete mich mit tee neben meiner tasse lag ein haufen eingelaufener briefe und telegramme nach denen ich griff während der diener mir die stiefel auszog im nebenzimmer brannten zahllose kerzen vor spiegeln in der mitte war ein tisch mit reichem silber und porzellan gedeckt seltene blumen dufteten in bunten vasen der diener bemerkte bescheiden alles sei für das diner angeordnet wie ich es befohlen hätte in diesem augenblick schellte es ich wurde ans telefon gerufen als ich aber die hörmuschel ans ohr legte bemerkte ich dass ich einen guckkasten vor mir hatte ich sah darin ein wundervolles bild tief im abgrund wand sich ein fluss zwischen südländisch üppig bewachsenen ufern an denen ein fast schwarzer lorbeerhain zwischen hellerem grün hervorstach aus diesem hain erhob sich eine gestalt die immer höher schwebte bis sie ganz dicht vor mir war ich erkannte manolitas züge schön wie sie in mir lebten sie trug ein antikes gewand gemessen schritt sie auf mich zu hob ihre beiden arme und wollte mir einen lorbeerkranz auf die schläfen drücken aber zum dritten male kam der schmuckler rollte das bild auf gab es dem skelett das damit in dem stollen verschwand in dem guckkasten aber gewahrte ich ein anderes schauspiel ein herr der meinem vater ähnlich sah sich nur viel vornehmer gab sprach von einer redner tribüne herab zu einer festlichen versammlung man jubelte ihm zu als er seine rede gerade beendet hatte ich hörte noch wie er sagte und für diese broschüre in der ich sein land in den wahrsten und hellsten farben zugleich geschildert geruhten seine hoheit der bey von tunis mir seinen sonnenorden zu verleihen mein souverän gott erhalte ihn konnte mir aus geheimen gründen der staatsräson das tragen dieser auszeichnung nicht gestatten und so bin ich genötigt diesen beweis seiner gunst dem hohen bey auch ihn erhalte gott zurück zu senden vorher aber kann ich mir die genugtuung nicht versagen ihnen verehrte zuhörer und wie ich mir wohl schmeicheln darf freunde dieses kleinod zu zeigen mit diesen worten öffnete der vornehme mann eine kiste die ihm derselbe diener brachte der mich vorher mit tee bedient und mir die stiefel ausgezogen hatte und entnahm daraus goldene sterne und seidene schleifen die er der lautjubelnden menge zeigte ja er konnte sich nicht enthalten sie einen augenblick anzulegen in diesem augenblick klingelte es wieder am telefon jemand rief schluß ich hängte die hörmuschel an und als ich mich umsah war es heller morgen die schmuggler saßen beim mal in ihrer felsenstube man wünschte mir einen guten tag das skelett brachte einen erträglichen morgenkaffee an mein lager und ich erfuhr daß die schmuggler nach dem frühstück an ihr tagewerk zu gehen beabsichtigten also einige streifzüge in der umgegend machen wollten weil heute der fürst metternich auf einer italienreise begriffen durchkommen ist müsse und sie ihm einige freiheitliche ideen aufschwindeln wollten sie hofften durch derartige manipulationen die revolution nicht hergeben zu brauchen man brach auf und mir blieb nichts anderes übrig als mitzugehen die schmuggler bemerkten meine enttäuschte miene ach so die geschenke sagte einer sie müssen wissen daß sie das nicht alles auf einmal erhalten es wird auf ihr ganzes leben verteilt werden aber sie werden noch heute spüren daß wir wort halten ich glaubte natürlich kein wort und war überzeugt daß man mich betrogen hatte wir gingen durch einen endlos scheinenden stollen der uns schließlich an eine stelle des sees führte wo zwischen wasser und felsen kein pfad ging ein breites warenboot wie es die schiffer benutzen lag in einer kleinen natürlichen bucht ich wurde eine halbe stunde weit gerudert und dann an der mir bekannten uferstraße abgesetzt die schmuggler hielten sich keine minute auf sondern fuhren mit unbegreiflicher geschwindigkeit zurück ohne im geringsten klarheit über das erlebnis zu finden ging ich der stadt zu von weitem sah ich manolita die vom markt kam wo sie fische gekauft hatte sie trug sie in einem korb pfui wie hässlich sie war sie sah krankhaft und mager aus wie mussten erst ihre hände nach fischen riechen glücklicherweise führte der weg über eine brücke unter die ich leicht durch einen graben neben der straße gelangen konnte dort verbarg ich mich bis manolita vorbei war ich habe sie niemals wiedergesehen als ich auf den marktplatz der stadt kam fand ich vor dem vornehmsten gasthaus ein großes gedränge das von galonierten bedienten zurückgehalten wurde ich glaubte unter denen die aus dem haus kamen einen der schmuggler zu gewahren der sofort in der menge verschwand auf meine erkundigung erfuhr ich von meinem nachbar es sei eine hohe persönlichkeit auf der durchreise nach italien angekommen man wisse aber nicht wer da die personage unerkannt bleiben wolle ich wußte sofort daß es niemand anders als fürst metternich sein konnte mit einer mir sonst gar nicht eigenen gewandtheit verstand ich mich durch den garten von hinten ins haus zu schleichen vor einer tapetentür im ersten stock blieb ich der sonst eher schüchtern war so ungeniert stehen daß alle vorübergehenden meinen mußten ich gehörte dahin durch die tür aber vernahm ich die stimme des fürsten im gespräch mit dem bürgermeister der stadt ich verstand nur abgerissene sätze vor allem wünschte er unerkannt durchzureisen da er leidend war im übrigen sei er der stadt sehr gewogen er habe nichts einzuwenden gegen die ernennung des beliebten x zum oberpostmeister obgleich der mann im gerüchte des liberalismus stehe man solle überhaupt ihn den fürsten doch ja nicht für einen wehrwolf halten er beabsichtige im laufe der jahre die zensur und die pressegesetze selbst in den grenzdistrikten etwas milder zu handhaben als ich hörte daß der bürgermeister verabschiedet wurde eilte ich fort um nicht entdeckt zu werden mein weg ging geradeaus zur redaktion der ersten zeitung wo ich meine ganze wissenschaft verriet metternich hier fragte der redakteur wenn sie sich nur nicht täuschen aber herr redakteur erwiderte ich was glauben sie von mir ich kenne fürst metternichs stimme wie die meines vaters ich erschrak über diese mir selbst unbegreifliche frechheit denn ich hatte metternich nie gesehen noch früher je sprechen gehört nun so schreiben sie einmal alles auf was sie wissen erwiderte der redakteur durch meine sicherheit überzeugt hier ist ein pult tinte und feder während ich schrieb flossen mir ich wußte nicht wie bilder und sprachwendungen zu die ich in dem gemach der schmuggler bemerkt hatte in einer viertelstunde waren zwei spalten geschrieben in einem wie ich selbst fand äußerst brillantem stil mit großem selbstbewusstsein überreichte ich dem redakteur die blätter der sie überflog und erstaunt rief sie sind der geborene journalist junger mann ihre findigkeit ist nichts gegen ihren stil und alles beides verschwindet wieder vor ihrer schnelligkeit seit wann sind sie bei der presse das ist mein erster versuch erwiderte ich etwas schüchtern was waren sie früher jeder journalist war ehemalig etwas anderes dichter gestand ich beschämt na das haben sie sich glücklich abgewöhnt ich habe beschäftigung für sie heute abend singt die rubini die generontola gehen sie in die oper und bringen sie mir nachts noch die kritik redakteur ich bin ja völlig unmusikalisch unsinn antwortete er grob solche bedenken gewöhnen sie sich nur ja ab mit ihrem stil ist man musikalisch agronomisch geografisch theosophisch was verlangt wird verstehen sie ich sehe übrigens daß sie um in die oper zu gehen ihre toilette etwas vervollständigen müssen hier haben sie hundert gulden vorschuss und unterschreiben sie dieses blatt er reichte mir einen zettel den ich unterschrieb ohne zu beachten was darauf stand ich empfahl mich und ging in die modemagazine wo ich mich völlig ausrüstete als stutzer kam ich nach hause vor meiner zimmertür stand eine pompöse übermäßig elegant gekleidete dame oh sie kommen endlich rief sie in einem gebrochenen deutsch ich bin rubini kalotta rubini ich höre daß sie heute abend die kritik schreiben ich geriet etwas in verlegenheit verzeihen sie signora stammelte ich ich wohne nur vorübergehend in dieser höhle bis ich eine wohnung nach meinem geschmack finde oh ich begreife ich begreife sagte die rubini und trat ein sie nahm ihren schleier ab und ich erkannte in ihr diejenige von den 500 frauen die mir in der schmugglerhöhle zunächst gelegen hatte ach ich bin so müde sagte sie darf ich ein wenig ausruhen seit einer halben stunde stehe ich auf der treppe gewiß gewiß signora wenn ich ihnen nur etwas anbieten könnte ach ja mein herr bieten sie mir etwas an lassen sie etwas holen ich ging hinaus gab einem jungen der nebenan bei einem schuster arbeitete den rest meines geldes und beauftragte ihn aus dem kaffeehaus champagner heraufzubringen wie recht gab ich jetzt den schmugglern die ihr versprechen hielten und mir zu den 500 frauen nach und nach die so unentbehrliche millionen zukommen lassen würden als ich wieder in die kammer trat hatte sich's die rubini sehr bequem gemacht es war ihr so heiß und als der champagner kam hielt ich bereits besorgt ihre hand denn sie hatte einen übermäßig starken pulsschlag aber sie war nur ein präzedenzfall ich könnte noch 499 geschichten erzählen wenn nicht die hohe geburt der europäische name und der reichtum meiner heldinnen zu besonderer diskretion verpflichteten aber aus rein psychologischem interesse werde ich vielleicht doch einmal indiskret sein nur muss ich vorher das aussterben einiger herrscher häuser abwarten ende von der schmugglersteig die dreifache warnung von arthur schnitzler dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org im duft des morgens umstrahlt von himmelsbläue wanderte ein jüngling den winkenden bergen zu und fühlte sein frohes herz mit allen pulsen der welt in gleicher welle schlagen unbedroht und frei trug ihn sein weg viele stunden lang über das offene land bis mit einem male an eines waldes eingang ringsum ihn nah und fern zugleich unbegreiflich eine stimme klang geh nicht durch diesen wald jüngling es sei denn du wolltest einen mord begehen betroffen blieb der jüngling stehen blickte nach allen seiten und da nirgends ein lebendiges wesen zu entdecken war erkannte er daß ein geist zu ihm gesprochen hatte seine kühnheit aber lehnte sich auf so dunklem zuruf gehorsam zu sein und den gang nur wenig mäßigend schritt er unbeirrt vorwärts doch mit angespannten sinnen den unbekannten feind rechtzeitig zu erspähen den ihm jene warnung verkündigen mochte niemand begegnete ihm kein verdächtiges geräusch ward vernehmbar und unangefochten trat der jüngling bald aus den schweren schatten der bäume ins freie unter den letzten breiten ästen ließ er zur kürzeren rast sich nieder und sendete den blick über eine weite wiese hin den bergen zu aus denen schon mit strengem umriß ein starrer gipfel als letztes hohes ziel sich aufrichtete kaum aber hatte der jüngling sich wieder erhoben als sich zum zweiten mal die unbegreifliche stimme vernehmen ließ rings um ihn zugleich nah und fern doch beschwörender als das erste mal geh nicht über diese wiese jüngling es sei denn du wolltest verderben bringen über dein vaterland auch dieser neuen warnung zu achten verbot dem jüngling sein stolz ja er lächelte des leeren worts schwalls der geheimnisvollen sinnes sich brüsten wollte und eilte vorwärts im inneren ungewiß ob ungeduld oder unruhe ihm den schritt beflügelte feuchte abendnebel dunsteten in der ebene als er endlich der felswand gegenüber stand die zu bezwingen er sich vorgenommen doch kaum hatte er den fuß auf das kahle gestein gesetzt so tönte es unbegreiflich nah und fern zugleich drohender als zuvor um ihn nicht weiter jüngling es sei denn du wolltest den tod erleiden nun sandte der jüngling ein überlautes lachen in die lüfte und setzte ohne zögern und ohne hast seine wanderung fort je schwindelnder ihn der pfad empor trug um so freier fühlte er seine brust sich weiten und auf der kühn erklommenen spitze umglühte der letzte glanz des tages sein haupt hier bin ich rief er mit erlöster stimme war dies eine prüfung guter oder böser geist so habe ich sie bestanden kein mord belastet meine seele ungekränkt in der tiefe schlummert mir die geliebte heimat und ich lebe und wer du auch sein magst ich bin stärker als du denn ich habe dir nicht geglaubt und tat recht daran da rollte es wie ungewitter von den fernsten wänden und immer näher heran jüngling du irrst und die donnergewalt der worte warf den wanderer nieder er aber streckte sich auf den schmalen grad der länge nach hin als wäre es eben seine absicht gewesen hier auszuruhen und mit spöttischem zucken der mundwinkel sprach er wie vor sich hin so hätte ich wirklich einen mord begangen und hab es gar nicht gemerkt und es brauste um ihn dein achtloser schritt hat einen wurm zertreten gleichgültig erwiderte der jüngling also weder ein guter noch ein böser geist sprach zu mir sondern ein witziger geist ich habe nicht gewußt daß auch derlei um uns sterbliche in den lüften schwebt da rollte es rings im fahlen dämmerschein der höhe so bist du derselbe nicht mehr der heut morgen sein herz mit allen pulsen der welt in gleicher welle schlagen fühlte daß dir ein leben gering erscheint von dessen lust und grauen kein wissen in deine taube seele dringt ist es so gemeint entgegnete der jüngling stirnrunzelnd so bin ich hundert und tausendfach schuldig wie andere sterbliche auch deren achtloser schritt unzähliges kleines getier immer und immer wieder ohne böse absicht vernichtet um des einen willen aber warst du gewarnt weißt du wozu gerade dieser wurm bestimmt war im unendlichen lauf des werdens und geschehens gesenkten hauptes erwiderte der jüngling da ich das weder weiß noch wissen kann so sei dir denn in demut zugestanden daß ich auf meiner waldeswanderung unter vielen anderen auch gerade den mord begangen habe den zu verhüten dein wille war aber wie ich es angestellt habe auf meinem wiesenweg unheil über mein vaterland zu bringen das zu hören bin ich wirklich begierig sahest du den bunten schmetterling raunte es um ihn jüngling der eine weile zu deiner rechten flatterte viele sah ich wohl auch den den du meinen magst viele sahst du manche trieb deiner lippen hauch ab von ihrer bahn den aber den ich meine jagte dein wilder atem ostwärts und so flatterte er meilenweit immer weiter bis über die goldenen gitterstäbe die den königlichen palast umschließen von diesem schmetterling aber wird die raupe stammen die übers jahr an heißem sommernachmittag über der jungen königin weißen nacken kriechen und sie so jäh aus ihrem schlummer wecken wird daß ihr das herz im leib erstarren und die frucht ihres schoßes hinsiechen muß und statt des rechtmäßigen um sein dasein betrogenen sprossen erbt es königs bruder das reich tückisch lasterhaft und grausam wie er geschaffen stürzt er das volk in verzweiflung empörung und endlich zu eigener rettung in kriegswirrnis deiner geliebten heimat zum unermeßlichen verderben an all dem trägt kein anderer schuld als du jüngling dessen wilder hauch den bunten schmetterling auf jener wiese ostwärts über goldene gitterstäbe in den park des königs trieb der jüngling zuckte die achseln daß all dies eintreffen kann so wie du voraussagst unsichtbarer geist wie vermocht ich es zu leugnen da ja auf erden immer eins aus dem andern folgt gar oft ungeheures aus kleinem und kleines wieder aus ungeheurem aber was soll mich veranlassen gerade dieser prophezeiung zu trauen da jene andere sich nicht erfüllte die mir für meinen felsenaufstieg den tod angedroht hat wer hier empor steigt so klang es furchtbar um ihn der muß auch wieder hinab wenn es ihn gelüstet weiter unter den lebendigen zu wandeln hast du das bedacht da erhob sich der jüngling jäh als war er gewillt augenblicklich den rettenden rückweg anzutreten doch als er mit plötzlichem grauen der undurchdringlichen nacht inne ward die ihn umgab begriff er daß er zu so verwegenem beginnen des lichts bedurfte und um seiner klaren sinne für den morgen gewiß zu sein streckte er sich wieder hin auf den schmalen grad und sehnte mit inbrunst den stärkenden schlaf herbei doch so reglos er da lag gedanken und sinne blieben ihm wach schmerzlich geöffnet die müden lieder und ahnungsvolle schauer rannen ihm durch herz und adern der schwindelnde abgrund stand ihm immer und immer vor augen der ihm den einzigen weg ins leben zurück bedeutete er der sonst seines schrittes sich überall sicher gedüngt hatte fühlte in seiner seele nie gekannter zweifel aufbeben und immer peinvoller wühlen bis er sie nicht länger ertragen konnte und beschloss lieber gleich das unvermeidliche zu wagen als in qual der ungewißheit den tag zu erwarten und wieder erhob er sich zu dem vermessenen versuch ohne den segen der helle nur mit seinem tastenden tritt des gefährlichen weges meister zu werden kaum aber hatte er den fuß in die finsternis gesetzt so war ihm wie ein unwiderrufliches urteil bewußt daß ich nun in kürzester frist sein geweißsacktes schicksal erfüllen mußte und in düsterem zorn rief er in die lüfte unsichtbarer geist der mich dreimal gewarnt dem ich dreimal nicht geglaubt habe und dem ich nun doch als dem stärkeren mich beuge ehe du mich vernichtest gib dich mir zu erkennen und es klang durch die nacht umklammernd nah und unergründlich fern zugleich erkannt hat mich kein sterblicher noch der namen hab ich viele bestimmung nennen mich die abergläubischen die toren zufall und die frommen gott denen aber die sich die weisen dünken bin ich die kraft die am anfang aller tage war und weiter wirkt unaufhaltsam in die ewigkeit durch alles geschehen so fluche ich dir in meinem letzten augenblick rief der jüngling mit der bitternis des todes im herzen denn bist du die kraft die am anfang aller tage war und weiter wirkt in die ewigkeit durch alles geschehen dann mußte ja all dies kommen wie es kam dann mußte ich den wald durchschreiten um einen mord zu begehen mußte über diese wiese wandern um mein vaterland zu verderben mußte den felsen erklimmen um meinen untergang zu finden deiner warnung zum trotz warum also war ich verurteilt sie zu hören dreimal die mir doch nichts nützen durfte mußte auch dies sein und warum o hohn über allem hohn muß ich noch im letzten augenblick mein ohnmächtiges warum dir entgegenwimmern da war dem jüngling als fliehe an den rändern des unsichtbaren himmels von ungeheurer antwort schwer und ernst ein unbegreifliches lachen hin doch wie er versuchte ins weite zu horchen wankte und glitt der boden unter seinem fuß und schon stürzte er hinab tiefer als millionen abgründe tief in ein dunkel darin alle nächte lauerten die gekommen sind und kommen werden vom anbeginn bis zum ende der welten der erste brief des paulus an die korinther kapitel 1 bis 10 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung der an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von dom bombadil kapitel 1 paulus berufen zum apostel jesu christi durch den willen gottes und bruder sosthenes der gemeinde zu korinth den geheiligten in christo jesu den berufenen heiligen samt allen denen die anrufen den namen unseres herrn jesu christi an allen ihren und unseren orten gnade sei mit euch und friede von gott unserem vater und dem herrn jesus christus ich danke meinem gott alle zeit eure talten für die gnade gottes die euch gegeben ist in christo jesu dass ihr seid durch ihn an allen stücken reich gemacht an aller lehre und in aller erkenntnis wie denn die predigt von christus in euch kräftig geworden ist also dass ihr keinen mangel habt an irgendeiner gabe und wartet nur auf die offenbarung unseres herrn jesu christi welcher auch wird euch fest erhalten bis ans ende dass ihr unsträflich seid auf den tag unseres herrn jesu christi denn gott ist treu durch welchen ihr berufen seid zur gemeinschaft seines sohnes jesu christi unseres herrn ich ermahne euch aber liebe brüder durch den namen unseres herrn jesu christi dass ihr allzumal einerlei rede führt und lasst nicht spaltungen unter euch sein sondern haltet fest aneinander in einem sinne und in einerlei meinung denn es ist vor mich gekommen liebe brüder durch die aus kloes gesinde von euch das zank unter euch sei ich sage aber davon dass unter euch einer spricht ich bin paulisch der andere ich bin apollisch der dritte ich bin käfisch der vierte ich bin christisch wie ist christus nun zertrennt ist denn paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf des paulus namen getauft ich danke gott dass ich niemand unter euch getauft habe außer christus und gaius dass nicht jemand sagen möge ich hätte auf meinen namen getauft ich habe aber auch getauft des stefanas hausgesinde weiter weiß ich nicht ob ich etliche andere getauft habe denn christus hat mich nicht gesandt zu taufen sondern das evangelium zu predigen nicht mit klugen worten auf das nicht das kreuz christi zunichte werde denn das wort vom kreuz ist eine torheit denen die verloren werden uns aber die wir selig werden ist seine gottes kraft denn es steht geschrieben ich will zunichte machen die weisheit der weisen und den verstand der verständigen will ich verwerfen wo sind die klugen wo sind die schriftgelehrten wo sind die weltweisen hat nicht gott die weisheit dieser welt zur torheit gemacht denn die weil die welt durch ihre weisheit gott in seiner weisheit nicht erkannte gefiel es gott wohl durch törichte predigt selig zu machen die so daran glauben sind einmal die juden zeichen fordern und die griechen nach weisheit fragen wir aber predigen den gekreuzigten christus den juden ein ärgernis und den griechen eine torheit denen aber die berufen sind juden und griechen predigen wir christ um göttliche kraft und göttliche weisheit denn die göttliche torheit ist weiser als die menschen sind und die göttliche schwachheit ist stärker als die menschen sind seht an liebe brüder eure berufung nicht viel weise nach dem fleisch nicht viel gewaltige nicht viel edle sind berufen sondern was töricht ist vor der welt das hat gott erwählt dass er die weisen zu schanden mache und was schwach ist vor der welt das hat gott erwählt dass er zu schanden mache was stark ist und das unedle vor der welt und das verachtete hat gott erwählt und dass da nichts ist dass er zunichte mache was etwas ist auf das sich vor ihm kein fleisch rühme von ihm kommt auch ihr her in christus jesu welcher uns gemacht ist von gott zur weisheit und zur gerechtigkeit und zur heiligung und zur erlösung auf das wie geschrieben steht wer sich rühmt der rühme sich des herrn und ich liebe brüder da ich zu euch kam kam ich nicht mit hohen worten oder hoher weisheit euch zu verkündigen die göttliche predigt denn ich hielt mich nicht dafür dass ich etwas wüsste unter euch als allein jesum christum den gekreuzigten und ich war bei euch mit schwachheit und mit furcht und mit großem zittern und mein wort und meine predigt war nicht in vernünftigen reden menschlicher weisheit sondern in beweisung des geistes und der kraft auf das euer glaube bestehe nicht auf menschenweisheit sondern auf gottes kraft wovon wir aber reden das ist dennoch weisheit bei den vollkommenen nicht eine weisheit dieser welt auch nicht der obersten dieser welt welche vergehen sondern wir reden von der heimlichen verborgenen weisheit gottes welche gott verordnet hat vor der welt zu unserer herrlichkeit welche keiner von den obersten dieser welt erkannt hat denn so sie die erkannt hätten hätten sie den herrn der herrlichkeit nicht gekreuzigt sondern wie geschrieben steht was kein auge gesehen hat und kein ohr gehört hat und in keines menschen herz gekommen ist was gott bereitet hat denen die ihn lieben uns aber hat es gott offenbart durch seinen geist denn der geist erforscht alle dinge auch die tiefen der gottheit denn welcher mensch weiß was im menschen ist als der geist des menschen der in ihm ist also auch weiß niemand was in gott ist als der geist gottes wir aber haben nicht empfangen den geist der welt sondern den geist aus gott dass wir wissen können was uns von gott gegeben ist welches wir auch reden nicht mit worten welche menschliche weisheit lehren kann sondern mit worten die der heilige geist lehrt und richten geistliche sachen geistlich der natürliche mensch aber vernimmt nichts vom geist gottes es ist ihm eine torheit und er kann es nicht erkennen denn es muss geistlich gerichtet sein der geistliche aber richtet alles und wird von niemand gerichtet denn wer hat des herrns sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen wir aber haben christi sinn kapitel 3 und ich liebe brüder konnte nicht mit euch reden als mit geistlichen sondern als mit fleischlichen wie mit jungen kindern in christow milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht speise denn ihr konntet noch nicht auch könnt ihr jetzt noch nicht dieweil ihr noch fleischlich seid denn sind einmal eifer und zank und zwietracht unter euch sind seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher weise denn so einer sagt ich bin paulisch der andere aber ich bin apollisch seid ihr nicht fleischlich wer ist nun paulus wer ist apollos diener sind sie durch welche ihr seid gläubig geworden und das wie der herr einem jeglichen gegeben hat ich habe gepflanzt apollos hat begossen aber gott hat das gedeihen gegeben so ist nun weder der da pflanzt noch der da begießt etwas sondern gott der das gedeihen gibt der aber pflanzt und der da begießt ist einer wie der andere ein jeglicher aber wird seinen lohn empfangen nach seiner arbeit denn wir sind gottes mitarbeiter ihr seid gottes ackerwerk und gottes bau ich nach gottes gnade die mir gegeben ist habe den grund gelegt als weiser baumeister ein anderer baut darauf ein jeglicher aber sehe zu wie er darauf baue einen anderen grund kann niemand legen außer dem der gelegt ist welcher ist jesus christus so aber jemand auf diesen grund baut gold silber edle steine holz heu stoppeln so wird eines jeglichen werk offenbar werden der tag wird's klar machen denn es wird durchs feuer offenbar werden und welcherlei eines jeglichen werk sei wird das feuer bewähren wird jemand das werk bleiben das er darauf gebaut hat so wird er lohn empfangen wird aber jemand das werk verbrennen so wird er schaden leiden er selbst aber wird selig werden so doch durchs feuer wisset ihr nicht dass ihr gottes tempel seid und der geist gottes in euch wohnt so jemand den tempel gottes verderbt den wird gott verderben denn der tempel gottes ist heilig der seid ihr niemand betrüge sich selbst welcher sich unter euch dünkt weise zu sein der werde ein narr in dieser welt dass er möge weise sein denn dieser welt weisheit ist torheit bei gott denn es steht geschrieben die weisen erhascht er in ihrer klugheit und abermals der herr weiß der weisen gedanken dass sie eitel sind darum rühme sich niemand eines menschen es ist alles euer es sei paulus oder apollos es sei kephas oder die welt es sei das leben oder der tod es sei das gegenwärtige oder das zukünftige alles ist euer ihr aber seid christi christus aber ist gottes kapitel 4 dafür halte uns jedermann für christi diener und haushalter über gottes geheimnisse nun sucht man nicht mehr an den haushaltern denn dass sie treue erfunden werden mir aber ist es ein geringes dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen tage auch richte ich mich selbst nicht denn ich bin mir nichts bewusst aber darin bin ich nicht gerechtfertigt der herr ist aber der mich richtet darum richtet nicht vor der zeit bis der herr komme welcher auch wird ans licht bringen was im finstern verborgen ist und den rat der herzen offenbaren als dann wird einem jeglichen von gott lob widerfahren solches aber liebe brüder habe ich auf mich und apollos gedeutet um euret willen dass ihr an uns lernet dass niemand höher von sich halte denn geschrieben ist auf dass ich nicht einer wieder den anderen um jemand des willen aufblase denn wer hat dich vorgezogen was hast du aber dass du nicht empfangen hast so du es aber empfangen hast was rühmest du dich denn als ob du es nicht empfangen hättest ihr seid schon satt geworden ihr seid schon reich geworden ihr herrschet ohne uns und wollte gott ihr herrschet auf das auch wir mit euch herrschen möchten ich halte aber dafür gott habe uns apostel für die aller geringsten dargestellt als dem tode übergeben denn wir sind ein schauspiel geworden der welt und den engeln und den menschen wir sind narren um christi willen ihr aber seid klug in christo wir schwach ihr aber seid stark ihr herrlich wir aber verachtet bis auf diese stunde leiden wir hunger und durst und sind nackt und werden geschlagen und haben keine gewisse stätte und arbeiten und wirken mit unseren eigenen händen man schild uns so segnen wir man verfolgt uns so dulden wir's man lästert uns so flehen wir wir sind stets wie ein fluch der welt und ein fegopfer aller leute nicht schreibe ich solches dass ich euch beschäme sondern ich vermahne euch als meine lieben kinder denn obgleich ihr zehntausend zuchtmeister hättet in christo so habt ihr doch nicht viele väter denn ich habe euch gezeugt in christo jesu durchs evangelium darum ermahne ich euch seid meine nachfolger aus derselben ursache habe ich auch timotheus zu euch gesandt welcher ist mein lieber und getreuer sohn in dem herrn dass er euch erinnere meiner wege die in christo sind gleich wie ich an allen enden in allen gemeinden lehre es blähen sich etliche auf als würde ich nicht zu euch kommen ich werde aber gar bald zu euch kommen so der herr will und kennenlernen nicht die worte der aufgeblasenen sondern die kracht denn das reich gottes steht nicht in worten sondern in kraft was wollt ihr soll ich mit der rute zu euch kommen oder mit liebe und sanftmütigem geist Kapitel 5 es geht eine gemeine rede dass hurerei unter euch ist und eine solche hurerei davon auch die heiden nicht zu sagen wissen dass einer seines vaters weib habe und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr leid getragen auf das der das werk getan hat von euch getan würde ich zwar der ich mit dem leib nicht da bin doch mit dem geist gegenwärtig habe schon als sei ich gegenwärtig beschlossen über den der solches getan hat in dem namen unseres herrn jesu christi in eurer versammlung mit meinem geist und mit der kraft unseres herrn jesu christi ihn zu übergeben dem satan zum verderben des fleisches auf das der geist selig werde am tage des herrn jesu euer ruhm ist nicht fein wisset ihr nicht dass ein wenig sauerteig den ganzen teig versäuert darum feget den alten sauerteig aus auf dass ihr ein neuer teig seid gleich wie ihr ungesäuert seid denn wir haben auch ein osterlamm das ist christus für uns geopfert darum lasst uns ostern halten nicht im alten sauerteig auch nicht im sauerteig der bosheit und schallkeit sondern im süßteig der lauterkeit und der wahrheit ich habe euch geschrieben in dem briefe dass ihr nichts sollt zu schaffen haben mit den hurern das meine ich gar nicht von den hurern in dieser welt oder von den geizigen oder von den räubern oder von den abgöttischen sonst müsstet ihr die welt räumen nun aber habe ich euch geschrieben ihr sollt nichts mit ihnen zu schaffen haben so jemand sich lässt einen bruder nennen und ist ein hurer oder ein geiziger oder ein abgöttischer oder ein lästerer oder ein trockenbold oder ein räuber mit dem sollt ihr auch nicht essen denn was gehen mich die draußen an dass ich sie sollte richten richtet ihr nicht die drinnen sind Gott aber wird die draußen sind richten tut euch von selbst hinaus wer da böse ist Kapitel 6 wie darf jemand unter euch so einen handel hat mit einem anderen hadern vor den ungerechten und nicht vor den heiligen wisst ihr nicht dass die heiligen die welt richten werden so nun die welt von euch soll gerichtet werden seid ihr denn nicht gut genug geringe sachen zu richten wisset ihr nicht dass wir über die engel richten werden wie viel mehr über die zeitlichen güter ihr aber wenn ihr über zeitlichen gütern sachen habt so nehmt ihr die so bei der gemeinde verachtet sind und setzet sie zu richtern euch zur schande muss ich das sagen ist so gar kein weiser unter euch auch nicht einer der da könnte richten zwischen bruder und bruder sondern ein bruder hadert mit dem anderen dazu vor den ungläubigen es ist schon ein fehl unter euch dass ihr miteinander rechtet warum lasst ihr euch nicht lieber unrecht tun warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen sondern ihr tut unrecht und übervorteilt und solches an den brüdern wisset ihr nicht dass die ungerechten das reichgottes nicht ererben werden lasst euch nicht verführen weder die hurer noch die abgöttischen noch die ehebrecher noch die weichlinge noch die knabenschänder noch die diebe noch die geizigen noch die trunkenbolde noch die lästerer noch die räuber werden das reichgottes ererben und solche sind euer etliche gewesen aber ihr seid abgewaschen ihr seid geheiligt ihr seid gerecht geworden durch den namen des herrn jesu und durch den geist unseres gottes ich habe alles macht es frommt aber nicht alles ich habe alles macht es soll mich aber nichts gefangen nehmen die speise dem baucher oder der bauch der speise aber gott wird diesen und jene zunichte machen der leib aber nicht der hurerei sondern dem herrn und der herr dem leibe gott aber hat den herrn auferweckt und wird uns auch auferwecken durch seine kraft wisset ihr nicht dass eure leiber christi glieder sind sollt ich nun die glieder christi nehmen und huren glieder daraus machen das sei ferne oder wisset ihr nicht dass wer an der hure hangt der ist ein leib mit ihr denn es werden spricht er die zwei ein fleisch sein wer aber dem herrn anhangt der ist ein geist mit ihm flieht der hurerei alle sünden die der mensch tut sind außer dem leibe wer aber hurt der sündigt an seinem eigenen leibe oder wisset ihr nicht dass euer leib ein tempel des heiligen geistes ist welchen ihr habt von gott und seid nicht euer selbst denn ihr seid teuer erkauft darum so preist gott an eurem leibe und in eurem geiste welche sind gottes kapitel 7 wovon ihr aber mir geschrieben habt darauf antworte ich es ist dem menschen gut dass er kein weib berühre aber um der hurerei willen habe ein jeglicher sein eigen weib und eine jegliche habe ihren eigenen mann der mann leistet dem weib die schuldige freundschaft desgleichen das weib dem manne das weib ist ihres leibes nicht mächtig sondern der mann desgleichen der mann ist seines leibes nicht mächtig sondern das weib entziehe sich nicht eins dem andern es sei denn aus beider bewilligung eine zeitlang daß ihr zum fasten und beten muße habt und kommt wiederum zusammen auf daß euch der satan nicht versuche um eure unkeuschheit willen solches sage ich aber aus vergunst und nicht aus gebot ich wollte aber lieber alle menschen wehren wie ich bin aber ein jeglicher hat seine eigene gabe von gott der eine so der andere so ich sage zwar den ledigen und witwen es ist ihnen gut wenn sie auch bleiben wie ich so sie aber sich nicht mögen enthalten so lass sie freien es ist besser freien denn brunst leiden den ehelichen aber gebiete nicht ich sondern der herr dass ich das weib nicht scheide von dem manne so sie sich aber scheidet dass sie ohne ehe bleibe und sich mit dem manne versöhne und dass der mann das weib nicht von sich lasse den andern aber sage ich nicht der herr so ein bruder ein ungläubiges weib hat und sie lässt es sich gefallen bei ihm zu wohnen der scheide sich nicht von ihr denn der ungläubige mann ist geheiligt durchs weib und das ungläubige weib ist geheiligt durch den mann sonst wären eure kinder unrein nun aber sind sie heilig so aber der ungläubige sich scheidet so lass ihn scheiden es ist der bruder oder die schwester nicht gefangen in solchen fällen im frieden aber hat uns gott berufen denn was weißt du weib ob du den mann wirst selig machen oder du mann was weißt du ob du das weib wirst selig machen doch wie einem jeglichen gott hat ausgeteilt wie einen jeglichen der herr berufen hat also wandle er und also schaffe ich es in allen gemeinden ist jemand beschnitten berufen der halte an der beschneidung ist jemand unbeschnitten berufen der lasse sich nicht beschneiden beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts sondern gottes gebote halten ein jeglicher bleibe in dem beruf darin er berufen ist bist du als knecht berufen sorge dich nicht doch kannst du frei werden so brauche es viel lieber denn wer als knecht berufen ist in dem herrn der ist ein freigelassener des herrn desgleichen wer als freier berufen ist der ist ein knecht christi ihr seid teuer erkauft werdet nicht der menschen knechte ein jeglicher liebe brüder worin er berufen ist darin bleibe er bei gott von den jungfrauen aber habe ich kein gebot des herrn ich sage aber meine meinung als der ich barmherzigkeit erlangt habe vom herrn treu zu sein so meine ich nun solches sei gut um der gegenwärtigen not willen es sei dem menschen gut also zu sein bist du an ein weib gebunden so suche nicht loszuwerden bist du los vom weibel so suche kein weib so du aber frei ist sündigst du nicht und so eine jungfrau frei sündigt sie nicht doch werden solche leibliche trübsal haben ich verschonte euch aber gern das sage ich aber liebe brüder die zeit ist kurz weiter ist das die meinung die der weibe haben dass sie seien als hätten sie keine und die da weinten als weinten sie nicht und die sich freuen als freuten sie sich nicht und die da kaufen als besäßen sie es nicht und die diese welt gebrauchen dass sie dieselben nicht missbrauchen denn das wesen dieser welt vergeht ich wollte aber dass ihr ohne sorge wäre wer ledig ist der sorgt was dem herrn angehört ihr dem herrn gefalle wer aber freit der sorgt was der welt angehört ihr dem weibe gefalle es ist ein unterschied zwischen einem weiber und einer jungfrau welche nicht freit die sorgt was dem herrn angehört dass sie heilig sei am leib und auch am geist die aber freit die sorgt was der welt angehört wie sie dem manne gefalle solches aber sage ich zu eurem nutzen nicht dass ich euch ein strick um den hals werfe sondern dazu dass es fein zugehe und ihr stets ungehindert dem herrn dienen könntet so aber jemand sich lässt dünken es wolle sich nicht schicken mit seiner jungfrau weil sie eben wohl mannbar ist und es will nichts anders sein so tue er was er will er sündigt nicht er lasse sie freien wenn einer aber sich fest vornimmt weil er ungezwungen ist und seinen freien willen hat und beschließt solches in seinem herzen seine jungfrau also bleiben zu lassen der tut wohl demnach welche verheiratet der tut wohl welche aber nicht verheiratet der tut besser ein weib ist gebunden durch das gesetz solange ihr mann lebt so aber ihr mann entschläft ist sie frei zu heiraten wen sie will nur dass es im herrn geschehe seliger ist sie aber wo sie also bleibt nach meiner meinung ich halte aber dafür ich habe auch den geist gottes kapitel 8 von dem götzenopfer aber wissen wir denn wir haben alle das wissen das wissen bläst auf aber die liebe bessert so aber jemand sich dünken lässt er wisse etwas der weiß noch nichts wie er wissen soll so aber jemand gott liebt der ist von ihm erkannt so wissen wir nun von der speise des götzenopfers dass ein götze nichts in der welt sei und dass kein anderer gott sei als der eine und wie wohl welche sind die götter genannt werden es sei im himmel oder auf erden sind demal es sind viele götter und herren so haben wir doch nur einen gott den vater von welchem alle dinge sind und wir zu ihm und einen herrn jesus christus durch welchen alle dinge sind und wir durch ihn es hat aber nicht jeder man das wissen denn etliche machen sich noch ein gewissen über den götzen und essens für götzenopfer damit wird ihr gewissen weil es so schwach ist befleckt aber die speise fördert uns vor gott nicht essen wir so werden wir darum nicht besser sein essen wir nicht so werden wir darum nicht weniger sein seht aber zu dass diese eure freiheit nicht gerate zum anstoß der schwachen denn so dich der du die erkenntnis hast jemand sähe zu tische sitzen im götzenhause wird nicht sein gewissen obwohl er schwach ist ermutigt das götzenopfer zu essen und also wird über deine erkenntnis der schwache bruder umkommen um des willen doch christus gestorben ist wenn ihr aber also sündigt an den brüdern und schlagt ihr schwaches gewissen so sündigt ihr an christo darum so die speise meinen bruder ärgert wollte ich nimmer mehr fleisch essen auf das ich meinen bruder nicht ärgere kapitel 9 bin ich nicht ein apostel bin ich nicht frei habe ich nicht unseren herrn jesus christus gesehen seid ihr nicht mein werk in dem herrn bin ich anderen nicht ein apostel so bin ich doch euer apostel denn das siegel meines apostel amts seid ihr in dem herrn also antworte ich wenn man mich fragt haben wir nicht macht zu essen und zu trinken haben wir nicht auch macht eine schwester zum weibe mit umher zu führen wie die anderen apostel und des herrn brüder und käfers oder haben allein ich und barnabas keine macht nicht zu arbeiten wer zieht jemals in den krieg auf seinen eigenen sollt wer pflanzt einen weinberg und isst nicht von seiner frucht oder wer weidet eine herde und nährt sich nicht von der milch der herde rede ich aber solches auf menschenweise sag nicht solches das gesetz auch denn im gesetz moses steht's geschrieben du sollst dem ochsen nicht das maul verbinden der da trischt sorgt gott für die ochsen oder sagt er es nicht aller dinge um unsert willen denn es ist ja um unsert willen geschrieben denn der da pflügt der soll auf hoffnung pflügen und der da trischt der soll auf hoffnung dreschen dass er seiner hoffnung teilhaftig werde so wie euch das geistliche säen ist es ein großes ding wenn wir euer leibliches ernten so andere dieser macht an euch teilhaftig sind warum nicht vielmehr wir aber wir haben solche macht nicht gebraucht sondern ertragen allerlei dass wir nicht dem evangelium christi ein hindernis machen wisset ihr nicht dass die da opfern essen vom altar und die am altar dienen vom altar genuss haben also hat auch der herr befohlen dass die das evangelium verkündigen sollen sich vom evangelium nähren ich aber habe der keines gebraucht ich schreibe auch nicht darum davon dass es mit mir also sollte gehalten werden es wäre mir lieber ich stürbe denn dass mir jemand meinen ruhm sollte zunichte machen denn dass ich das evangelium predige darf ich mich nicht rühmen denn ich muss es tun und wehe mir wenn ich das evangelium nicht predigte tue ich's gern so wird mir gelohnt tue ich's aber ungern so ist mir das amt doch befohlen was ist denn nun mein lohn dass ich predige das evangelium christi und tue das frei umsonst auf das ich nicht meine freiheit missbrauche am evangelium denn wiewohl ich frei bin von jedermann habe ich doch mich selbst jedermann zum knechte gemacht auf das ich ihrer viele gewinne den juden bin ich geworden wie ein jude auf das ich die juden gewinne denen die unter dem gesetz sind bin ich geworden wie unter dem gesetz auf das ich die so unter dem gesetz sind gewinne denen die ohne gesetz sind bin ich wie ohne gesetz geworden so ich doch nicht ohne gesetz bin vor gott sondern bin im gesetz christi auf das ich die so ohne gesetz sind gewinne den schwachen bin ich geworden wie ein schwacher auf das ich die schwachen gewinne ich bin jedermann allerlei geworden auf das ich allenthalten ja etliche selig mache solches aber tue ich um des evangeliums willen auf das ich sein teilhaftig werde wisset ihr nicht dass die so in den schranken laufen die laufen alle aber einer erlangt das kleinot laufet nun also dass ihr es ergreifet ein jeglicher aber der da kämpft enthält sich alles dinges jener also dass sie eine vergängliche krone empfangen mir aber eine unvergängliche ich laufe aber also nicht als aufs ungewisse ich fechte also nicht als der in die luft streicht sondern ich betäube meinen leib und säme ihn dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde kapitel 10 ich will euch aber liebe brüder nicht verhalten dass unsere väter sind alle unter der wolke gewesen und sind alle durchs meer gegangen und sind alle auf mose getauft mit der wolke und dem meer und haben alle einerlei geistliche speise gegessen und haben alle einerlei geistlichen trank getrunken sie tranken aber vom geistlichen fels der mitfolgte welcher war christus aber an ihrer vielen hatte gott kein wohlgefallen denn sie wurden niedergeschlagen in der wüste das ist aber uns zum vorbild geschehen dass wir nicht uns gelüsten lassen des bösen gleich wie jene gelüstet hat werdet auch nicht abgöttische gleich wie jene etliche wurden wie geschrieben steht das volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und stand auf zu spielen auch lasst uns nicht hurerei treiben wie etliche unter jenen hurerei trieben und vielen auf einen tag 23.000 lasst uns aber auch christum nicht versuchen wie etliche von jenen ihn versuchten und wurden von schlangen umgebracht mut auch nicht gleich wie jene etliche mutten und wurden umgebracht durch den verderber solches aber widerfuhr jenen zum vorbilde es ist aber geschrieben uns zur warnung auf welche das ende der welt gekommen ist darum wer sich lässt dünken erstehe mag wohl zusehen dass er nicht falle es hat euch noch keine denn menschliche versuchung betreten aber gott ist getreu dass er euch nicht lässt versuchen über euer vermögen sondern macht dass die versuchung so ein ende gewinne dass ihr's könnet ertragen darum meine liebsten flieht von dem götzendienst als mit den klugen rede ich richtet ihr was ich sage der gesegnete kelch welchen wir segnen ist der nicht die gemeinschaft des blutes christi das brot das wir brechen ist das nicht die gemeinschaft des leibes christi denn ein brot ist's so sind wir viele ein leib wie weil wir alle eines brotes teilhaftig sind seht an dass israel nach dem fleisch welche die opfer essen sind die nicht in der gemeinschaft des altars was soll ich denn nun sagen soll ich sagen dass der götze etwas sei oder dass das götzenopfer etwas sei aber ich sage was die heiden opfern das opfern sie den teufeln und nicht gott nun will ich nicht dass ihr in der teufel gemeinschaft sein sollt ihr könnt nicht zugleich trinken des herrn kelch und der teufel kelch ihr könnt nicht zugleich teilhaftig sein des tisches des herrn und des tisches der teufel oder wollen wir dem herrn trotzen sind wir stärker denn er ich habe zwar alles macht aber es frommt nicht alles ich habe es alles macht aber es bessert nicht alles niemand suche das seine sondern ein jeglicher was des anderen ist alles was feil ist auf dem fleischmarkt das esset und forschet nicht auf dass ihr das gewissen verschonet denn die erde ist des herrn und was darin ist so aber jemand von den ungläubigen euch ladet und ihr wollt hingehen so esset alles was euch vorgetragen wird und forschet nicht auf dass ihr das gewissen verschonet wo aber jemand würde zu euch sagen das ist götzenopfer so esset nicht um des willen der es anzeigte auf dass ihr das gewissen verschonet ich sage aber vom gewissen nicht deiner selbst sondern des anderen denn warum sollte ich meine freiheit lassen richten von eines anderen gewissen so ich's mit dank sagung genieße was sollte ich denn verlästert werden über dem dafür ich danke ihr esset nun oder trinket oder was ihr tut so tut es alles zu gottes ehre gebet kein ärgernis weder den juden noch den griechen noch der gemeinde gottes gleich wie ich auch jedermann in allerlei mich gefällig mache und suche nicht was mir sondern was vielen fromt da sie selig werden Ende von Kapitel 1 bis 10 ich möchte einen blauen ballon haben einen blauen ballon möchte ich haben da hast du einen blauen ballon rosa munde man erklärte ihr nun daß darin ein gas sich befände leichter als die atmosphärische luft in folge dessen et cetera et cetera ich möchte ihn auslassen sagte sie einfach willst du ihn nicht lieber diesem armen medaldot schenken nein ich will ihn auslassen sie läßt den ballon aus sieht ihm nach bis er verschwindet in den blauen himmel tut es dir nun nicht leid daß du ihn nicht dem armen medald geschenkt hast ja ich hätte ihn lieber dem armen medald geschenkt da hast du einen anderen blauen ballon schenke ihr diesen nein ich möchte den auch auslassen in den blauen himmel sie tut es man schenkt ihr einen dritten blauen ballon sie geht von selbst hin zu dem armen medald schenkt ihr diesen und sagt du laß sie ihn aus nein sagt das arme medald blickt den ballon begeistert an im zimmer flog er an den plafond blieb drei tage lang picken wurde dunkler schrumpfte ein fiel tot herab wie ein altes säckchen da dachte das arme medald ich hätte ihn im garten auslassen sollen in den blauen himmel ich hätte ihm nachgeschaut nachgeschaut währenddessen erhielt das reiche medald noch zehn ballons und einmal kaufte ihr der onkel karl sogar alle dreißig ballons auf einmal zwanzig ließ sie in den himmel fliegen und zehn verschenkte sie an arme kinder von da an hatten ballons für sie überhaupt kein interesse mehr die dummen ballons sagte sie und tante ida fand infolgedessen daß sie für ihr alter ziemlich fortgeschritten sei das arme medald träumte ich hätte ihn auslassen sollen in den blauen himmel ich hätte ihm nachgeschaut und nachgeschaut Ende von im volksgarten gelesen von hukuspokus Generationen von Rainer Maria Rilke Dies ist eine LibriVox Aufnahme LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org generationen in unseren stuben riecht es am donnerstag nach tomaten am sonntag nach gänsebraten und jeden montag ist wäsche so sind die tage der rote der fette der seifige außerdem gibt es noch die tage hinter der glastür oder eigentlich einen einzigen tag aus kühle seide und sandelholz das licht darin ist gesiebt fein silbern still ruß sturm lärm und fliegen kommen nicht mit herein wie in alle anderen stuben und doch ist nur die glastür dazwischen aber sie ist wie zwanzig eherne tore oder wie eine brücke die nicht enden will oder wie ein fluss mit einer unsicheren fähre von ufer zu ufer selten kommt jemand hinüber und erkennt nach und nach tief in der dämmerung über dem sofa groß in goldrahmen der großvater die großmutter es sind enge ovale brustbilder aber beide haben ihre hände hineingehoben so mühsam das gewesen sein mag es wären keine porträts geworden ohne diese hände hinter denen sie leise und bescheiden hingelebt haben alle tage lang diese hände hatten das leben gehabt und die arbeit die sehnsucht und die sorge waren mutig und jung gewesen und sind müde und alt geworden während sie selbst nur fromme ehrfürchtige zuschauer dieser geschicke waren ihre minen blieben müßig irgendwo weit vom leben und hatten nichts zu tun als einander langsam ähnlich zu werden und in den goldrahmen über dem sofa sehen sie wie geschwister aus aber dann stehen mit einem male ihre hände vor den schwarzen sonntagskleidern und verraten sie die eine hart krampfig rücksichtslos sagt so ist das leben die andere blass wang voll zärtlichkeit sagt sieben kinder o und einmal ist der blonde enkel dabei hört die hände und denkt diese hand ist wie der vater und meint die harte narbige damit und vor der bleichen hand fühlt er wie die mutter ist sie die ähnlichkeit ist groß und der knabe weiß daß die eltern sich nicht gern so sehen mögen deshalb kommen sie selten in den salon sie passen in die stuben die voll sind von lautem licht und in den wechsel der tage die bald rot von tomaten bald dumpf von soda sind denn das ist das leben und es bleibt alles in ihren zügen hängen wie einst an den händen der großeltern ein paar hände sind sie und nichts dahinter hinter der glastür sind seltsame gedanken die hohen halb blinden spiegel wiederholen immerfort als müssten sie es auswendig lernen der großvater die großmutter und die albums auf der gehäkelten tischdecke sind voll davon großvater großmutter großvater großmutter natürlich stehen die steilen stühle ehrfurchtsvoll herum als ob sie einander eben erst vorgestellt wären und gerade die ersten phrasen tauschten sehr angenehm oder sie gedenken lange hier zu bleiben oder so etwas höfliches und dann verstummen sie ganz sagen gleichsam bitte wenn die spieluhr beginnt ting giligin und sie singt mit ihrer welken winzigen stimme ein menuett das lied bleibt eine weile über den dingen und sickert dann in die vielen dunklen spiegel hinein und ruht in ihnen wie silber in seen in einer ecke steht der enkel und ist wie von van dyck er möchte so heißen daß man seinen namen zur spieluhr singen könnte denn er hat plötzlich das gefühl kampf und krankheit sind es nicht auch nicht die sorgen und das tägliche brot und der wäschetag und alles andere was mit uns draußen in den engen stuben wohnt das wirkliche leben ist wie dieses ting giligin es kann nehmen und schenken kann dich bettler rufen oder könig und tief oder traurig machen je nachdem aber es kann nicht das gesicht bang oder zornig verzerren und es kann auch verzeih großpapa es kann auch die hände nicht hart und häßlich machen wie deine das war nur so ein breites dunkles gefühl in dem blonden knaben wie ein hintergrund vor dem andere kleine kindergedanken standen wie bleisoldaten aber er empfand es doch und vielleicht lebt er's einmal ende von generationen großen walde darinnen er sich verirrte und mußte manchen tag wandern und manche nacht fand immer nicht den rechten weg und mußte hunger und durst leiden endlich begegnete ihm ein kleines schwarzes männlein das fragte der könig nach dem rechten weg ich will dich wohl führen und geleiten sagte das männlein aber du mußt mir auch etwas dafür geben du mußt mir das geben was dir aus deinem hause zuerst entgegenkommt der könig war froh und sprach unterwegs du bist recht brav männchen wahrlich und wenn mein bester hund mir entgegen lief so wollte ich ihn dir doch gern zum lohne geben das männlein aber erwiderte deinen besten hund den mag ich nicht mir ist was anderes lieb wie sie nun beim schlosse ankamen so sah des königs jüngste tochter durchs fenster ihren vater geritten kommen und sprang ihm fröhlich entgegen da sie ihn aber in ihre arme schloß sprach er ei wollte ich doch daß lieber mein bester hund mir entgegen gekommen wäre über diese rede erschrak die königstochter gar sehr und weinte und rief wie das mein vater ist dir dein hund lieber denn ich und sollte er dich froher willkommen heißen aber der könig tröstete sie und sagte o liebe tochter so war es ja nicht gemeint und erzählte ihr alles sie aber blieb standhaft und sagte es ist besser so als daß mein lieber vater umgekommen wäre im wilden walde und das männchen sagte in acht tagen hole ich dich und nach acht tagen richtig da kam ein weißer wolf in das königsschloß und die königstochter mußte sich auf seinen rücken setzen und heißer da ging's durch dick und dünn bergauf und ab und die königstochter konnte das reiten auf dem wolf nicht aushalten und fragte ist's noch weit schweig weit weit ist's noch zum gläsernen berge schweigst du nicht so werf ich dich herunter nun ging es weiter sofort bis die arme königstochter wieder zagte und klagte und fragte ob es noch weit sei und da sagte ihr der wolf die nämlichen drohenden worte und rannte immer fort immer weiter bis sie zum dritten mal die frage wagte da warf er sie auf der stelle von seinem rücken herunter und rannte davon nun war die arme prinzessin ganz allein in dem finsteren walde und ging und ging und dachte endlich werde ich doch einmal zu leuten kommen und endlich kam sie an eine hütte da brannte ein feuerchen und da saß ein altes waldmütterchen das hatte ein töpfchen am feuer und da fragte die königstochter mütterchen hast du den weißen wolf nicht gesehen nein da mußt du den wind fragen der fragt überall herum aber bleibe erst noch ein wenig hier und iss mit mir ich koche hier ein hühnersüppchen und das tat die prinzessin und als sie gegessen hatte sagte die alte nimm die hühnerknöchelchen mit dir du wirst sie gut gebrauchen können dann zeigte ihr die alte den rechten weg nach dem winde als die königstochter bei dem winde ankam fand sie ihn auch am feuer sitzen und sich eine hühnersuppe kochen aber auf ihre frage nach dem weißen wolf antwortete er ihr liebes kind ich habe ihn nicht gesehen ich bin heute einmal nicht ausgegangen und wollte mich einmal hübsch ausruhen frage die sonne die geht alle tage auf und unter aber erst mach es wie ich ruhe dich aus und iss mit mir kannst danach auch alle die hühnerknöchelchen mit dir nehmen wirst sie wohl gut gebrauchen können als dies geschehen war ging die kleine nacht der sonne zu und es ging da gerade wieder wie beim winde die sonne kochte sich gerade eine hühnersuppe an sich selbst daher es damit sehr geschwind ging hatte auch den weißen wolf nicht gesehen und lud die prinzessin zum mittagessen ein du mußt den mond fragen denn wahrscheinlich läuft der weiße wolf nur des nachts und da sieht der mond alles als nun die königstochter mit der sonne gegessen und die knöchlein aufgesammelt hatte ging sie weiter und fragte den mond auch er kochte eine hühnersuppe und sagte es ist fatal ich habe letzt nicht geschienen oder bin zu spät aufgegangen ich weiß gar nichts von dem weißen wolf da weinte das mädchen und rief o himmel wen soll ich nun fragen nun nur geduld mein kind sagte der mond vor essen wird kein tanz setz dich und iss erst die hühnersuppe mit mir und nimm auch die knöchelchen mit du wirst sie wohl brauchen etwas neues weiß ich doch im gläsernen berg das schwarze männchen das hält heute hochzeit der mann im mond ist auch dazu eingeladen ach der gläserne berg der gläserne berg dahin wollte ich ja eben dahin hat mich ja der weiße wolf tragen sollen rief die königstochter nun bis dorthin kann ich dir schon leuchten und den weg zeigen sagte der mond sonst könntest du dich leicht verirren denn ich zum beispiel bestehe ganz und gar aus lauter gläsernen bergen nimm immer deine knöchlein hübsch alle mit das tat die prinzessin aber in der eile vergaß sie doch ein knöchlein bald stand sie an dem gläsernen berge aber der war ganz glatt und glitschig da war nicht hinauf zu kommen aber da nahm die königstochter alle hühnerknöchlein von der alten waldmutter von dem wind von der sonne und von dem mond und machte sich daraus eine leiter die wurde sehr lang aber oh weh zuletzt fehlte noch eine einzige sprosse noch ein glied da schnitt sich die prinzessin das oberste gelenk von ihrem kleinen finger ab und so tat es gut und sie konnte nun rasch zum gipfel des gläsernen berges klimmen oben war eine große öffnung da führte eine schöne treppe hinunter und war alles voll glanz und pracht und war ein saal da voll hochzeitsgäste und viele musikanten und reich besetzte tafeln und da saß das schwarze männlein und an seiner seite saß eine dame die war seine braut das schwarze männlein aber schien traurig und der königstochter tat es auch so weh so weh daß sie nun zu spät kam und daß das schwarze männlein so traurig war und dachte bei sich ich will ein lied vom weißen wolf singen vielleicht kennt er mich dann denn er hat sie noch gar nicht angesehen folglich auch nicht wiedererkannt und da stand eine harfe an der wand welche die prinzessin gut spielte die nahm sie nun und sang deinen besten hund den mag ich nicht mir ist was anderes lieb die jüngste königstochter der weiße wolf der lief davon sie weiß nicht wo er blieb die jüngste königstochter da horchte das schwarze männlein hoch auf aber die prinzessin fuhr fort zu spielen und zu singen sie ist dem wolfe nachgereist schnitt ab ihr fingerglied die jüngste königstochter nun ist sie da du kennst sie nicht traurig singt sie dir dies lied die jüngste königstochter da sprang das schwarze männlein von seinem sitze auf und war plötzlich ein ganz schöner junger prinz und eilte auf sie zu und schloß sie in seine arme alles war zauber gewesen der prinz war in das alte männlein und in den weißen wolf und in den gläsernen berg hinein verzaubert so lange bis eine prinzessin um zu ihm zu gelangen sich ein glied von ihrem kleinen finger kosten lassen würde wenn das aber bis zu einer gewissen zeit nicht geschähe so müsse er eine andere freien und ein schwarzes männlein bleiben all sein leben lang nun war der zauber gelöst die andere braut verschwand der entzauberte prinz heiratete die königstochter reiste darauf mit ihr zu ihrem vater der sich herzlich freute sie wiederzusehen und lebten alle glücklich miteinander bis an ihr ende sollte dies aber nicht erfolgt sein so ist es gewissermaßen wahrscheinlich daß sie noch heute leben bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020